den titel gar nicht umbenannt steht noch let's survive part 14 dabei ist es ja part 15 mein gott in der cam macht nicht fertig ich weiß nicht das hat die gestern habe ich noch aufnahmen gemacht da lief das einmal frei und heute wo ich streame flackert die also das immer irgendwie ist so schnell weg dass ich gar nicht weiß was sie da eigentlich anzeigen will aber es sieht irgendwie aus wie keine ahnung wie ein lila rosa das kästchen was ganz kurz und bruchteil einer sekunde immer da ist und dann ist es weg ich mal später in ruhe befassen nachher apropos später in ruhe ich habe so eine marmeladenstulle dies fast vergammelt die esse ich mal wir haben doch guck mal ich nehme mal ein rennen essen ja mach das was ist denn das wo ein verbrannter kadaver mit dem hatte ich dir hatte ich dir denn was von dem rennen essen abgegeben nena bestimmt wie sieht denn das aus das heißt die adem du gibier ja es sieht aus drei stück okay ich habe neun ich würde gerade sagen lohnt sich gar nicht das einzusetzen weil bist du denn hier rübergekommen laufen nicht lang aber einfach gerade ausgegangen ja aber ja ich bin runtergerutscht wieder nichts kann dieser mann nichts pack leicht ich pack gleich den vampirbogen wieder aus welchen jetzt sagen toll nichts kann dieser mann genau ich wollte dieses rennen essen eigentlich gar nicht nutzen weil der weg ist nicht so wirklich weit dem wir gehen und ja und wertvoll ja und das schon halb verfault ist wieder die ganze reise das ist der andere punkt wo ich denke ja gut ist verschimmelt dann sonst aber auch deshalb werde ich das rennen essen größtenteils gleich in berg in die kiste packen da hält es dann dass wir dass wir dann halt nur das mitnehmen was wir jetzt gerade für sag mal für die sümpfe und scharonis brauchen ja und den rest nehmen wir dann wieder mit richtung linksen umsens kaldera jetzt wie jetzt meine camp fleckert immer genau dann wenn ich nicht hingucke immer so aus meinem augenwinkel ist denn immer noch also beim schaue und meine cam anstarre dann bleibt sie da star also das kann das könnte natürlich sein wenn du sagst die cam die funktioniert gerade auch nicht so gut zwei dinge ganz stumpf sitzt nicht richtig import drin oder was ich halt auch schon hatte die usb ports bekommen allgemein nicht genug energie und deshalb kann es sein dass dann auch wenn du zwei sachen dran steckst nicht vernünftig miteinander funktionieren war das eine dann die kamera ist nie dass nie die ist einem splitter dran tatsächlich ja das ist zum beispiel im grund warum ich alle anderen sachen absteckern muss wenn ich mein vr cam dran ja mein vr headset dran machen möchte weil ich mir noch mal eine zusätzliche ich brauche mir eine zusätzliche usb karte zu holen damit ich mal ein paar usb slots frei habe weil das echt mangelware ist bei mir ich kann gleich mal gucken ob ich sowohl an das einstecken kann dann wechsle ich immer kurz den bildschirm wenn ich jetzt diese karte schon wieder sehen dass wir von levan noch berg gehen und dann von berg nach monsoon also das sieht ja selten ich kann keine maus gerade benutzen aber es ist da einfach keine direktverbindung richtung monsoon gibt man könnte da einfach von hinten an monsoon ran jetzt warten wir auf den guten mode da bin ich wieder hallo große frage ob meine also ich habe meine käme jetzt einfach jetzt habe ich eingefrorenes standbild ja du musst das ausschalten und wieder einschalten was muss ich ausschalten wieder einschalten einstecker oder ausstecken und wieder einsteckern habe ich ja gerade gemacht ja ok wenn sie dann eingefroren ist muss das über obs halt einmal vernünftig ausschalten und in dem nur einfach die nicht sichtbar schaltet habe ich das gemacht schade dieser hilf der guckt uns komisch an ach so ich kann einfach mal deaktivieren und dann wieder aktivieren ok jetzt aha jetzt geht es wieder aber auch kümmern sonst jetzt bin ich hemmungslos gedunkelt warum zur hölle ist das passiert ich bin gleich bei der denn hey lauf nicht weg jetzt jetzt hoffe ich dass es funktioniert so wo ich heute hinten scheiß banditen haben mein hirsch kaputt gemacht haben sie dir die ehre genommen ja da war dann noch ein dritter da er kommt direkt auf mich zu auch nicht getroffen ja mach du mal schaffe ich nicht denn wieso nicht du hast ihn weg geschleudert du hast ihn geschafft okay man jetzt sagt nicht mehr flackert deshalb lernt deaktivieren aktivieren hilft ja wenn ich schon wieder aus außer puste wo sind wir denn jetzt hier wir sind hier am rand also beim wachtturm wir sind fast direkt im berg naja fast direkt ja doch wir sind abwachtturm ja aber ist noch ein stück ganz schönes ok hast du diese vier bitte was wie hast du du konntest doch nie ich glaube es war ein rostiger keine ahnung ja ok wir hätten wir hätten vielleicht rechts abbiegen müssen irgendwo aber wir sind doch quasi in berg der ja ich mir gesagt ja auch wir hätten ja auch abbiegen können ja müssen 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 hätte könnte wollte wir können sagen hey es kommt auf mich zu kommt direkt auf uns zu da ist ein dude kill it kill it kill it ja wenn wenn einfach sag ich mal das mischmasch aus den verschiedenen spielen einfach zu groß wird das mischmasch in welchem spiel kommt denn kill it kill it vor äh siena aus äh vermentite wenn mal wieder eine assassinenratte auf ihr drauf ist ach so ok das höre ich gar nicht also wenn man da hast du sogar drüber gelacht also dann habe ich ausnahmsweise irgendwie gehört weil normalerweise ist so viel gematsche da ja es sei denn sie laufen einfach gerade nur durch den dungeon es gibt sonst keine större aber ich glaube neulich da hatten wir das problem wo einfach kein gegner da war aber irgendwie sechs assassinen ach die banditen hat es einfach mal ähm kennst du die action explosion in den action filmen wo dann die leute einfach wegfliegen ja meine ruhe explosion so ja meine bei meiner ruhe explosion hat das gerade genauso stattgefunden und du bist ganz gechillt noch weggegangen von da nehme ich an so nicht nicht so ganz so cool bin ich dann tatsächlich nicht ganz ich wäre mir das einfach vor wie in so einem richtig klassischen action film ne so ein haus explodiert und anstatt dass der held einfach ganz cool und elegant von der explosion weg geht steht er einfach da ihihihihi voll weggeflogen alter das hätte was ja so da können wir ja wir wollen in die stadt rein erst ganz ganz kurz in die stadt rein und dann können wir hier wieder raus und dann richtung norden genau haben wir noch futter wir dürften futter haben ansonsten kann ich ganz schnell herstellen ich habe ja noch genügend damit reise proviant ja ja wenn nicht dann kann ich ganz schnell herstellen also richtig schlimm wird es wenn du wirklich schon auf der arbeit ganze zeit diesen blöden soundtrack im kopf hast von outward und der einfach nicht mehr raus geht ja wahnsinn ich habe so richtig output knast ich hoffe dass da noch ein dlc kommt weil sonst sonst wird das ein sehr trauriges jahr für mich ich wurde von das mann gepöbelt was 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 sind heute schon wieder so ein riesen patch kam zu naja der fix von dem letzten patch naja der patch für den patch für den patch also eine patch ception sozusagen willst du was kaufen nein ich will was verkaufen da wollten wir auch noch hin so viel dabei auch hatte ich noch mitgenommen ja genau den habe ich bei gut ich weiß gar nicht warum ich bei dem stehe ich will gar nichts kaufen wenn nur einmal in unser haus flitzen tatsächlich mehr nicht genau so und da kommen jetzt mal gucken wie die die reise überstanden haben ja also ein kartenwechsel schaffen die wohl noch ich nehme mal drei stück auch nicht doch da ist alles klar ich war schon echt hart irritiert wenn wir noch ein bisschen was zerreißen wenn das um ist mein ganzes brot schon wieder weg ist das verfault scheinbar möglich und mitgenommen ich überlege gut ob wir kurz uns hinhauen wollen einfach um den ausdauer buff zu bekommen ja aber wir kommen doch gleich auf die nächste karte haben wir das dann nicht zu vielleicht dann schon wenn das er weg war ja dann lohnt es nicht dann lohnt es nicht da hast du recht so eben hier das alpha fleisch in die truhe 48 scheiße zwei stück fehlen mir noch damit wir auch wieder zurückkommen erinnere mich nachher wenn wir wieder hier im berg sind dass ich auf jeden fall brot kaufe auf doch jetzt brot nein ich will das für scirocco nachher haben er kauft doch jetzt brot und tu es in die kiste dann vergisst es nicht naja was sind ich laufe zum koch der mann in der stadt ist oh mein gott wie schlimm willst du was kaufen ich glaube an dich oh mein gott wucherpreise sieben silber wie kann er pro brot ein silber verlangen diese arschlöcher verlangt wird auch nur einen silber weil weniger geht halt einfach das ist beunruhigend das tut gar nichts das tut gar nichts zur sache wo habe ich den rubin her ja dann warst du den rubin her gemeinschaftskasse du verstehst schon ich verstehe brot in ihr nicht aber brot in die kiste melone haben wir noch zwei stück dann können wir gleich noch ein paar einsammeln das können wir gerne machen falter ausgang ich hole mir nur wasser entschuldigung oh modus macht wissen was ich überhaupt vorhabe ja ja heute ist kritisiert kritisierungs day kritisier den modotag so meine wohnung ne also wenn die mal öfter so im winter wäre oh come on wirklich ey das ist interessant ich hab ich hab meinen deckenventilator angemacht und hab ein disconnect bekommen alter dieses oldenburger mache mich fertig liegt das an meinen fucking deckenventilator wie passt denn das zusammen die sind doch nicht mal in der nähe voneinander router und deckenventilator und vom stromnetz her das kann ich mir noch nicht vorstellen naja es kommt drauf an bei einigen moderneren hütten sag ich mal ganz nett ist das jetzt so dass es einfach nur ein stromkreislauf pro raum gibt und wenn die räume etwas kleiner sind dann wäre noch mal gerne mehrere zusammen gepackt hast du gerade man packt entdeckt deckenventilator mit die beleuchtungs stromkreis mit dran ja da ist ja auch ein beleuchtungs stromkreis ah und selbst wenn das der fall wäre hätte es trotzdem immer noch nichts miteinander zu tun fett fahren ja aber dieser bau ist aus den 70er jahren ich habe eine 70er jahre bad und eine 80er jahre küche das ist ein 70er jahre bad ja wow schöne braun beige fliesen grüne keramik warum jagen wir die eigentlich brauchen wir die nein weil ich es konnte und weil ich deine poolnudel hören wollte jetzt kann ich die waffe wieder nicht ernst ich bin schon da nach heilige süpfe reisen okay mir fehlt ein proviant ja komm ernsthaft ja einer in zahlen 1 ich biete dir 1 dankeschön ich werde nie wieder aus den sümpfen zurückkehren okay das schockiert mich gerade dass ich den deckenventilator angemacht habe und diskonnect bekommen habe wenn das echt daran liegt ein scheiß stromkreis irgendwie das da die unterbrechung ist auf keinen also ich kann den test ja ich könnte den versuchen empirisch zu wiederholen was war das für ein begriff empirisch 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 starten erfassen einfach so lange machen bis man ergebnis hat nur dann mach sie durch drücke er den knopf der knopf ist gedrückt ich warte eben ein zwei sekunden dann wird wieder angemacht tja ich lass mal motor selber machen genau das was ich schon im letzten was ich in dem clip gesagt habe er hat sogar zwei fahrtfinder stiefel also zwei paar ja es ist halt ein typ mit einem schwert gegen eine zweihand axt das soll schief gehen ja 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 wir wollen hierhin zur dunklen zigorath und der gute den zeigt uns jetzt den weg du willst du dunklen zigorath ich will zu dunklen zigorath ich will zum jade litsch okay dann folgen sie jade litsch nicht zum jade imparator das heißt nee das heißt dann jade kaiser ne ja den jade kaiser den jade kaiser monkey king was machen wir eigentlich wenn wir mit dem ganzen kokolores fertig sind hier links ist so ich nehme jetzt ich nehme jetzt so ein renntrank hast du noch einen dabei ja ich habe noch zwei das hast du da hast du schon mitgenommen ja ich sagte ja gerade feiner lohne ja okay das melone kam hier nicht an in der aufnahme wird wahrscheinlich nachher zu hören sein aber ich habe es nicht gehört ja ich fragte für den fall dass du es nicht hört test was machen wir nach dem ganzen kokolores was tun wir sobald wir eine tolle neue axt haben und diese vielleicht sogar verzaubert haben und dann wieder hier sind und deine mega marmelade gekocht haben was tun wir dann als chirocco plotline weitermachen sehr gut das wollte ich als chirocco neu chirocco ja ja es soll das gleiche chirocco 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 hat er in sie kommt da gibt es überhaupt hinter mir ich will nicht allein gegen die kämpfe du bist du bist schneller als ich lass sie aber erst mal gegeneinander kämpfen eigentlich müsste es schneller sein als ich glaube ich ne natürlich daneben geschossen steinfleisch ex hier konnte ich hier mit dem mit der zweihand axt den rücken massieren und er wollte trotzdem unbedingt dich haben ja ich bin auch super anhänglich hatte hier hat gerade etwas geblinkt okay das ist nur eine kiste mit verbänden und fallen du benutzt nur druckplatten oder also dies und jenes aber jetzt gerade nichts ohne melone neu ist so dass man aus dieser melone keine waffe bauen kann erschließt sich mir nicht man kann sonst aus allen möglichen scheiß irgendwie eine waffe zusammenfrickeln aber aus der melone die aussieht als würde sie rüstungs durchdringenden schaden verursachen wenn du sie nur falsch pflückst das geht nicht ich verstehe melonen hätte es essen etwas zu essen das macht natürlich rüstungs durchdringenden schaden sind immer die stacheln von dieser ding an angekommen heiliger direktschaden aber ich danke dir ja es ist war auch an dieser stelle vom letzten clip das kann ganz gut sein aber da habe ich sie besser getroffen so ich muss noch kurz ein verband essen oder erst mal etwas heilendes ist alles verfault also esse ich ein verband der verfault nicht oh mein tomip meintopf ist auch gleich kaputt dann esse ich den jetzt so hier links ging es irgendwie rüber ne saus blitz sprint du kannst flicken flitzen fliegen das größte pferd kriegen du kannst tanzen daumeln träumen und die schule versäume brot alles das ist möglich brauchen wir brauchen wir irgendwie ein arzt für dich woher kommt das ist es nicht abenteuer land und pur guck mal da ist eine palladium da im see auf einer kleinen insel ich habe tatsächlich gar nicht auf meine hp geachtet ich wusste dass mich das wasser vergiftet aber ich hatte ja ein verband genommen gerade ja das ist ja mal wieder hardcore das ist ja wieder so typisch ich hatte entgegen gift noch am start ich glaube meine die rüstung die rüstung die ich gerade habe genau die waffe die waffe die ich habe die macht mich empfindlicher gegen gift das habe ich vergessen das ist natürlich hier in den sümpfen etwas suboptimal ich bin auch nicht davon ausgegangen muss ich ganz ehrlich sagen dass ich das auf den zustand gift bezieht sondern auf naja der gegner die gift schaden verursachen aber das ist auch auf den start wirkt das konnte ich gerade richtig beobachten das hat er gerade nach der wiederbelebung hatte ich so ich sag mal ein drittel max lebensenergie das hat keine zwei sekunden ja dann können wir uns nach dem aktuellen stand bestimmt noch mindestens 23 marmeladen hinterher machen sehr gut ich habe auch noch ein paar von den melonen eingesammelt ja das meine ich ja mit deinen dann zusammen okay so das müsste jetzt hier genau dieses gebäude sein ja konnten wir das einfach abholen oder muss man den töten ich denke das ist wie beim gold litsch du hast da was finde ich okay dann nicht aber das war das so schön das teamwork ab und zu geht das mal sehr gut wie du das viel in mein finishing move rein gepfeffert hast ich hätte ihn ohne wahrscheinlich nicht getroffen das war richtig geplant ja keine ahnung ich glaube das ganz oben mussten wir nicht mit dem fahrstuhl wir mussten nach ganz oben und dann mit dem fahrstuhl runter wenn was so rum genau im inneren des dunklen ziggurats ich kenne es nur von warcraft 3 wir brauchen mehr ziggurats das waren ja quasi die nahrung produktionsgebäude der untoten und dann hat blizzard es vollkampf vermasselt die sind jetzt richtig auf den arsch gefallen also ja alle alle ermitteln dagegen unsere laternen einfach ach so hier hinter könnte noch gegner sein event als direkt er willst du vorher ich habe gerade eine merke würdige fehlermeldung bekommen mein spiel hat sich minimiert aber gut es geht weiter warte 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 du hast kaum noch leben ich will ja auch nicht kämpfen gegen ihn so fest arzt genau er legt los dann sie her näher dich der waffe die ich für dich schmieden soll und ich werde dir sagen was sich zu ihrer herstellung benötige jetzt wähle gott ich hoffe wir haben alles mit was wir brauchen hier zahl groß sagt die groß sagt waffe der waren dafür benötigt ein stück hat man nicht ein palladium bruchstück sowie zwei zahre steine 22 in zahlen 2 ja also ein weiterer stein liegt halt in lewone und den aus hamattan haben wir mitgenommen glaube ich ja halade habe ich auch hackmann niet haben wir den hackmann niet haben bemane ich auch mindestens in lewone ja aber den hat man niet können wir auch garantiert an spitzturm holen also nochmals zum mitmeißeln wie niet ein stück hackmann niet ein palladium bruchstück zwei zahre steine ich latsch jetzt nicht noch mal nach lewone kennt auch einen zahre stein in scherose den wir uns holen können ja da gibt es nämlich also ich weiß grob wo er ist nämlich auf einem friedhof und ich weiß dass man eine flasche gabärenwein braucht und die habe ich auch direkt einem in die fresse hauen ja und ich war noch überlegen nämlich einfach provisorisch stehen aus lewone einfach mal mit ich hätte auch überlegt so und haben kommen wir das nächste mal hier her so aber gut der lewone schmied der der schmied ist ja nun mal da ja kacke mann okay dann heißt es erst mal nach geronese jetzt gehen wir nach geronese hoch dem friedhof kommen von geronese wieder zurück hierher latschen wieder hier hinten zum spitzturm zu gehen wieder nach geronese zu gehen um ihn zu verzaubern verzaubern ja und dann wieder nach berg zu latschen und von dort aus nach chirocco zu latschen und war schon eine gute entscheidung das online zu machen ach meinst du da da füllen wir die ersten halb anderthalb stunden mit mindestens ich bin frustriert ich will da hinten was umklatschen ich habe keinen tee bei ich aber ja wir schaffen es auch ohne hat da was nettes dabei melode apropos ich kann hier meine auch mal abwerfen ja ja dann okay dann bin ich gleich überbeladen aber ist egal das halte ich aus in die tasche verschieden so ansonsten kannst du hier auch die marmelade direkt kochen das liegt ja weniger ich will habe ich denn jetzt gerade wenn wir noch zwei stück finden dann kann ich zwei marmeladen machen aber obwohl wir kommen ja auch noch mal hierher also ich glaube ich würde tatsächlich die marmelade erst in hier zu machen wollen okay dann hält es länger auf uns zu gut ist das ja volles konfetti ok gewürzkäfer muss es doch noch mehr melonen geben guck mal haben haben wir uns schon mal diese diese ruine da hinten rechts angeschaut wenn wir schon hier sind ja keine ahnung ich kann mich jetzt zumindest aktiv nicht daran erinnern oder sind wir da ich glaube da sind wir mal wir sind noch glaube ich mal gestorben und da drin aufgewacht kann das sein keine ahnung ja das sieht fast danach aus palladium zieht halt aus wie jede andere ruine auch nichts interessantes in der truhe könnte man zur not wahrscheinlich sogar von einem händler kaufen es geht ja nur um einen das kommt direkt auf mich zu das ist suboptimal das muss ein schmerzhafter tod sein das ist der moment wo du sagst das war zu grausam das war zu grausam pfeilen popo aua aua mit so einem auge schlimmer ja weiß ich nicht weiß ich nicht wenn der pfeile popo zu deinem zu deinem tode führt definitiv zum tod pfeilen popo gibt auch so ein großartiges spiel jacket aliens nennt sich das das gab es ja gerade kostenlos ne ja genau die gold edition und da gibt es so eine komischen käfer viecher wenn man das sci-fi modus spielt den ich nur empfehlen kann ok und die haben ihr hirn am arsch die ganze zeit musst du eigentlich um am meisten schaden zu verursachen kopfschüsse verteilen an die gegner kämpfst du aber gegen die viecher ist das effektivste eine schrotflinte schrotflinten schuss an den arsch ok es kam direkt auf uns zu ja so hatte der hatte auch keine melonen da hinten ist noch einer da hinten wäre noch einer der ist zwar gerade arg beschäftigt damit gegen die kiste zu rennen aber das war mal ein richtiger execute das waren execute hier muss es doch noch irgendwo melonen geben ja wie gesagt wir kommen jetzt zur not auch noch einmal hierher ja aber ich meine ich habe es doch direkt noch irgendwo da 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 die lohne ich habe auch noch vier gabären jetzt noch mal ja das grundmaterial benötigt ich brauche drei proviant denn natürlich habe ich so hier brüderlich geteilt super 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 schön dass jetzt von berg nach monsum gegangen sind und jetzt an berg und hammertal noch mal vorbei wieder zurück nach hierzu zu gehen ja als du gerade an deiner kamera glaube ich zugange warst als wir von levan wegging habe ich auch schon gesagt wie viel sinn das machte dass wir von levan nach berg gehen um dann noch zu monsum zu gehen das genau das gleiche ja ja oh mein jersey ist komplett verfault das macht doch ich habe nur zweimal rucksack übergewicht ich finde es halt auch blöd dass wir mehrere tage unterwegs sind unsere sachen hat alle verfaulen können aber die tatsache dass wir in den tagen rasten würden und nicht drei tage durch pen nicht berücksichtigt wird und wir in keinster weise geheilt sind hey ich bin doch nicht fertig mit dir was ist los bei dir was ist los brudi ich habe heute sehr wenig lebenspunkte und ich glaube meine achse ist schon wieder gepackt ich mache kaum noch schaden auf die dudes ich hasse es ja die runen spielen mal wieder ihr eigenes lied jetzt 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 ein ausdauertrank und ein pilzriegel für dich wollen wir einfach einmal kurz rasten dann also muss nicht jetzt sein aber wir können das ja eben da vor dem geister pass machen wir müssen sowieso durch den geister pass durch ja wir sind jetzt da und dann heißt das geister pass das heißt einfach nur festung aber wir haben eine gemütliche ruine direkt vor dem mein gott denn 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 ich brauche ein tee der vor kälte schützt denn 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 der vor kälte schützt oder habe ich ein witterungs gebräu gehalts abwerfen guck mal hier da geil bitterer tee bester tee ich das schon wieder sehe oh ich brauche den schatten auch okay das ist neu das ist die einzige sache die ich shiroko nicht vermisse die kälte au wie sehen die melonen aus ja ich mache nur noch acht schaden mit der axt okay wow ich kümmere mich mal um den wendigo hier oh mein wendigo habe ich ihn mit dem er okay ich wollte gerade sagen habe ich ihm schon mit dem ersten schuss umgebracht nein es hätte mich auch sehr gewundert du darfst gerne nochmal auf ihn schießen ja ja ich hatte noch eine falle gezaubert falls er hier hinkommt ah ja gut okay na freust lieber ich bin tot und jetzt kommt er auch dahin ansonsten wäre er hier geblieben hör auf dich zu bewegen wenn du tot bist holte überreste kleiner saphir ja dann mach du uns mal ein lagerfeuer gleich wieder in ja ganz schnell dabei knack weil unsere alten lagerfeuer da oben dürften ja wahrscheinlich auch schon nicht mehr da sein gucken wir mal das ist eine gute frage nö ist weg ja aber der platz ist so gut wie eh und je ja zack oh ich habe natürlich jetzt kein zelt was richtig geil vor kälte schützt ich auch nicht aber da fahren wir da ja das lagerfeuer genau so zelt die zelt zelt die kommt dahin ich hab den zelt fast gar nicht erkannt so mein kochtopf natürlich sein kochtopf los geht's jerky jerky äh du hast es noch gabären ne ja aber ohne gabären kann oder ohne gabärenmarmelade geht das natürlich mit den milonenmarmelade nicht ja hier bitteschön da an die insel ok dann kann ich eine schon mal gleich machen very good again super so wie schauts aus also sechsmal weinen das heißt ich kann mir das hier ruhig Moment oh gut nehmen wir das direkt wieder runter knack so hier pilzriegel die futter ich jetzt einfach mal da wir nicht ewig rasten können so ich geb dir noch zusätzlich hier zwei warte mal tut 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 ja schade ich hätte gerne noch mehr fähigtee gehabt aber ich geb dir mal mineraltee da mineraltee innenkopf wer prügelt sich hier niemand denn doch genau hier vorne schlafen zwei banditen machen einen vogel kaputt oh nein dann sind die heftig und die zwei feuer werden nicht dazu beitragen dass sie uns hier finden niemals hier ach ja ja oh das wäre doch cool wenn es dann doch hier noch irgendwie ein DLC gibt wo du wirklich mal die survival mechanik richtig ausreizt das heißt vielleicht so ein regions level was halt eher schlauchartig ist wo du halt wirklich wirklich lange laufen musst um zur anderen seite zu kommen ja du willst du hast du auch mit da bride ich verstehe das habe ich nicht gesagt aber gemeint vielleicht vielleicht Eicht. Auf jeden Fall. Viel Eicht. Oh, Banditen! Nein, hier Banditen. Der hat das Kommen sehen. Sie haben mich gesehen. Und ich auch. Ah, endlich. Endlich geht's wieder. Ah. Ja. Das ist ein guter Start in den Tag. Das ist früher im Feuerlager immer so warm. Erstmal die guten Morgenracks beiseite putzen und dann gibt's Kaffee. Ja, bei uns war es immer das OV. Also das OV hat natürlich die Orks bevorzugt. Ja, natürlich. Hätte ich auch. Und die Hälfte der Orks ist gar nicht erst aufgestanden. Es ist ja zu anstrengend gewesen, sich diese Maske überzustreifen. Ja, ja. Ja, wer hohe Ansprüche hat, ist nicht wahr? So. Oh, Geister-Firmus. Interagieren? Genau, wir müssen das eigentlich nur aufmachen. Ich hab mal die Geisteraugen mitgenommen. Sehr gut, das Teamwork. Den kleinen Saphir hab ich mitgenommen. Sehr gut. Guck mal, hier, abbauen. Dann kriegst du vielleicht ein Hakmanit. Ah ja, da können ja auch Hakmaniten kommen. Diesmal nicht. Hier unten gibt's ja noch ein paar mehr davon. Glaube ich zumindest, oder? War das so? Ich will jetzt nicht alle durchackern. Ich wollte jetzt hier eigentlich direkt wieder raus. Ah, da haben wir gleich den Panzerschreck. Ja. Den schaffen wir auch. Easy peasy. Na, nee, der ist viel zu stark. Müssen wir jetzt wieder zehn Fallen für aufstellen? Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Mein Beutelübergewicht. Hast du schon wieder zu viel Zeug eingesammelt? Ja, ich hab ein Firnis eingesammelt. Also ich hatte kein Beutelübergewicht, sondern ein Taschenübergewicht. Weil Firnis bei mir direkt in der Tasche landet. Ähm, Mineraltee? Nur so, weil kalt. Nee, der Mineral... War doch der... ...wittere Gewürztee gegen Kälte. Genau, den meine ich ja. Hier ist gar kein Panzerschreck. Der versteckt sich bestimmt, oder? Ah, ja, ja. Ein Panzerversteckschreck. Sag mal, Newton postet irgendwie mit dem Dach verteilt. Echt viele Sachen. Wie viel veröffentlicht denn dieser Pinguin-Master auf seinem Kanal? Der ist krass, oder? Ich hab den versteckten Panzerschreck gefunden. Der war gar nicht mal so gut versteckt. Hätte ich gefunden. Ich hab ihn gefunden. Dreh doch die Sachen nicht um. Achso. Ich hab den Schaden gemacht. Hast du schon was, Dan? Bring ihn zu mir. Okay. Oh, shit. Den letzten Schlag muss der unbedingt noch setzen, ne? Ja, ja. Und ich dachte, ich krieg ihn dann noch unterbrochen, aber er hat meinen Angriff auch nochmal überlebt. Aber nice. Aber nice. Schreckensschirr-Team. Ja. Schönes Ding. Ich werd kurz ein Verband essen. Ich esse eine Rune. Oder zwei oder drei. Morgens halb 10, denn es zert so. So, und hier soll es eins von diesen Gräbern geben, mit denen man interagieren kann. Okay, so viele Gräber sind gar nicht hier. Das ist es nicht. Geisterauge. Das scheint es auch nicht zu sein. Das auch nicht. Ja, hier sind Dings, so eine Viecher. Wollen wir das weg machen? Wäre gar nicht so verkehrt, oder? Ja, denke ich auch. Natürlich. Natürlich. Natürlich was? Natürlich hat er sich vor ein, hinter ein, vor ein Hügel, ja hinter ein Hügel verpieselt, damit ich ihn nicht treffe. Okay. Okay, du redest von anderen Viechern als ich. Ja, dann haben wir beide Viecher gefunden. Ja. Boom, boom. Und halt einige. Quatsch. Ich hab irgendwie während der Aktion doch einen Treffer abbekommen. Uncool. Come on, Mistvieh. Oh, das hat mich getötet. Instant. Ich hab gerade einen großen Heiltrank genommen. Und auf einmal haut es mir einfach voll in die Fritze. Und ich bin direkt platt. Okay. Das ist uncool. Ah. Ich weiß nicht, ich mach das auch Giftschaden. die einzige erklärung die ich da war also hat jetzt bestimmt 55 prozent meiner lebensenergie also irgendwas an sieben und das noch mit einem starken macht nicht schön auch nicht jetzt habe ich voll den überblick verloren in welchen gräber nicht schon war jetzt noch eine fangstrecke das mit ihm nicht richtig ist schon gegen zwei jenen gekämpft da liegt also auch noch fleisch dementsprechend rum ich habe es glaube ich gefunden ja hier steht zumindest lesen drück mal diese stelle markiert den ort an dem war nasse war nasse war nas der rechtschaffende sein leben hinter sich ließ seinen letzten worten ware trinkt ein auf mich partner du erweist der verstorbenen respekt und schickst dich und schickst dich an weiterzuziehen jetzt kann man hier weiter und ich kann jetzt eine flasche gabärenwein trinken eine flasche gabärenwein über den stein ausgießen oder deine waffe mit gabärenwein überziehen jetzt machen muss ich nachgucken okay spürst eine seltsame präsenz hier als würde jemand neben dir stehen deine flasche gabärenwein fühlt sich heiß an was ja tust du also auf dem grabstein stand ja trink ein für mich über den stein ausgießen selbst trinken oder ich finde das sei das letzte halt also ich würde jetzt einfach die flasche trinken ja weil die aufforderung auf den stein ja das zweite ist glaube ich falsch dann wird man sie wahrscheinlich einfach nur verlieren aber auf das dritte komme ich gerade nicht klar ob man denn irgendwie ein waff kriegt oder so deine waffe mit gabärenwein überziehen vielleicht gibt es für vielleicht ist es so ein einmaliges ding du musst das richtige machen und bei den anderen beiden kriegst du halt andere sachen ich trink mal wärme durchflutet dich und du hörst ein sanftes lachen das nicht das knurren deines eigenen magens ist du kannst nur versuchen dieses warme gefühl heil zu überstehen und dich einfach treiben zu lassen als die wärme und das lachen nachlassen fällt dir ein leuchtendes juwel auf den grab mal ins auge du bist dir sicher dass es eben noch nicht dort lag ist es jetzt in einem inventar keine ahnung mal gucken ja das ist mein inventar gelandet ich habe auch keine ab oder sowas bekommen von wegen wärme ich hätte es echt interessiert was passiert wäre wenn man wahrscheinlich nichts wahrscheinlich ist das einfach nur so ein haja ding lasst uns mal zum klügel vielleicht hat er noch hat man nicht das sehr gut gut und da kommen wir drauf ja ich mein gut wenn du den den grab stein findest ja trink einen auf mich da kann man schon auf gabärenwein kommen einfach weil es nicht so viel alkohol gibt oder was auch immer glaube ich der einzige oder ich glaube ja aber allein die tatsache dass du einzig und allein mit diesen grab stein interagieren kannst ist schon so ein bisschen fies nur so ein bisschen ein bisschen so ein bisschen hat man nicht man könnte auch nachts ja zu reisen dort ist garantierten händler der hat man nicht hat oder wir haben vielleicht sogar noch in der truhe ein bisschen hat man nicht das könnte auch sein das könnte auch sein moment ich glaube ich bin an den richtigen ja auch schon vorbeigerannt ja der ist hier links der ah ja der warte ich nehme die gabea noch mit du tja tja ja 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 ah kennst du den naja ja ja die erpel hat das immer gesagt ja 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 jetzt mich in ruhe aus geht's hör mich an nein sie hat keine tommitten aber keine aktie okay ich weiß wo man hat man nicht bekommt woher bei unserem lieben gold leash ja man denn das habe ich doch vorhin gesagt zur not kommen wir wenn wir wieder nach monsohn kommt vielleicht zur not gehen wir noch mal zum spitzturm und holen ja ja verkauf das doch nicht als eine eigene idee denn doch sonst hört mir doch keiner zu also ich sagte die die vampir war für die ist echt geil die die stellte das verbrannte die verbrannte ausdauer halt immer wieder her ich weiß nicht ausdauer nicht verbrannte lebensenergie ich hör dir zu so geil so geil ich kann mit bögen hier nicht so gut um also wenn ich mit bögen schieße dann wechselt der immer zwischen dem zum modus und auto im modus hin und her jedes mal nachdem ich ein pfeil verschossen habe das ist nicht total das habe ich ja noch gar nicht das habe ich also absolut nicht also ich habe das eine zeit lang genutzt bögen immer mit den ausweichschuss den fand ich sehr gut ja aber alles andere dieses normale schießen und so ja das ging auch mal aber so richtig im aktiven kampf den zu benutzen haben wir dann doch zu anstrengend so also zurück nach monsohn in die heiligen sind ja jetzt auf tata habe ich noch so eine rennen essen ja nämlich das wenn du das jetzt nimmst dann nehme ich das jetzt auch noch mal eben noch schnell was trinken ach das war das falsche trinken ja okay egal das falsche trinken was hast du ja brachwasser nein ein bisschen magisches wasser nein das magisches wasser mit wofür denn da ja einfach so regner ja stimmt aber das wollte ich eigentlich gar nicht trinken passiert den besten mir öfter ach ja wenn es dunkel ist immer schön die lampe anmachen damit auch die da draußen irgendwas sehen können wenn doch die räuber gar nicht direkt auf uns zukommen welche räuber genau genau denn das ist die richtige einstellung ohne kiste auch was süßes auch was süßes okay es ist eine miasma oder unten mit meintopf brauchst du eine eisflammfackel die brauche ich ja jetzt wie ein loch im kopf immer zur richtigen zeit meine freund immer zur richtigen zeit immer ja so ich guck mal eben wie viel gabären ich habe ich hoffe dass ich jetzt noch eine weitere marmelade machen kann ja beim klümmel da waren bestimmt noch drei vier büsche mit gabären ja ich habe alles alles woran ich vorbeigekommen bin habe ich abgeerntet aber ich glaube es fehlt eine beere ja ich habe noch eine hier ja gut nein jetzt habe ich aus versehen gabärenwein getrunken aus versehen du kannst doch unsere reise bloß einfach nicht ertragen gibt es doch so ja das stimmt das ist der grund warum ich ihn mit hab auch wenn das mal hier noch ein bisschen was zu kloppen vielleicht finden wir hier auch direkt noch mal hakt man nicht okay ich hasse das bleibst du denn einfach rück links von hinten erschlagen hat sie schon wieder zu okay hallo geist hallo geist habe irgendwie interessiert er sich mal wieder nur für dich muss man doch irgendwie mit dem fahrstuhl fahren so ich guck mal eben schnell noch die tru hier hinten an dann können wir weiter gehen mal kein hakt man die drin damit wir haben mit dem scheiß geschwommen ja nicht gemerkt hast du den hebel schon gehebel hier ja ich habe den schon gehebelt den hebel und dann hast du hier direkt eine schöne oder mit dem schwert voran in mein axtblatt springen mit dem schwert voran in mein axtblatt springen mit dem schwert voran ins axtblatt hier ist der fahrstuhl und da ist noch ein geist und der geist ist tot aber da unten im teich waren ja noch mehr ja ich mache mich auf den weg zu dir bist du schon da denn ja ja ist auf das explodiert noch doch nicht mehr okay wieso explodiert das explodiert meist noch hinterher ist mir vollkommen unbekannt aber das muss nichts heißen palladium war da oben noch ne also nicht ich habe hier mal gestein ja palladium palladium hast du den hebel gehebelt ja sehr gut 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 hugo warte mal warte mal masturb can da ganz Ja, das war ja so doof. Moment. Hebel. Na. Hebel. Gehts? Ja. So, dann nochmal Hebel, Hebel. Einmal, nicht zweimal. So, danke. Ich lass den mal den Geist machen. Der ist da besser drin. Er kommt zu dir. Jetzt. Was hab ich noch getroffen? Eine schwarze Plattenrüstung. Die wird natürlich gerne mal mitgenommen. Brute Alagoa. Ich mach einfach alles mit. In dem Geist gibt es noch eine Feuerfeuernis. Ja, gut. Gut, genau. So viel Stoß. Ah, ich könnte doch einen Jerky essen. Okay, den hatte ich noch nicht. Bereits bekannt. Luft abwerfen. 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 Nein, braucht keine Abwerfen. Na ja. Ja gut, schade. Hätte er klappen können. Ja. Gute Chance hätten wir noch im Ann-Merker-Gebirge. Aber es hat auch nicht hundertprozentig gewährleistet. Ja. Ja. Also da ist es leichter, den uns gleich vom Spitzturm zu holen. Ja, leicht, leicht. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach hundertprozent. Ja. Leicht ist es trotzdem nicht. Wir müssen auch erstmal hinlatschen. Ja klar. Wir müssen uns durch diese ganzen Gold-Jungs da durchkloppen. Aber Ann-Merker ist halt noch weiter weg. Ann-Merker? Oh Gott, ich habe gerade das falsche gesagt. Ich meinte Konflux-Gebirge. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Du hast Ann-Merker-Gebirge gesagt. Ja. Natürlich können wir auch stumpf ins Konflux gehen. Soweit ist es ja nicht weg, ne? Wir sind ja quasi direkt da. Ja. Okay, dann machen wir doch einmal kurz Konflux. Konflux machen. Und Fluxi. Äh, warte, warte. Unser Kumpel da in der Nähe, der war ja da schon ein paar Mal. Ja, kannst du nochmal eben eine Lagerfeuerausstattung machen, bevor wir dann da gleich reingehen? Ich habe doch... Ah ne, ich musste ja beide benutzen. Äh, welchen Weg wollen wir denn da gleich reinnehmen? Ach, das ist mir ja so egal. Ist da ein Händler? Nein. Sicher? Das ist nur ein Karren. Mehr ist es nicht. Ach ja, hier stand ja mal auf der Karren einzeln rum. Genau. Hier ist auch der Händler. Echt doch. Der tote Händler. Gut. Das habe ich jetzt nicht ausgeschlossen. Aber der Händler könnte da oben sein. Er könnte. Er könnte überall sein. Ja. Dip, 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 dip. Guck mal, vielleicht ist schon hier der Hagmanid drin. Das wäre schön. Oh, ich muss mir eine Reite hier trinken. Ich bin nicht schwer so unterkühlt. Okay. Flammenzauber. Aber wir können doch sowieso in die Kammer. Dann kannst du dir noch den Kältezauber da, glaube ich, holen. Für Chirocco dann halt, so gesehen. In Kältezauber? Was? Ja. Ich meinte, dass man den hier in der Konfluxkammer von den Typen bekommen konnte. Was für einen Kältezauber? Der heißt Kälte, oder? Ja, Kälte. Das ist ein Gesicht mit der Macht erhöhten. Also ein Sägen. Ja, ein Sägen. Hm? Kälte sägen, äh, Frostschaden, Frostwiderstand erhöht und schützt dich bei warmem Wetter. Ah, schützt bei warmem Wetter. Das wusste ich nicht. Das ist nice. Da sind Räuber, sie kommen direkt auf uns zu und so weiter. Okay, sie stehen da gerade und machen Pause. Aber sie würden, wenn sie könnten, direkt... Tun sie doch! Herr Schmerzer. Ähm... Ähm... Für... Dein Reiseproblem dabei. Von wegen fliegender Händler, sondern fliegende Banditen? Ich mag Wuchtwaffen. ich spiel nie wieder was anderes was spielst du? ich spiel nie wieder was anderes nur noch Wuchtwaffen wo es immer geht guck mal hier ist noch ein Hackmanid mögliche Quelle ja da war einer drin ja ok trotzdem müssen wir sowieso immer mal kurz rein wir müssen nicht aber gehen wir nehmen mal einen kurzen Weg irgendwie weil ich bin total unterkühlt und ich habe jetzt keine Lust ich muss jetzt noch was abwerfen das wird scheiß nicht ich habe jetzt keine Lust mir noch eine Erkältung zu ziehen und ich will auch jetzt nicht den Wettertrotzen Trank trinken wegen den 5 Schritt jetzt weißt du ja ich glaube der kurze Weg der war der da unten ich glaube der war tatsächlich hier unter der Brücke der blaue Weg oder oder der heldenhafte oder was ja ja genau ich brauche jetzt nicht um eins oder zwei ja genau ich würde den blauen nehmen wo ist denn der blaue keine Ahnung an dieser Brücke war ich noch nie episch was ist da für ein Weg der heldenhafte Pfad da rein da rein da ich glaube den hatte ich noch nie rein da bevor ich unterkühle weil der heilige Pfad war der ganz kurze aber gefährlichste wohl angeblich und der blaue war ja der rätselige und ähm wo wir Sefier fast geopfert hätten was wo Sefier uns geholfen hat am Anfang allen Platz zu machen das war nicht der blaue sondern der heilige der Sefier heißt weiß ich nicht aber da war einer der uns geholfen okay die Framerate ist hier echt geil die hat hier gewartet die Wurst sind au natürlich hat sie mir den jetzt auch nochmal reingewirkt ich war schon auf drei Meter ran ich dachte das wäre jetzt irgendein NPC der uns jetzt sagt herzlich willkommen hier in dem Teil äh und bla und geht da mal hin und seid mal drauf weil ihr werdet heute Magie lernen und guck mal wir klettern das Seil hinauf oder auch nicht ach ich habe ja noch Holz drin sechsmal deshalb habe ich so viel Gewicht ja machst du dann ja kannst du ein Lagerfeuer machen kann ich machen ja deshalb habe ich ja das Holz mit kann ich kochen so Gabärenmarmelade Marshmellonenmarmelade und Reiseproviant und nochmal Reiseproviant und nochmal das genügt okay gut ich habe wieder 15 Kilo weniger an Gewicht das ist gut was nur im realen Leben so wäre Alter ich habe hier tatsächlich ganze Zeit nur 20 bis 25 Frames pro Sekunde ich muss irgendwas ziemlich krasses vonstatten gehen was ist falsch der Witz wird einfach nie alt okay jetzt ich glaube es fühlt sich nur gefährlicher an als es wahrscheinlich ist Alter Alter das war mal nicht nett schade meine Axt ist schon wieder komplett schroren oh hier sind Fallen übrigens ja okay danke für den Hinweis ich habe das jetzt extra demonstriert damit du mir auch glaubst ja danke ich dir sehr drum das hätte ich nämlich ganz oh hier sind Fallen pass auf oh scheiße wir waren oh Gott hier sind ganz viele Wege und hier sind Schalter okay ja oh okay ich hätte nicht gedacht dass ich okay ich bin in ein Loch gefallen aber ich heiße halt auch zartrisch oh mein Gott das passiert mir ständig und ich habe einen Stein gefangen der merkwürdig aussieht oh oh was ist denn das für ein Stein er kann sich bewegen super und schon habe ich keine verbrannte Gesundheit mehr ich wusste gar nicht dass es diese Leitung auch hier gibt was für eine Leitung die äh Kohlen 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 was denn hier los Achtung hier sind auch Fallen danke Ari du hast du sehr gut demonstriert oh okay ich geh mal der Acht ist halt vollkommen Müll oh okay 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 Stab des Gelehrten ist da drin Halbmond Sense gelernt hm 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 der da unten ist das haben wir schon mal gesehen dieses dieses äh diese eingestürzte Gang von der anderen Seite da unten schon mal gesehen ja von unten okay ich hatte von der anderen Seite da hinten vielleicht wo geht es weiter ach hier hier ist ein Hebel den man hebeln kann und dann kommt man hier wahrscheinlich einfach nur wieder dahin wo man gerade war bevor man in das Loch gestürzt ist wahrscheinlich aber da oben gab es noch mehr Gänge und Fahrstuhl ähm ja ja da gab es einen richtigen Fahrstuhl aber das was ich als Fahrstuhl gesehen habe war ja am Ende auch nur ein Absturz ach so hier hier ist der Fahrstuhl den ich meine wo geht es hier hinten lang keine Ahnung hier geht es hoch sind wir von hier gekommen ne ne nein nein definitiv nicht ne definitiv nicht ich mache einfach nur keinen Schaden und so rum war das ich helfe dir da mal keine Pfeile mehr obliterated ha ich hab's endlich eingespielt haha obliterated für den für den wirklich für das kleine Kackvieh ja hier gibt es zwei Hebel was passiert wenn ich den hier hebel dann fährt er da runter und bei dem anderen Hebel ich fähre da hoch traum wenn ich den hier hebel kann nicht mehr hebeln hat er noch höher dann geh mal da hin oh nein das ist gleich wieder so ne we were here Situation dass du mich gleich in die Lava fährst ja genau ich hasse dich das ist schon klar oder von tiefsten Herzen ich bin drauf so dann ziehe ich mal an dem Hebel äh das ist ja aber auch voll bescheuert den kann man tatsächlich alleine gar nicht benutzen ja ach ah den musst du hochfahren damit du das als Brückenelement nutzen kannst um hier durchzugehen und da geht es dann in die Konfluxkammer ja ok ok ich bin jetzt gerade nicht mehr drauf ok irgendwie muss ja der zweite Spieler da halt auch hinkommen kommen wir nochmal runter ja aber das ist ja nur einer von den beiden Aufzügen ne ja und nu irgendwie muss der zweite Spieler da hochkommen du lässt mich einfach du lässt mich einmal komplett runter stopp stopp oder lass mal eben ich guck mal eben ganz kurz was hier ist guck mal was da geht gar nix da ist null na da niente so dann lässt du mich jetzt noch einmal komplett runter und dann fährst du den wieder ganz nach oben und dann kommst du runter ach so so ist das gemeint man muss also gar nicht mit damit hochfahren ne den brauchen wir halt oben als einfach wirklich als Brückenelement ja hier ist er also wir können einmal hier rein und hier geht es auch nochmal einen Gang lang ja dann gehen wir erstmal da den Gang lang oh hier gibt es noch ein Seil zum hinaufklettern noch ein weiteres ok aber das ist hinunterklettern wieder wo kommen wir hin ist das die andere Seite ne ne das ist die andere Seite oh ich hab einen Stein gefunden oh das ist noch ein zweiter Stein okay hoxy viele steinchen das lief gut auch wenn ich gar keinen schaden machen du regel ist das hier sehr gut alleine wenn du sie ablängst dann geht das auch für den hier aufbauen dann haben wir glaube ich alles erledigt da war auch ein hackmanni drin das war eine großartige idee gewesen hierher zu kommen er hatte die noch gleich weil ich ja nur scheiße erzählt hat mit merker gebirge dass du auch so super souverän gesagt hast so voll weit weg nicht etwa wie was merker gebirge spinnst du gibst doch gar nicht hier gibt es doch bestimmt auch gleich wieder steinchen oder ich brauche ich glaube ich brauche einfach nur eine andere grafikkarte es ist ein verdammtes schalter rätsel oh man ich hasse sowas jetzt habe ich nicht aufgepasst das müssen wir jetzt tun ich dachte du hast es schon voll durchblickt ja auf die andere seite kommen wir doch hin glaube ich oder ouch verdammt wir müssen halt jetzt einen höher erfahr mich mal ein höher na super dann fahr jetzt mit dem runter dann kannst du mich abholen mit wem soll ich runterfahren dem fahrstuhl ach so scheiße ja in die bin ich auch gerade reingetreten es ist echt lange her dass ich bluten hatte hast du noch verbände ja mehr als genug ich benutze sie bloß nie da geht mir ähnlich genau und hier ist das brücken element drinnen ja super da war doch ganz einfach weswegen zu welchen zauber sind wir eigentlich da ich habe nur für den kälte und versessenheit also du solltest und also du solltest von irgendeinen von den typen kälte bekommen können und deshalb für shiroko einfach super praktisch ich vertraue dir da voll und ganz wenn da eine ahnung von hat dann ja wohl du ja weiß ganz genau was gleich passiert wenn ich das dann ich kriege oder vertraue mir denn wir kommen wir nicht durch ja wir müssen hier rechts unter den rest kennst du doch ja geradeaus oder willst du den dino kaputt machen denn ich will mein wasser auffüllen was ist das für nekst wieder kann in regeln na ja doch hochgefunden wissen wir da hochgekommen ich schaffte es so natürlich nicht wieso habe ich die eis fackel angelegt ich habe die eis fackel angelegt wieso denn das denn das frage ich mich auch oh das war das war eine super idee den bogen auf eis zu machen weil er jetzt verlangsamt ist ja nice ok tot ist er er hatte nur damals diese idee gehabt das so zu machen ist ein cooler typ gewesen sein ja ich hatte ja die option reingegeben dass man das eine oder das andere machen könnte also ja hier sind wir wieder nur ein blutpilz gegönnt ich habe gerade lootpilz verstanden ja auch das ein lootpilz ich verstehe ja auch das so äh ja na von dem nicht ne glaube ich nicht der ist einfach nur richtig zu so gucken wir mal hier ist keiner hier steht einer die magie ist die waffe ja 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 ich möchte was lernen ich kann dir zeigen wie du herrschaft über die kälte erlangst kälte sägen einverstanden hier ist dein geld hör mich an kälte wurde erlernt ein träumchen supi ich stehe da auch an einer drin keine ahnung ob du von dem was noch nö hab ich auch nicht willkommen ich bin ein wächter der heiligen linie aber hier gibt es ja noch den flammenwerfer den ich in dem durchgang auch nicht habe ja gibt es hier oben direkt an der quelle du kannst in einem unserer boot an die oberfläche zurückkehren konnte man die küche unten benutzen ja oder nein vielleicht genau das sind die beiden möglichkeiten so kann ich irgendwas weghauen was ich nicht mehr brauche und mir platz wegnimmt das kommt weg das kommt weg das kommt auch weg das das dann nehme ich das als gold einen goldbarren mit so so da ist er wieder du kannst in einem unserer boot an die oberfläche zurückkehren ja ja danke danke für die info hier nehmen all meinen scheiß was ist das was ist das ektoplasma das wollte ich glaube ich behalten aus irgendeinem unerklärlichen gerüten ich glaube ektoplasma war eine schirach ressource die man für irgendwas gebrauchen kann ah ok hat man nicht kann ich verkaufen mal brauchen wir nicht ne brauchen wir nicht ganz bestimmt nicht kannst du weg hau weg hau weg den scheiß das wäre ich wieder ein bisschen leichter ja 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 ansonsten alles super dann rennen wir jetzt hin machen dir die zarwaffe und dann merken wir oh wir müssen ja zum geisterpass nochmal wieder zurück das merken wir dann erst ja gut ok naja dann ist es dann ist es aufheiternder dass wir die zwei stunden für den scheiß aufgewandt haben ja krass ne ich hoffe das lohnt sich also wenn die zarwaffe jetzt natürlich schlechter ist als meine aktuelle wache das wäre natürlich ärgerlich kann natürlich auch sein oh ein brauchtest du blausand ne ich hab kein mineraltee mehr ach ne der bittere gewürztee der bittere gewürztee der herr ja die sind doch sogar farbig markiert junge ja aber ich kann kommt immer mit der wirkung durcheinander welcher tee jetzt nochmal genau was macht ja ich weiß du merkst du das alles ja dafür merkst du dir das bastelzeug oh ein bisschen was man tut was man kann so ich brauche ein bisschen leben ach man was war das denn jetzt ne meine achse ist halt kaputt ich mach nur noch 8 schaden ich habe eine volle breitseite erwischt der hat es nicht mal gemerkt so warte mal das spiel ist so nahkämpfer unfreundlich das ist unfassbar ja krass einfach also wie früh man eigentlich mit zauberei halt richtig raushauen kann aber wie spät du halt erst überhaupt deine waffen halt vernünftig kriegst ja selbst wenn du vernünftige waffen hast die gehen ja alle kaputt ja sie bringt ja die geilste waffe nichts ich hab die ja vorhin wo wir gerastet haben fast komplett repariert gehabt mhm und dann zerklopfe ich zwei drei räuber und die ist sofort wieder essig und dann geht der schaden von 55 auf 8 runter das ist halt schon so und ich habe ja schon die die perks hier ja ich weiß nicht ob es dann noch einen besseren gibt wenn man den durchbruchspunkt investiert dass man vielleicht seine ausrüstung weniger verbraucht möglich aber erstmal so auf den ersten blick ist das allerdings nur guck mal ich hab den blauen pfad gefunden ja ich bin stolz auf dich ich weiß das das ja 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 Ich bin nicht so schnell. Ein brauner Gewürzkäfer. Und was bitte? Räubasse. Räubasse? Du hast Räubasse gefunden? Ja. Du weißt, dass du nun geradeaus gehen musstest, oder? Ich bin geradeaus gegangen. Ich habe keine Räubasse gesehen. Ist er nicht das erste Mal? Das dementiere ich nicht. Das wird doch nicht das letzte Mal gewesen sein. Dass ich das dementieren muss? Genau. Oh. Aber doch, das mit der Kamera, das ist jetzt stabil. Also ich habe sie einmal direkt deaktiviert als Quelle und dann neu aktiviert. Das hat geholfen, auch wenn ich danach die Videoeinstellung nochmal neu machen musste. Aber das ist ja mit ein paar wenigen Klicks getan. Was ist das für ein Quatsch, dass ich in dem See kein Wasser sammeln kann? Was? Nein! Weißt du? Oh, fuck! Nicht einmal das kannst du? Ich habe mir extra ein Lagerfeuer gemacht, dass ich das Flusswasser kurz abkochen kann. Und dann trinke ich es. Hast du dir unten kein Wasser geholt im Kern? Im Flusskern? Ne, da war irgendwie so ein Dino, der mich angegriffen hatte. Ach ja. Hm. Schade, dass den keiner weggemacht hat. Ich sehe da hinten rennen. Ein kleiner schwarzer Pixel mitten in der Schneewüste. Wie komme ich da jetzt rüber? Du kannst über das Gebirge rüber. Ich weiß nicht, hier gibt es angeblich einen kleinen Pfad. Ja. Ohne Problemos. Angeblich. Ich bin jetzt auf... Ne, das sieht einfach so aus. Dann gehe ich ein bisschen wieder nördlich. Kriege ich es noch hin, noch vier Bären zu finden? Ganz bestimmt. Äh. So, da bin ich. Kuna abt. Kuna abt. Kuna abt. Teamwork. Er kriegt halt einfach mal ne Nackenmassage mit diesem riesigen Ding. Dann steht er noch so, Au, Aua, was war denn das gerade? Und dann kriegt er so kleinen Pfeil auf den Geil des Geils. Und dann kriegt er so kleinen Pfeil auf den Geil des Geils. Und dann kriegt er so kleinen Pfeil auf den Geil des Geils. hier wieder fertig machen, die ich eingesammelt hab. So, wie komm ich denn da jetzt hoch? Da. Ob ich noch Gabären Marmalade habe? Also ich hab acht Gabären. Ah, da. Ich hör was. Du hörst was? Ja, ich hör's knistern. Ach, das ist die schwarze Plattenrüstung, von der ich so viel gehört hab, okay. Mal eben Kramotten gewechselt und schon wieder zehn Kilo weniger. Die biegt einfach mal neun, zehn und meine Rüstung biegt acht. Und sie ist kaum ein Stück besser. Aber sie hat einen Widerstand gegen Kälte von zehn. Das ist eigentlich ziemlich nice. Da halt ich dir erstmal an. So, hast du noch genug Proviant? Äh. Jau. Jau. Perfekt. Hebbisch, hebbisch. Cool, jau. So. 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 Ja. Das heißt jetzt wieder in die Ziggurat. Und danach wieder hier zurück. Hex, hex machen. Mhm. Und dann wieder nach, die dann aber wirklich nach Merka. Und von dort aus dann nach Chirocco. Und dann machen wir endlich was Spannendes, ja? Ja. Kochen in Chirocco. Alles klar. Wie sieht's denn aus? Wann läuft denn unsere Quest ab? Irgendwie Tag 300 irgendwas, ne? 397. Oh, das wird knapp. Das wird ja richtig knapp. No, total. Ist jetzt erstmal nachgeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, was unsere aktuelle Aufgabe ist. Abgesehen davon, dass wir Gebäude... Ah, das stimmt. Wir müssen ja erstmal durch die... Wir müssen ja erstmal durch die... Genau. Wir wollten ja erstmal durch die... ... und wandern, um... ... erstmal unsere Stadt... ... produzieren zu lassen. Ne? Ne? Gold und Ressourcen und... Blumen. Dino. Blumen. Blumen. Blumen... Blumosaurus. Rososaurus. ich bin vergiftet das hat sich auch aber ich habe jetzt eine andere rüstung und sollte mich das nicht mehr so stören blumosaurus passen diesen trick er rennt ins wasser um sich zu löschen wie clever diese kann hier ist er ist tot ist tot und down many more to go nach verdammt ich muss an ihn ran vielleicht hat er eine melone oh gott ich werde so sterben wenn ich da reingehe heilzauber ist vorbereitet ich habe eine melone gefunden er hat keine melone hat keine melone ich habe ich hasse die sohn 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 auch ich auch denn hätte zwar was vernünftiges gelernt wärst du mal burgenschütze geblieben aber nee bin ich auch noch auf dem weg ich hätte schamane werden sollen habe ich gar nicht verstanden die schamanen klasse also ich hab sie mir im detail auch noch nicht angeguckt aber was der typ erklärt hatte hat mich hart verwirrt also ich glaube das funktionsprinzip ist doch glaube ich kann wenn ich das richtig aus versehen tatsächlich in tutorial video gesehen hatte das hört sich an ich habe aus versehen in einem tutorial video gesehen ich mache immer ich mache mein lager denn ja dass man diese totems beschwören kann und wenn man auf diese totems draufhaut die satten schießen wenn man auf die totems draufhaut ja ja das habe ich auch sehr merkwürdig gefunden aber man muss es wahrscheinlich selbst erst probiert haben ich wollte gerade sagen was bewegt sich da oh mein gott ich dachte oh mein gott was ist denn das für ein feind den ich noch nie gesehen habe so hat wie viele melonen hattest du eine in zahlen und da tut das wenigstens zwei wo solchen die zweite her bekommen haben aus einem blumodino auch man schade ja dann eben nicht ich habe es halt einfach nicht drauf muss besser suchen der hat bestimmt irgendeine melone im magen gehabt ja ja aber du warst ja im brachwasser bei dem blumodino ich habe ja nicht mal nachgeschaut ich habe nicht gefunden hat dann du ich habe ich habe sogar ich habe im giftwasser gestanden und seinen scheiß dickdarm durchsucht und da war auch nichts drin jetzt mal in seinen rucksack geguckt natürlich stimmt ja dieser dieser venus fliegenfallen mäßige rucksack auf dem rücken ich wollte gerade nur wasser holen bin aber dann reingerutscht ins wasser und direkt vergiftet und halbes leben wieder weg warum tut mir dieses gift so hart weh das ist mir völlig unkriegt weil das weil das gift hier einfach böse ist gut essen wir etwas etwas gegen die schmerzen wie bei der dirt liegt wie er da halt liegt mit seiner bauchwunde hat sich den arm verbindet oder rowen wie er halt schon wir aufgrund von loot last ganze zeit da in der blauen zone bleibt und dann aber als held nachher zurückkommt und aber auf dem weh ganze zeit sich nee nee aber ich glaube auf dem motorrad aber dann ganze zeit sich irgendwelche pillen energy drinks und weiß nicht alle rein zieht um halt nicht zu sterben oder ellen der einfach eine gewehrsalbe weg tankt oder die ganze zeit dabei ist energy drink zu treten also gut also ich muss sagen ich diese dungeons and dragons skits die sind jetzt so die sind ein bisschen ihre momente und die ich sag mal ja fundierter als die anderen aber ziehen halt auch nicht so stark dadurch aber sind qualitativ halt richtig gut gemacht mit dem make-up ja total gut also ich habe bayern kommt vor ich finde bayern ja so bryan 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 ja check your calendar what day is today it's friday it's friday oh so stamina jade hund ich komme zu dir er ist tot jim und hat in der jado akkulüten maske weise ich wie ist er denn an die herangekommen welchen akkulüten hat er gefressen um die zu erbeuten tja das kann er dir nicht mehr verraten weil er den trick den er so gerne nennt ja hat akkulüten hassen diesen trick trick nicht mehr erzählen kann ich hoffe jetzt es lohnt sich ich raste aus wenn die kran gedrückt großachs jetzt nicht besser sein sollte als die hier weil das ist ja immerhin so ein artefakt jetzt ja auch die ganze zeit aber so richtig ich reize es ja nicht aus in den blitzschadensbonus und den ätherischen schadensbonus jetzt bei den geistern hat man es vielleicht ein bisschen gemerkt aber war mal testdoktor wir sind wieder da sich in so hier zahlen groß sagt die groß sagt waffe der barbaren dafür benötigt das material blub das hier ist es was ich will bitte schmiede es mir das ist es was du dir wünscht nun gut gib mir einen augenblick zeit dann ist es dein es ging schnell mal zahl großachs hinzugefügt lol ok wow also sie ist in komplett drei zeilen sind alles das aufgelistet sie hat keine effekte keine mechaniken keinen schönen text sie hat einfach nur schaden wucht ok und zwar 79 damage 55 wo das ist ein heiß aber sie ist mega langsam mit 0,8 ist sie mal entspannte 0,3 langsamer boah und die sie hat keinen haltbarkeitswert wie was steht denn da gar nichts es gibt diese zeile einfach nicht kaputt Nee, also dann würde ja 0 da stehen Okay Ich frag mich gerade, ob die sich vielleicht einfach nicht abnutzen kann Das wäre die Lösung deiner Probleme Aber sie ist halt mega träge, das macht mich gerade fertig Na guck mal Ja, aber wenn du sie noch ein bisschen verzaubern kannst dann Gibt es eine Verzauberung, die eine Waffe schneller macht? Na guck mal Das ist die Zar-Axt Ja Ne? Und jetzt kommt der die Poolnudel Sonst nimm doch erstmal eine Zeit lang beide mit Auch wenn sie beide sehr schwer sind Aber Ich muss mal gucken 55 Wucht ist halt natürlich auch schon ein ordentlicher Stiefel Mhm Wie wird er der Pyrite Großhammer? Weißt du so? 70? Oder auch nur so um die 50? Er hatte viel Er hatte richtig viel Aber der hatte halt auch nichts anderes Der hat ja auch kaum Schaden gemacht Der war ja wirklich nur Wucht Ich glaub, der hatte was an die 70 Ja Aber der Clou ist ja Der Move hier ist ja nicht langsamer geworden Der Move hier ist nicht langsamer geworden Es sind nur die Standardangriffe Ja Und Also wenn ich das so rein nach dem Schema Gegner töten bevor sie mich töten mache Ja Guck mal Vielleicht gibt es ja auch eine Verzauberung die etwas schneller macht Wer weiß So Okay Für Zuschauer und Dan Ich kämpfe hier unten gerade gegen einen Jadeköter Ja Ich lass dich einfach mal kämpfen So Okay So Du magst dich Nee Ich kicke ihn nicht geboxt Er ist halt tausendmal schneller als ich Machst du noch irgendwas, Dan? Gegen was? Nee, nee Ob du noch irgendwas machst? Ich konnte nichts mehr machen Ich hatte keine Ausdauer mehr Nichts Oh nein Ja, okay Das ist natürlich kacke Ähm Aber da sieht man dann ja Dass es dann halt ein bisschen schwierig wird Steht halt auch nicht da Wie viel Ja, also ich konnte ihn halt mit dem ersten Angriff überraschen Und richtig böse weh tun Aber Aber das ist jetzt Das ist jetzt eklig Ja Aber äh Du wolltest doch dann Ursprünglicher Poltergeist Als Verzauberung machen, ne? Poltergeist hat ja irgendwie Schaden So pure Damage gemacht, ne? Ja, hat Hat 40% glaube ich Von dem Normalen Damage runtergeholt Aber dafür 30% Unblockbar Schaden Also Raw Damage Unblockbar auch noch? Ich dachte nur keine Resistenzen Ja, ja Ja, das ist im Prinzip Unblockbar Na, unblockbar Also wenn ich den Wenn ich ein Schild habe Kann ich die Axt ja trotzdem blocken Hm Oder nicht Ja, also du Du kannst ja Ja, okay Denn der könnte dann höchstens Durch Barriere oder so Oder Dann Schild vielleicht Oder durchs Blocken Hm Was du als meinst Sind halt die Resistenzen Ja So Ja, muss man testen Ich weiß nicht Gibt's dir überhaupt ne Verzauberung Die ne Waffe schneller macht? Wüsste ich nicht Und äh Melonen Melonen Ja Melonen Marschmelonen Bälle, bälle Uff So Aua Knack Konnte ich? Konnte ich nicht? Konnte ich So ey Jetzt geht's Am Spitzturm Nach Berg Ne Entschuldigung Er ist noch Zerzowider Na klar Hast du noch die Melone? Hier eine Melone? Ja Eine Melone habe ich noch Ich gucke mal Irgendwie die Marmelade aussieht Oh ja Ja Wir sollten Irgendwann mal Ne Grün Oder nicht Ja Ja Aber ich meine Irgendwann mal Ähm Ein Blumentino Blumosaurus Blumosaurus Rex Oh Großer Saurus Phytophora Warum ist die so lahm? Das ist nämlich die langsamste Waffe Die ich je gesehen habe Ich glaube sogar der Steinknüppel hatte 0,9 Okay Ja Okay Aber der Damage ist halt mega Ja Und jetzt Stell dir vor Noch mehr Natürlich komplett Ohnen Seiteneffekte Aber Wenn du einfach so Von richtig Puhem Damage ausgehst Hammer Hab ja noch weniger zu tun Ja weil Äh äh ich glaube ich würde ja Doch ich habe nicht genug Proviant Naja Loll Lolli So abwerfen Oh Gott alter Wieder Wieder Rucksack sich Rucksack sich Und es jemand anderen geben Nice Hier ist wieder Schnee Ist irgendwas verfault? Nein Die Marshmellonen Können wir gleich Errichten Perfekt Aber erstmal irgendwas Wie die Ausdauer Ähm In meinem Falle Ist das ein Ausdauertrank Und ein Schluck Wasser Ich habe kein Wasser Wieso das nicht? Weil ich da und irgendwelche Tees davon braue Hier So und wenn ich das richtig verstanden habe Müssen wir nur Da jetzt rein In den Geisterpass Da haben wir dann gleich direkt am Anfang Genug Platz Und hoffen dass es funktioniert Das hoffen wir So say we all Na der hat ja noch was Oh Okay Werde nichts Ja ne ich verzauber jetzt diese komische Axt Nimm es gut Und äh Dann gehen wir endlich wieder nach Schrocken Und welche von beiden? Du hast doch jetzt mit deiner Zar Axt Hat die jetzt eine Haltbarkeit? Ne Wenn das nämlich der Trick ist Das Ding ist Dass sie nicht kaputt geht Einfach weil Bimba Die hat noch Ach egal ich nenne das Salz einfach mit Dann ist das ja natürlich das Argument einfach mal Ja Käm so ein bisschen aus dem Nichts Dafür dass das nirgendwo steht Aber Das macht sie dann ungleich viel geiler Ja Ey Jetzt musst du mal Mythodeanischen Rahmen denken Das da ist eine Magnetan-Axt Tut mir leid Damit kann ich nichts anfangen Ah Okay Ja Metall was einmal geformt Äh nie wieder umgearbeitet werden kann Und ewig hält Ah So Und jetzt müsste ich Jetzt muss ich natürlich feststellen Dass ich den ganzen Verzauberungskram vergessen hätte Hast du das Rezept? Ja Hab ich Dann erzähl mal eben Man nehme Einen Verzauberungsaltar Platziere ihn irgendwo im Geisterpass Ja Und platziere Östlich nah Und westlich fern Jeweils eine Verzauberungssäule Nur die beiden Nur die beiden In Zahlen Two Also östlich Na Gehen sie doch mal weg Dankeschön Östlich nah Westlich fern Ja Leute Ich kann Ektoplasma Anstelle von Weihrauch einsetzen Okay Was daraus nichts wird Kann man sich ja vorstellen So Dann nehmen wir Fundstück A Wie Axt Nicht Fundstück B Wie Bogen Nein Ich komme hier aus Fundstück B Wie Hackebeil Nein Oh Gott Jetzt habe ich mich vertippt Das wollte ich gar nicht Wo ist das Ding jetzt gelandet? Ich stelle ihn genau Wieder da hin Naja Ich bewege mich kein Stück Aber wie sieht denn das Inventar aus? Irgendwie ein Kreis Ein silberner Kreis Ah Da Passt das noch? Ja So grob Dürfte das immer noch passen Versuch's mal Ach ja Hat sie auch direkt Wieder ausgerüstet So Zack Und verzaubern It is happening It is happening Oh mein Gott Es funktioniert Oh mein Gott So Und wir entnehmen Oh ja Jetzt steht da Schaden Plus 24 Irgendwas Und minus 32 Physisch Ja Genauso wie vorher Ist ja langweilig Eigentlich ist ja alles Immer irgendwie zum Leuchten Gebracht worden Aber obwohl Jetzt leuchtet da doch Ein grüner Stein dran Der hat das schon immer drin geleuchtet Ja Ich denke dass das der Zahnstein tatsächlich ist Ja okay Der war da von vornherein drin Okay Na ja gut Dann noch einmal nach Ich sehe gerade Let's play end Zeit Part 22 Ja Erzähl Haben wir heute schon Der soll eigentlich erst morgen kommen Ne Doch Heute kommt er Genau Morgen kommt Grafett Keeper Oh Ich kann es nicht erwarten Ich kann es nicht erwarten Äh Ich habe ja noch Ich Was ist Endzeit Ach kennst du gar nicht Worum geht es da Ne Ne Überhaupt nicht Marvin Maker verfolge ich ja nicht Ah schädlich Endzeit ist eigentlich ein ziemlich geiles Spiel Ich lasse dich mal machen Sie haben niemals existiert Oh Pfeile Endzeit Ja Wo fange ich da an Endzeit Das ist ein sehr cooles Spiel Epic Game Maker Spiel Klar Wir müssen dann im Merke Also nach Süden Ja Guck mal hier ein Lagerfeuer Ja das hatte ich gerade gebastelt Lass doch da Kannst doch Wasser auskochen Ja Du konntest hier kein Wasser sammeln Hast du gesagt Ja du musst ein bisschen weiter nach links gehen dafür Grabären Mamanade Mamanade Marshmellonen Mamanade Oh und Salz Es geht im Endeffekt Der Atomkrieg ist quasi vorbei Und du befindest No way Doch doch Ziemlich krasser Plotlist Und man befindet sich in der Wiege der Menschheit In Brüssel In Belgien Allgemein In Brüssel Und man spielt einen sehr schrägen Typen namens Käpt'n Atom Und ist auf der Jagd Nach uns Nach der Erznemesis Baron von Bööööse und ja, das ist alles ein bisschen Slapstick-mäßig gehalten hat aber auch sehr ernste Allüren also man landet dann bei so einem Bunker da ist ein Wissenschaftler drin und so ein Militärknispel die sich beide gegenseitig nicht abkönnen und man entscheidet den Meer oder Winter, weil man ist ja der Retter der Menschheit quasi eine Liga ins Leben zu rufen, wie in meinem Fall die Erdschrauber-Liga heißt und quasi aus den Ruinen der Existenz eine neue Zivilisation zu gründen. Und damit rennst du durch die Gegend, sammelst halt unschuldige Bürger ein, die den ganzen Scheiß irgendwie überlebt haben. Du prügelst dich mit mutierten Rheinländern und all so ein Scheiß. Du musst sehr viel looten, es gibt sehr viele Rätsel, es gibt sehr viel Schrott, aus dem du gewisse Gegenstände herstellen kannst. Das ist sehr, sehr nice eigentlich für ein RPG-Mekerspiel. Sehr, sehr cool. Und es hat einen sehr speziellen Humor einfach und die Charaktere sind großartig. Spellixing ist ein bisschen over the top, also die Schadenszahlen sind so pervers hoch einfach in jeder Situation, dass die Kämpfe meistens sagen wir mal so, deine Leute haben so 1000 bis 1800 Lebenspunkte und einer deiner Gegner macht einfach Bludge, macht 700 Schaden auf alle und vergiftet sie. Du kriegst das Vieh auch relativ schnell platt, weil du ebenfalls sehr hohe Schadenszahlen ausspuckst, aber das ist halt dann am Ende investiere ich jetzt so viele Heilgibestände oder renne ich bis zurück zur Basis und schlaf nochmal weil ein zweiter Kampf, der könnte hässlich enden. Muss, brauchst du überhaupt Hilfe? Na, eh, die kommt. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, der hat probiert, den Schlag zu blocken und ist trotzdem gestorben. Oh mein Gott, er ist einfach weggeflogen. Einfach durch das Schwert durchgeprügelt. Ja, aber das ist kein Referenzwert hier, was wir hier abziehen. Das ist, das muss man dazu sagen. Aber, dadurch, dass wir mit den Gegnern sowieso mal so ein bisschen dummer Junge spielen, gehe ich auch einfach mal davon aus, wenn die das Teamwork-mäßig ein bisschen teilen, dass ich die Geschwindigkeit nicht unbedingt brauche. Mhm. Weil, wenn ich hier mit dem Kampfsprung rein springe und danach die zwei Schläge hinbekomme, dann haben sie schon mal ordentlich Wucht gefressen und was auch immer ich angreife, sollte umfallen. Ja. Es sei denn, es ist irgendein Boss oder so, aber da hätte mir die schnelle Axt auch nicht anders weiter geholfen. Mhm. Mhm. Also, wie lange haben wir denn schnelle Feinde in Chirocco? Mhm. Affen sind ganz durchschnittlich. Die Kali-Grau, ne? Genau. Und dann gibt's eine von diesen Quallen, die lila eine Sorte, die sehr viele, sehr schnelle, unvorhersehbare Explosionen unter einem selbst verursacht. Die sind relativ flink. Flink, alles andere ist eher, ich denke gerade besonders an die Schnecke, die sich ja so einpanzern kann. Wenn ich denn mit einer Waffe drauf einhämmer, die alle Resistenzen zum Teil durchschlägt, ich glaube, das würde sie nicht cool finden. Man kann gespannt sein. Mhm. Ja, dann sammeln wir unseren Stuff zusammen. Dann würde ich tatsächlich einmal auch direkt nach Neu-Chirocco gehen, um da die Sachen in die Truhe zu packen. Ähm, weil es kann natürlich sein, dass wir ein paar Sachen erst noch zusammen sammeln müssen, damit ich denn die restliche, also, dass ich die Marmeladen halt entsprechend zusammen kochen kann. Weil ich brauche noch goldene Marmelade. Theoretisch, wenn es keine Resistenzen gibt, dann müsste er ja auch hier kein Problem haben. Ja. Ohne Firmus, ohne alles. War jetzt nicht mega, aber war besser als sonst. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich dir gerade nicht zugehört. Ähm, was war mit Marmeladen? Ähm, ich brauche, ähm, aus, in Chirocco, Chirocco. Ja, Chirocco. In Chirocco, äh, muss ich auch erst nochmal dann die anderen Marmeladen sammeln, ne? Also, wir brauchen die Pfirsiche und Bananen. Ah. Und, äh, wir sollten so, so gut es, komm schon, so gut es geht hier noch gar Bärenmarmeladen, glaube ich, mitnehmen. Okay. Sammelt es ein? Hallo? Stirb! Was ist denn du? Ich gehe gerade querfeld ein. Ja, aber wirklich. Wir waren schon so lange nicht mehr hier, in diesem Teil. Ich habe halt auch keine Ahnung, wie du da hochgekommen bist. Ich bin einfach hochgegangen. Okay. Haben wir überhaupt jemals den, den, äh, diesen Westausgang von, äh, Berke genommen? Weiß ich gar nicht. Ich komme da einfach nicht hoch. Aber hier sieht es gar nicht so steil aus. Soll ihr auch irgendwo, hat mir mal so ein Typ aus der Raidgruppe gesagt, Westausgang, keine Ahnung? Soll ihr irgendwo auch einen, ähm, Panzerschreckkönig oder sowas geben? So ein Boss? What? Oh, guck mal. Dolmenkrypter, waren wir hier unten schon? Was für eine Krypta? Dolmenkrypter. Ich bin... Sagt mir jetzt tatsächlich nothing. Dann bleib mal da. Ich komme zu dir. Yo, mach mal. Ich gehe mir kurz was zu trinken holen. Ich bin gleich wieder. Ja, ich, ich werde dann auch dem Beruf der Natur dann gleich folgen. Aber erstmal müssen wir zum Motor hin. Okay. Dann würde ich mal sagen, ähm, ich bin in einer Minute wieder da. Okay. Ich bin in einer Minute wieder da. 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 Und der gute Vater Mordor ist immer noch nicht da. Was macht er denn? So schwer sich etwas zu trinken zu holen. Komm, dann opfern wir mal den guten Mordor. Ich bin in einer Minute wieder da. Ich bin in einer Minute wieder da. Also ich stelle fest, ich brauche einen anderen Mikrofonarm. Der ist sowas von überhaupt nicht gefedert. Wenn ich auch nur ein bisschen gegen meinen Tisch komme, klingt das, als würde ich mit einem Hammer drauf einschlagen. Scheiße. Oder du hast, du hast auch noch so eine Mikrofonspinne um dein Mikro, oder? Ja. Okay. Also wie gesagt, ich kann das Rode, diesen Rode Armstativ, das Rode Mikrofonstativ nur empfehlen. Aber meins fängt, ja meins fängt nämlich jetzt auch gerade so langsam an zu quietschen. Ich habe mein Herz und meine Seele an Elgato verloren. Oder so. Ich würde da wahrscheinlich einen Arm kaufen. Oh, come on. Okay, dann muss ich das kleine Schwert tun. Team Wirk. Abends. So, jetzt kann ich das große Schwert auspacken. Jetzt war der Tod. Oh, ein Meisterhändler gewandt. Und hier ist noch ein komplett voller Wasserschlauch, falls du noch einen brauchst. Noch einen, okay, ja. Ich nehme an. Ich nehme es einfach mal mit. Du könntest mir einen von, wohl, womit mal. Du könntest mir einen von meinen wieder zurückgeben. Du hast ja einen von mir. Ich habe dir den da abgelegt. Hinter der Leiche. Perfekt. Perfekt. Oh, hier ist ein Hebel. Ich hebel den mal. Hat sich was getan. Hier ist eine Box. Äh, ja. Hat sich irgendwas getan. Hier kannst du Mannerstein abbauen. Zweimal sogar. Hier ist noch ein Wasserschlauch. Hat sich irgendwas getan. Also hier. Also hier. Sich jetzt nichts. Sind wir mal zu blöd. Kommt ja öfter mal vor, dass wir einfach zu blöd sind dafür. Manchmal kommst du doch einfach nicht drauf, was ich tun könnte. Hier oben hat sich nichts passiert. Meinst du, dass sich oben irgendwie eine Drohe oder so geöffnet hat? Möglich. Ich guck mal von hier oben, ob ich irgendwas sehe. Du musst ja auch wirklich, wenn du den Hebel hebelst, siehst du ja auch nichts anderes um dich herum. Ja. Äh, nebenbei. Ich habe ein ganz, ähm, ganz komisches Outward, ähm, Tutorial-Video letztens gesehen. Und da hat jemand gezeigt, dass man in den... Was hast du vergessen, aus Versehen zu sagen? Zier, dass man in Zierzo etwas finden kann. Was ganz Spezielles. Ähm, und zwar zwei Rüstungsteile, die überhaupt keinen Zweck haben, außer den interessanten Look zu verpassen. Ja, siehst aus wie ein Knochenkalle. Ja. Ich habe schon versucht, da ranzukommen. Ist bockenschwer. Wie sollen wir auf den Dächern der Gebäude liegen? Mhm. Man muss ja irgendwie diese Rampen exploiten. Ja. Das muss ich hinbekommen. Dadurch, dass es halt auch doof aussieht und nichts bringt, habe ich es ja noch sehen lassen. Ja, genau. Aber wenigstens, äh, sind die guten Sachen halt, äh, in diesem Spiel sehen die nicht so aus wie, äh, pinke Einhörner oder so. Oh mein Gott. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Okay, hat sich hier draußen vielleicht einfach irgendwas getan? Ich habe schon wieder vergessen, wie es hier draußen aussah, bevor ich runtergegangen bin. Ich sehe hier auch keine Veränderung. Oder das ist ein größeres Schalterrätsel hier in Berg. Das kann natürlich auch sein. Oh Gott, das wäre ätzend. Vielleicht gibt es ja noch einen einsamen, einen Turm oder so. Ich weiß nicht, ob das der einsame Turm ist, wo wir gerade sind. Ja, das ist, das ist der, das ist der oberste einsame Turm. Der links von der Mühle. Ja, dann gibt es ja noch den da hinten, auf dem Berg. Weil, das ist der Berg, ne? Tö, tö. Hier soll ja auch irgendwo in Amerika ein, ähm, Panzerschreck- oder Fangschreck-Krebs-König sein. Okay. So ein Ross. Wir haben auch immer noch nicht, ähm, den Tempel vom Klüngel hier uns angeschaut, wo die ganzen Makellosen drin sind. Immer noch nicht. Okay. Können wir machen, wo wir gerade hier sind. Aber, hm. Da würde ich aber vielleicht vorher wirklich einmal nach Berg rein. Obwohl, weil ich bin jetzt auch schon voll überladen. Kommt man hier irgendwo hoch? Ja, lass uns nach Berg gehen. Kann man da... Oh, ich glaube, da hinten könnte man Fahrt hochnehmen. Oh. Gegen den Hirsch habe ich es auch mit der Axt nicht alleine. Weil der zu schnell ist, ne? Ja. Und halt unentwegt angreifen kann. Und der scheint immer so unnötig Ausdauer zu haben. Hallo. Ach so, deshalb geht das nicht. Ich habe keine Ausdauer. Ach so. Dann zauber doch mal was. Oh, ne. Ich nehme einfach seine Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, Dan. Ich habe sie gleich. Und down. Nadida. Du bist, was deine Reaktion eingeht. Einfach immer entschieden zu lange. Ja. Ja, ja. Da hast du auf jeden Fall recht. Oh, nein. Ich glaube, ich habe noch wieder genug bitteren Gewürztee, dass du dir deine ganzen Ausdauer wieder herstellen könntest. Ach, wenn wir schon in Berg sind, können wir uns einfach hinhauen. Stamina. Skandalös. Nein, jeder Postangestellte weiß doch, dass es verboten in dem Märkert ist, sich umzudrehen. Oh, ja. Am Mittwoch habe ich ja ein bisschen was zum Relaxen gestreamt. Lake, eine Programmiererin in den 80er Jahren, die einfach eine Auszeit braucht und deshalb zwei Wochen Postzustellerin macht. Ernsthaft? Ja. Und da habe ich gelernt, dass man von seinen Kollegen keine unfrankierten Postumschläge transportieren sollte, weil da wahrscheinlich Sportwetten drin sind. Sport, okay. Und was ist das schlimmer an Sportwetten? Illegal. Okay. Welchen Land sind Sportwetten illegal? USA. Ah. Weil hier in Deutschland werden sie auch schon professionell betrieben. Ja, mittlerweile. Es wird ja gerade wieder irgendwie alles leben. Ja. Aber hier wird es ja auch gerade wieder alles legalisiert. Das ist auch nicht so gut. Ich verstehe nicht, wie Leute da noch wetten. Jetzt geht es nicht irgendwie schlimmer, als ganz normales Lotto zu spielen. Da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Da geht es eher darum, dass Sportwetten manipulierbarer sind. Ja, klar. Okay. Was natürlich noch schlimmer sind, sind die Casino-Websites. Ja, oh mein Gott. Ja, natürlich. Ich verstehe auch bis heute nicht, wie Leute da so viel reinhauen können. Aber das ist wahrscheinlich genau die gleiche Schiene, wie ich nicht verstehe, wie Leute tausende von Euro in ein Star Wars Battlefront oder Call of Duty reinstecken können. Ich habe neulich ein Video gesehen von Simpli Sisyphus. Nennt sich FIFA Exposed. Mhm. Ich bin auch so ein... Also viele von meinen Arbeitskollegen spielen FIFA. Und ich habe mich da auch immer mit eingeklinkt, einfach um so ein bisschen Kontakte zu verbessern. Und jedes Jahr kommt ein neues FIFA raus, was quasi das identische Spiel ist wie das Jahr zuvor. Mit minimalsten Verbesserungen. Oder Verbesserungen muss man nicht mehr sagen. Änderungen. Ja, ich meine, das kann man auch innerhalb eines Jahres immer dann erwarten, ne? Ja, klar. Zum einen das. Das ist beunruhigend. Und zum anderen halt, das Konzept Fußball wird ja nicht in jedem Jahr neu erdacht. Nein. Es kommen ein paar neue Spieler und so dazu, aber das kann man ja auch durchpatchen, sag ich mal. Dafür brauchst du nicht gleich ein neues Spiel. So. Und es gibt eine Ingame-Währung, weil es gibt einen Spielmodus, da kannst du dir, das nennt sich Ultimate Team, da kannst du dir dein eigenes ultimatives Team zusammenstellen, das sagt er da immer schon. Mit allen möglichen Spielern, die es gibt auf der Welt und so, ganz abgefahrene Kombinationen machen. Und das eskaliert dann auch in so einem Mobile Game, da kannst du auch deine Leute verwalten und Spieler kaufen, transferen, hast du nicht gesehen. Und um das machen zu können, gibt es natürlich eine spielinterne Währung, alles soweit so gut, ne? Lootboxen-System, ganz hohes Gejammer, bla bla, unfair und so weiter. Aber jetzt kommt der Knüller. Jedes Jahr, also dieses Ultimate Team gibt es jetzt schon seit 4-5 Jahren und jedes Jahr, wenn ein neues FIFA rauskommt, wird dein Fortschritt resettet. Ja, so geht es auch, ja klar. So geht es auch. Was, Alter? Das ist einfach alles weg, was du investiert hast. Keine Chance, um dann nochmal ranzukommen. Also es sei denn, ich glaube, du benutzt halt das alte FIFA weiter, aber wer will das schon? Wer will schon das alte FIFA benutzen? Ja, das alte FIFA. Das ist ja gerade mal ein Jahr alt, das ist ja schon old. Und da habe ich da ein Video zu gesehen, das fand ich ja schon echt krass. Da haben sie es auch verglichen mit anderen Spielen, wie Star Wars Battlefront irgendwas, wo es auch ein Lootboxen-System gab, wo die Spieler dann auf die Barrikaden gegangen sind, sich beschwert haben. Und, keine Ahnung, sogar, glaube ich, Klage eingereicht haben und alles. Und dann sind die da von zurückgetreten, die Entwickler und blub, blub. So, aber FIFA ist da unantastbar, was das angeht. Die ziehen ihr Ding halt weiter durch. Das ist schon echt heavy. So, ich habe jetzt nochmal Alpha-Sandwiches gemacht. Aber du wolltest dich auch gleich erstmal hinhauen, ne? Ja. Ich war tot. Ja, vollkommen in Ordnung. Hm, na gut, tu mich auch. Hallöchen! So, ich verkaufe noch irgendein bisschen Scheiß. Ja, der Säbel, den Gelehrtenstab. Ähm, sind es noch irgendwas? Das ist Gold drauf. Saphire, ja. Und natürlich muss ich das ganze Gold hier auch nicht ganze Zeit herumschleppen. Wilder Eintopf. Ah, wilder Eintopf gibt Zorn. Nice. Gut gemacht, Dan. Wilder Eintopf. Macht Zorn. Ich glaube, das Rezept kenne ich gar nicht. Aber der wilder Eintopf, der lag einfach so da drin. Gleich haben wir den gefunden. Ein Bett. Vielleicht lag der auch schon hier drin, seitdem wir das Haus besitzen. Okay, also heute ist Umkehrtag. Umkehrtag? Ja. Gegenteiltag. Wieso das? Weil du heute mal das linke Bett benutzt. Ich wollte schon immer mal ganz verrückte neue Dinge ausprobieren. Oha. Hauptsache, du schläfst nicht in deinem Alchemie-Kessel. Uh. Das nehme ich mir gleich für morgen vor. Dafür erstmal extra nach Hamartan reisen. Ja, genau. Da hatten wir den riesen Alchemie-Kessel im Keller. Genau. Ja, du willst ja doch nur deinen eigenen, persönlichen, ähm... Kennst du wahrscheinlich auch nicht, Bagda-Tank aus Star Wars machen. Ne, kann ich nicht. So. So. Auf geht's. Eins. Irgend kurz das verbrannte Mana wegkriegen. So. Nimm dir noch Wasser mit. Einen Schlückel trinken. So. Eben den Schlauch leeren, damit ich ihn voll machen kann. Gut. Kannst du noch hier füllen, ohne dass er vorher leer war? Ja. Gefängnis dieselbe... Ich hatte immer den Eindruck, dass das nicht geht bei mir. Aber wenn ich jetzt nach 60 Spielstunden das immer noch nicht gelernt habe, dann hat das einen Grund. Dann lernst du es auch später nicht mehr. Ja. Ich sehe es ein. Das hat keinen Sinn. Es ist vorbei. Unimone. Ne. Was? 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 Es ist nicht vorbei. So. Wo geht's jetzt hin, Dan? Denk dir eine Geschichte aus. Zum Klüngel-Tempel. Da sind ganz viele böse Dinge drin. Ganz viele makellose, die wir töten müssen. Aber die sind doch jetzt unsere Freunde. Nicht alle. Nicht alle. Stimmt. Jetzt können sie sich dazu entscheiden, ob sie unsere Freunde... Und das sind ganz bestimmt nicht unsere Freunde. Obwohl, dann kann ich den Bogen besser dran haben. Gut. Wie war das? Ihr seid der Makellose. Eine Plage. Eine Bestie. Oder? Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ja. Wenn wir dir einfach nichts erzählt wird in diesem Spiel... Oh, ein Händler. Ja. Der Typ, der weiß nicht vor, dass es ein makelloser ist. Ja. Oh. Gefrucht in das Chakra. Nice. Nice. Das macht sich auch schon so nett. Verkauft nicht zufällig Bananen. Nee. Rein zufällig nicht. Da musst du nach dem Westen. So. Hier hoch. Wir sind Räuber. Ja, ja, ja. Die... Die können uns mal. So. Müssen wir noch höher. Ich habe die Ruine aus dem Blick verloren. Ich glaube, die Dings geht es irgendwo hoch. Du bist an dem Lootbaum vorbei. Okay. Oder du hattest ihn schon gelootet und nur den Scheiß drin gelassen, ne? Ah. Da rechts, 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 rechts. Hier rechts. Brennst du weit. Geh mal hier lang. Okay. So. Der Tempel rückt in sichtbare Nähe. Und was werden wir hier vorfinden? Haben wir hier schon mal? Oh, Palladiumbruchstöcke. Okay. Äh, hier... Wir sind hier oben schon mal hin. Aber... Wir sind nicht weiter gegangen als bis hier vorne. Weil wir da dann irgendwann einen Makellosen gesehen haben. Wir sind ein Gabärenbein. Äh, ein Gabären. Ich weiß, dass ich mit meinen Trink hier schon mal rumgerannt bin. Okay. Aber ob wir hier schon mal waren, das ist mir zu lange her. So, so schießt alle. Jetzt bin ich wieder Fallout, kannst du ins Spiel. So, gucken wir mal. Wir müssen ja schon mal hier gewesen sein, um an diesen komischen Klüngel-Turm da zu beten, ne? Ja, aber der kleinere Turm, der ist hier irgendwo, ähm, seitlich, separat. Aha. Und nicht hier oben in diesem riesigen Tempel. Okay. Wenn du das sagst. Ja. Sag ich. So. Hier ist der Klüngel-Tempel und ich mein, dass... Das war sogar hier vielleicht. Können wir das sehen? Von hier aus? Ich glaube, das können wir von hier aus nicht sehen. Ich bin hinter dir. So. Genau. Wir sind bis hier gegangen und dann war da halt der Makellose. Da kommt er. Er kommt direkt auf dich zu. Ja. Oh Gott. Oh nein, meine Schnell-Slot-Leiste ist mal wieder teilweise geleert. Was ist denn das für ein Kack? Was ist denn das für ein Kack? Meine Quick-Slot-Leiste. Der ist ein bisschen tougher, oder? Das ist nicht der Schlechter der Menschen. Nein. Der war auch easy. Easy. Ja, auch easy. Das klingt so falsch. Ja. Ich stelle der Brinstein. Der war auch easy. So. Kann man hier auf den Ballast... Nee, kann man nicht. Ich dachte, dass man auf den Ballastraden hier noch herumrennen könnte. Okay, cool. Und jetzt haben wir ihn platt gemacht. Klüngel der Winde. Hier kann man runter. Hier ist eine Tür. Was ist denn, kann man runter? Ja. Ah. Und ich gehe mal davon aus, wir wollen da auch runter. Natürlich wollen wir hier runter. Und warum wollen wir das? Weil wir noch nie hier unten waren. Richtig. Weil wir es können. Abenteuer! Ja, das ist ein Stimme-Sieg. Hm? Oh, wow. Drehe dich mal um. Ich drehe mich um. Schau dir mal diesen... ...diesen Sperr da an. Yo, den hätte ich gern. Oh, da ist ein Ekelvieh. Guck mal, hier ist ein Schalter. Und da runterfuhren? Was passiert, wenn ich das drücke? Er ist gestorben. Krass. Kann ich das nochmal machen? Nein, weiß nicht. Warte, warte, ich probiere das mal. Geil. Schreckens-Shitin. Oh mein Gott, guck. Was ist denn das für eine goldene Wand da? Okay, die sieht krass golden aus. Hier leuchtet auch irgendwas. Aber ich will erst mal gucken, ob wir bis jetzt auch runtergesprungen. Nein. Mit Absicht noch nicht. Hier kann ich Türen öffnen. Oh, und da kommt auch was raus, ne? Ja, 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 ja. Kann von jetzt nicht geöffnet werden. Okay. Gut, gut, gut. Mach mal nischt, mach mal nischt. Ne, ne, ich mach auch nischt. Guckuck. Bleib schön an dem Hebel oben. So. Äh. Äh, oh Gott. Oh, das... Ha! Jetzt hebel mal den Hebel. Hab ich. Hat es nicht nochmal ge... Oh, okay. Jetzt ist er tot. Gut gemacht. Nein. Er ist eine Etage höher geportet. Ne, er liegt hier. Hier. Er ist... Aber über dir ist jetzt auch einer. Über mir ist keiner. Ach, da oben ist auch einer. Tatsache. Den hole ich auch noch hier irgendwie hin. Na, warte mal. Ich hab noch einen Bogen. Wofür hab ich einen Bogen? Das freut mich auch die ganze Zeit. Oh, hier ist auch ein Hebel. Was passiert denn nicht den Hebel? Ah, hier ist ein Fahrstuhl. Nein, get it. Ich muss ja zusehen, dass ich wieder zu dir komme. Das ist eigentlich ganz witzig gewesen jetzt da unten, aber wenn ihr Panzerschrecks rumrennen, möchte ich eigentlich nicht alleine sein. So. Oh, hinter dir ist der Panzerschreck. Aber er kann nicht. Ein bisschen hier ins Sichtfeld packen. Dann kann ich auch ein bisschen drauf schießen. Come on! Jawoll! Hebel in Hebel! Hebel, Hebel, Hebel! Er ist tot. Geil! Einfach runtergeschmissen. Hallihallo, Hannes! Das ist ein Vampirbogen. Den haben wir uns das letzte Mal geholt. So. Was ist das für ein Hebel? Okay. Er hatte sogar Amodit dabei. Okay, diese ganzen Sachen sind mir hier nicht geheuer. Okay, also wir sind erstmal noch getrennt. Ich erkunde jetzt mal hier auf meiner Seite noch ein bisschen. Du siehst. Oh, hallo, Plagen-Biest. Was ist das? Ein Brigantinenhut. Okay. Provisorische Leder. Oh, ich habe hier ein Rezept für provisorische Lederstiefel. Mann. Oh mein Gott. Ist ja der Hammer. Aber Tomippen. Tomippen nehme ich mit für dich. Ey, hört auf, euch gegenseitig zu halten, ihr Arschlöcher. Hier geht's noch eine. Ah, hier geht's wieder nach unten. Schade. Oh, come on. Ernsthaft. So, ich mache euch alle, ihr Arschlöcher. Euch kriege ich down. Mistviecher? Was? Wieso könnt ihr wiederbeleben? Oh mein Gott. Oh Mann ey. Es war gerade echt fies, dass sie sich halt gegenseitig immer wiederbelebt haben. Ja klar, die waren alle schon tot. In dem Moment, wo ich nicht hingeguckt habe. Also der hier ist bei mir immer noch, äh, der sieht bei mir tot aus. Ja. Ich kann den sogar looten. Ich kann den sogar looten. Die sind doch alle tot. Oh Gott, Panzerschreck, Panzerschreck, Panzerschreck! Nein. Nein. Ich will doch nicht schief einfach. Ich wollte gerade sagen, irgendwie hat er keinen Bock hier auf mich. Was war das denn? Was hat denn da so gelacht? Gelacht? Aua. Oder er? Auf jeden Fall ist es in deine Falle gelacht. Sicher, dass das, dass der Panzerschreck gelacht hat? Ich habe irgendwie so ein weiblich-kindliches Lachen gehört gerade. Da hinten in der Ecke. Sonst ist alles gut bei dir? Nein. Irgendwelche Traumata oder so? Ja. Ich meine, bevor wir angefangen haben zusammen zu streamen. Ja. Oh oh. Das hat, das hat, das hat so dermaßen zurückgezogen in die Gegenwart. Nee, aber das war hier gerade im, hier hat gerade irgendwas im Spiel ganz komisch gelacht. Ja, ja, ja. Da, wo du jetzt gerade hinrennst. Was ist denn das hier? Ja, so eine dampfende Kugel, dafür habe ich schon einige gefunden. Okay. Bop, 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 bop. So, da kommt man wahrscheinlich dann in die Mitte wieder, oder? Mhm. Perfekt. Äh, dann gehe ich mal wieder nach oben und gucke mir den anderen Weg an. Mach das mal. Es gibt ja noch einen verschütteten Gang, aber dahinter scheint nicht viel zu sein. Und ich frage mich ganz... Also hier war das Lachen. Kam das vielleicht wirklich von dem Panzerschreck? Was ist denn hier mit dem... Mit dem Klüngel überhaupt auf sich? Das ist ja gar nichts Klüngeliges hier. Was ist das hier? Hier ist eine Truhe. Hier ist auch nochmal so ein Adler mit einer komischen Kugel. Ich habe nochmal eine lebende... ...lebende Holzaxt gefunden. Was hast du gefunden? Eine lebende Holzaxt. Die hatten wir schon mal irgendwo anders gefunden, ne? Lebende Holzaxt? Oh mein Gott. Ich habe noch einen Panzerschreck gefunden. Und der hat mich gesehen. Ja, die hatten wir schon auch, meine ich, in... War das in Merkur oder war das Scirocco? Wo wir die gesehen haben. Ich hatte sie aus dem Baum gezogen. Das weiß ich noch. Du hast die lebende Axt aus dem Baum gezogen. Und das macht dich zum König aller Eichernchen. Willst du mich verarschen? Oh, so ein bisschen schon, ja. Oh, hier ist der Panzerschreck, den du suchst. Bleib mal beim Hebel. Bleib mal beim Hebel. Ich renne zum Hebel zurück, okay. Dude. Come on, come on. Jetzt. Wann? Jetzt. Er ist tot. Hat ja so viel Schreckens-Shit hier. Geh mal aus dem Explosionsbereich, bitte. Moment. Ich habe es gerade irgendwie geschafft, das Tor zu schließen, obwohl ich auf dem Tor drauf stand. So, ich bin in Sicherheit. Okay. So, warte mal. Wenn ich den jetzt zurückziehe. Okay. Wenn ich den Hebel zurückziehe, gibt es noch einen Effekt. Aber was für einen, kann ich dir nicht sagen. Ich höre den nur. Ich gucke mal hier einfach mal. Also, ich kann den Hebel halt natürlich in angelegter... Ich kann irgendwie mit dem Ding hier in der Mitte... Ich kann irgendwie mit dem Ding hier in der Mitte halt aktivieren. Ja, warst du? Verderbnis muss in deinen Adern brodeln. Steht hier. Warte mal. Ich gucke dir mal was. Ich habe einen Verderbnis-Sägen. Ja, aber der hilft dann wahrscheinlich nur gegen Verderbnis, ne? Oder muss man verderbt sein dafür? Keine Ahnung. Kann ich dem nicht sagen? Ah, was weißt du? Das hilft nicht. Oh! Hier! Das Tür... Die Tür ist aufgegangen. Ich kann jetzt hier hin. Also, die große gelbe Wand ist weg. Oh, hier ist eine Arcana-Haube und ein Stab des Gelehrten und... Ja, ja, da kommt der Angestellte. Was ist das? Dreifach geschmiedete... Ja, dreifach geschmiedete Hellebarde. Äh, Moment, meinst du so, ne? Okay. Das ist keine so ne glashelle Barde, auch wenn sie so aussieht. Ist ja nicht mal so schlecht. Artefakt, dass vor langer Zeit von einer Schmiedin für einen Gold-Leach, den sie liebte, geschmiedet wurde. No way, oder? Doch, das steht da. Hier geht's auch noch weiter. Ja, ich hab hier aber noch ein Illumana-Tor. Oh, mein... Die kleinen, die großen, die kleinen, so. Danke. Wenn ich jetzt hier drauf stehe, krieg ich Verderbnis? Nee, ne? Hier gibt's ja keine Verderbnis, so direkt zu bekommen. Also, du kannst Verderbnis-Schaden bekommen, der dich irgendwann... Doch, ich hab hier gerade Verderbnis schon gekriegt. Ich bin jetzt bei 10%. Bist du sicher, dass wir die nicht einfach... Ich hab nicht... Nein. Nein, weil ich hab mich in Berg... Ich hab in Berg noch erst nochmal geschaut gehabt, ob ich noch Verderbnis habe. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich Verderbnis, ähm... Haben müssen, einen bestimmten Prozentsatz, damit das funktioniert. Was? Funktioniert? Das hier. Also, ich hab den Verderbnis-Sägen auf mich angewandt. Dann mit der Kugel interagiert und die gelbe Wand ist weggegangen. Was erwartest du jetzt noch, was passieren könnte? Okay. Hast ja recht. Will ich nicht? Vielleicht siehst du ja noch irgendwas, was unklar bleibt. Du weißt doch, meine Sicht ist immer getrübt. Joa. Ich mein, du kannst dich auch gerne irgendwo hinstellen, wo du Verderbnis bekommst... ...und dich auf 100% durchkochen lassen und dann gucken wir mal. Om nom nom. Ich mein, wir haben Tränke, um das heilen zu können. Nicht hier. Ja, das bringt jetzt auch nix. Ja gut, äh, dann folge ich deinem Lead in diese andere Tür. Hier mal gucken, da steht halt nur im Merkerwald, also ich denke, es ist einfach nur ein Ausgang. Ach so. Aber wohin ist die große Frage? Hat denn... Vielleicht irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. We will see. Wer weiß. Ja. So. Welcher ist Pele? Ach Gott, oh Gott. So weit, Mann. So, jetzt sind wir am Hinterausgang. Okay, also sind wir einfach nur auf der anderen Seite dieses Riesentempels rausgekommen. Ja, das war es dann hier, denke ich, oder? Nee, ich denke nicht. Nee? Komm mal mit. Ich will mir das hier hinten mal angucken. Diese Ebene, wo einfach nischt markiert ist. Eine nischt markierte Ebene? Ja. Krass. Weiter. Hier gibt es Salz. Ich hab schon gedacht, das wäre irgendetwas besonderes. Nee, aber wenn du auf der Map guckst, westlich vom Klüngel der Winde ist halt so eine Ebene, Lichtung, nenn es wie du es willst. Und da ist kein Notetag. Nischt. Okay. Und das finde ich schon ein bisschen. Oh, mal gucken. Stamina. Was ist das denn? Das ist hier auch einfach nur nischt, aber. Ich hole uns mal eben einen Verbindeten. Ein Zelt. Da hinten, da hinten. Hast du das denn? Den, 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 den. Ah, nee, der, den. Guck mal da. Ich sehe den Hirsch, ja. Was? Was? Doch, den Hirsch nicht. Den da hinten, das da. Was aussieht wie so ein Leuchtener Skorpion, so ein bisschen. Ja. Das bewegt sich. Okay. Aber wir können auch das bei Hirsch machen. Okay. So. Alles cool. Alles. Nicht cool. So. Zumindest er findet das nicht cool. Keine Chance, dass viel zu treffen, ey. Bin einfach zu langsam. Aber wenn ich treffe, dann bin ich schnell. Wo war denn das? In irgendeinem Spiel habe ich doch auch die ganze Zeit darüber gejammert, wie langsam ich bin. Ja, ich erinnere mich. Wo Marzen auch, wenn sie gekotzt hat, oh, das müssen wir uns jetzt die Ewigkeit anhören. Oh, ich bin so langsam. Oh Gott. Keine Ahnung. Dahinten ist noch ein. Ist noch so ein. Noch so ein Alpha Hirsch. Wollen wir den noch? Oh, es liegt hier. Ach, ein Tochter tut. Oh. Mitgenommen. So, eben kurz alles buffen. So. Was willst du denn jetzt angehen? Gegen den da hinten. Gegen den da hinten. Gegen den da hinten. Ich will wissen, was das ist. Ich habe Dings Übergewicht. Ich nehme mal irgendeinen Firnis. Gift Firnis. Sehr gut. Dann nehmen wir noch den hier. Und trinken wir hier raus noch. Ich hätte noch Alpha Sandwiches für dich. Ähm. Ja. Gerne genommen. Ich habe sie dir hingelegt. So. Das ist ja noch so mega weit weg. Na denn. Lass mal. Hinsprinten. Apropos Sprinten. Ich werde mal noch einen Stamina regenerierenden Trank trinken. Und again. Du kannst nicht schon sehen, was es ist. Es sieht schrecklich aus von hier aus. Und vor allem sieht es riesig aus. Es sieht aus, als es jetzt noch sowas wie Knochenflügel. Natürlich geht es jetzt um den Baum herum. Das hatte ich gesehen. Jetzt kommt es in meine Richtung. Jetzt kommt es in deine Richtung. Mein Gott. Das ist riesig. Es ist ziemlich groß. Das ist so eine Chimäre. Nur halt in noch größer. Oh mein Gott. Die kriegt. Oh. Die kriegt ja kaum Schaden. Hast du dort getroffen? Ich. Ja. Mit meinem. Sniper. Schuss. Oh. Oh. Oh mein Gott. So. Also. Hast du schon was drauf geschossen, Dan? Gerade. Ui. Hallo. Oh Gott. Natürlich. Komm zu mir. Oh Gott. Die Falle hat kaum was ausgelöst. Okay. Der ist. Der ist. Schon. Bisschen stärker. Schnell. Und alles. Aber er brennt. Das ist schon mal gut. Autsch. So. Falle. 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 Der hat mich in der Luft weggeerntet. Ich muss jetzt mal. Denk ihn ab. Ja. Volle Kanone. Falle. 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 Sternen. Sternenkind Claymore. Das wissen die. Moment. Erstmal muss ich auf den Knopf drücken. Der Knopf. Das wissen des Webers. Der Morgenröte. wies uns den Weg. Er kam von den Sternen. Und zu den Sternen werden wir ihm folgen. Okay. Was wir haben. What the. What the. What the. Alter. Okay. Äh. Sieht schon nice aus. Ich meine das Vieh war halt auch krass. Du musst ja was nices fallen lassen. 500 Haltbarkeit ist auch nicht zu verachten. Ja das ist. Ich glaube wirklich meine Waffe ist unzerstörbar. Ich habe mir noch nichts in. Keine Ahnung wie oft ich jetzt schon auf etwas eingeschlagen habe. Mhm. Die anderen hatten ja auch so knapp 400. Die anderen Waffen. Ich glaube das hat auch was damit zu tun. Okay. Was du schlägst damit. Naja. Das war also hier die Ebene des Königs. Ah da geht es noch. Nach Norden. In so. So einen schmalen Gang lang. Und ich habe hier immer noch. Genau da will ich auch gerade hin. Aber also weil das hier die Wiese des. Gib mir deine Seele. König Mantikors. Und der war auch gut krass. Und der war auch krass groß. Ja. So. Eben mal ein bisschen verbranntes Mana wieder herstellen. Ja. 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 Wo gehst du denn gerade hin. Wo gehst du denn gerade hin. Hatten wir überhaupt das Zelt untersucht. Was wir da gesehen hatten. Ne ne. Welches Zelt. Hier ist eine feuchte. Hier ist eine feuchte Jagdhütte. Ja. 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 Ich bin gerade noch in einem Kampf mit einem. Äh. roten Reh. Wie ist denn das passiert. Die Viecher sind friedlich. Nein. Wenn du denen zu nahe kommst nicht. Ah. Du bist ihnen also zu nahe gekommen. Es könnte sein. Es könnte sein. Dass du ihnen eventuell vielleicht ein bisschen zu nahe gekommen bist. So. Ich komme. Ich komme. Irgendwo in deine Richtung gleich. Ich nehme mal eben kurz Marathon Trank. Sonst dauert das Ewigkeiten. Ja. Mach. 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 Wann bin ich jetzt. Chubidubi. Chubidula. Ja. Keine Ausdauer mehr. Stamina. Ja. Wie wenig Ausdauer hast du denn. Viel weniger als du. Und viel weniger. Ähm. Prozent als du. Bist du denn ganz. Also nach Norden. Ne. Ja. Ich folge deinem grünen Punkt jetzt schon seit einiger Zeit. Ich wünschte ich hätte eine Gabärenstulle. Ne. Sag mal. So weit war das doch gar nicht. Da ganz hinten bist du. Oh mein Gott. Mega weit weg. Ich hab auf dem Weg. Auf dem Weg hier hin habe ich einen sicheren Lagerplatz gefunden. Ja ja. Hier hinten ist auch einer. Wahrscheinlich könnten wir sogar in der feuchten Jagdhütte pennen. Ist nur ein bisschen feucht drin. Ist das nicht zu eng? Zelte in einem Zelt aufzustellen. Also das ist doch langsam pervers. In der anderen Jagdhütte wo wir schon mal drin waren waren ja Betten. Meinst du hier sind auch welche? Hm. Okay. Aber willst du wirklich in einer feuchten Jagdhütte pennen? Kannst du auch gerne draußen schlafen wenn du willst. Richtig witzig wird es denn. Wenn du hier drin jetzt diesen Raid Mod hast. Und ähm. Oh. Oh ich habe aus Versehen. Dieser Raub erzählt deine Geschichte. Hier ist gar Bärenmarmelade drin. Okay. Ich habe aus Versehen gerade eine brutale Großaxt aufgenommen. Ja. Ist gut. Kannst du verkaufen. Ja. Und dafür musste ich jetzt extra warten dass du mitkommst. Ja. Heftig. Wahnsinn. Und jetzt muss ich auf dich warten damit wir rauskommen. Ja. Warte mal. Hab da eben noch ein Rezept gelernt bevor ich es vergesse. Oha. Tja. Tja. Ich habe gerade gemerkt dass ich meinen einen Shortcut für den einen ähm Sprechertext auf die Karte gelegt habe. Das war auch wieder mal dumm. Sehr gut. Wieder mal alles richtig gemacht, denn. So, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir legen, schlagen hier trotzdem mal unsere Zelte auf. Ja, dann komm doch hier rüber, da wo es sicher ist. Den Tag herbeizaubern können. Ach ja, langweilig. Du willst unbedingt mal einen Überfall haben, ne? Ja, ich will mal wissen, was passiert. Und ich erkenne hier schon wieder mein Zelt nicht. Das sieht immer aus wie so ein Klumpen Knete. Viele, viele bunte Smarties. Er hat irgendwie das blöde Gefühl, was dein Zelt irgendwo stehen lassen hast. Ich sehe es halt nirgendwo. In meinem Inventar gerade. Habe ich das aus Versehen abgelegt? Das wäre schlecht. Aber wir hatten ja noch ein zweites davon irgendwo gefunden, ne? Ja, ja, ja. In die Kiste gepackt. Kann ich eins improvisieren? Mit ein paar Lederhäuten, ne? Guck grad mal. Ja, ansonsten, lass uns doch dann einfach stumpf nach Berg gehen. Ja, gut. Ist dann halt so. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass du das dann halt irgendwo stehen lassen hast? Hab ich das jetzt mal gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Du hattest das? In Monsum hatte ich das mal. Hatten wir in... Im Geister... Beim Geisterpass, ne? Ja, meine ich. Ja, auch. Ist der was? Ja, wenn ich mich wieder mein anderes Zelt mit... Nein, nein, ähm... Ja, aber du hast das Zelt ja auch nochmal in Chirocco. Das hatten wir ja noch ein zweites Mal gefunden. Ah, ja. Stimmt, stimmt. Dann ist ja alles gut. Ist noch so einer von den Dingern? Noch so einer von den... Das ist der Tote da hinten. Das ist der Tote. Achso, das ist ja einfach nur so ein... Deko-Totes Geripp. Ja, ja. Dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte, grad der Leuchtehorst da hinten, der lebt doch. Ne, ne. Der Leuchtehorst leuchtet einfach nur. Ja, leuchtet einfach nur. Ja, dann würde ich immer sagen, steuern wir noch den zweiten einsamen Turm an. Einfach so. Damit wir es hinter uns haben. Ob da noch irgendwas ist, ob da noch irgendwas geht. Ja, dann gehen wir jetzt einfach stumpf hier rum, eben nördlich. Ja. Können wir hier hoch. Mal gucken. Was liegt denn da? Ne. Holz sammeln. Das sieht so aus, als könnte man hier hoch. Weil dann haben wir, glaube ich, den Amerika... Äh, Alpha Wand. Alpha Wand. Wir müssen drumherum. Dann haben wir, glaube ich, in Amerika alles erkundet, was so zu erkunden geht. Schon in der Festung, ganz im Norden, über der... Nein. Da waren wir, meine ich, auch noch nicht drin. Damit ist mein Verdacht schon wieder widerlegt worden. Tja. Boah, schöner Nachthimmel. Ja, oh wunderbar. Oh Wunder, oh Wunder. Roly Polly. Nein? Doch nicht. Okay. Mhm. Ich sehe den Turm halt auch nirgendwo. Der ist... Der Turm, der ist ja wirklich auf so einer... Äh... Feldspitze hier, Richtung Norden. Richtung Norden. Siehst du den da oben? Das ist die Richtung Norden, sehe ich jetzt erstmal nur Bäume. Ach, da oben. Ja gut. Weiß ich gar nicht, warum wir jetzt da probiert haben, da hochzuklettern. Ich bin dir einfach... Abzukürzen. ...irgendwo aus dem Gras-Raus-Lukensee. Wir können das auch einfacher machen. Ja, das ist ganz gut. Da weiß ich immer, wo du bist. Guck mal da links, das sieht doch so aus, als könnte man da irgendwie hoch. Hinten in der Ecke. Oh, das sieht auch so aus. Oh, guck mal, hier rechts ist noch eine Hütte. Oh. Baufällige Jagdhütte. Ah ja. Viel besser als die Feuchte. Ein Stoß. Gibt es hier keine vernünftigen Jagdhütten? Ach, nee. Die sind alle kacke. Ja. Ein Merker. Diverse Verliese. Ah! Geist! Oh mein Gott, dann! Scheiße! Sehr schön. Natürlich hat er einen Archemieausrüstung dabei. Oh, und ein Pflanzzelt. Handwerk-Eisflammen-Facke. Ganz viel Feerness für dich. Spenst. Das Gespenst hat eine Blitzfeerness. Was zur Hölle? Wer ihn beschleunigt immer weiter auf dem Stand. Was? Nee, 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 nee. Pfff! Nyaaau. Jaa. Scheiße, ich bin echt alt. Diese Ladezeit einfach. Ja, ja. Ja. So, aber irgendwie müssen wir ja da auch hochkommen. Ja. Meine Idee war jetzt hier links. Geh mal links, ich geh rechts. Irgendeiner von uns wird schon einen Weg finden. Ja. Okay. Also das ist hier nicht steil, da kann ich ganz bestimmt hoch. Alphawand. Alphawand. Ich habe hier nur Alphawand. Ah ja. Ich hoffe, dann kommt man von deiner Seite dran, weil sonst wäre es echt... Vielleicht auch Alphawand. Zumindest an der einen Stelle. Das wäre sonst echt schwachsinnig. Naja, also das ist einfach ein Ort, wo man das machen kann, aber... Ich finde es schon ein bisschen blöd, dass er trotz allem in der Karte markiert ist. Wie alle anderen begehbaren Orte. Ja. Hier vorne sehe ich es leuchten. Was haben wir da? Da haben wir den Mordo. Ich meine, der Hebel muss ja für, äh, in der Dolmenkripte doch für irgendwas gewesen sein. Ja, irgendwas wird er schon bewirkt haben. Was wir mal wieder nicht herausfinden können, ne? Ja, also ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Okay. Schade. Dann können wir das aber wenigstens abschließen, als wir haben es versucht. Ja. Dann ab nach Burg. Und dann endlich mal wieder nach Sirocco. Mal irgendwas Spannendes machen. So. Willkommen zurück, Hannes. Bei Hannes gab es herzogenen Kartoffeln und gluten-daktose-freien Chicken-Chips. Ein Hoch auf Bofrost. Äh, Modus... Ja, Modus streamt heute tatsächlich nur auf Twitch. Ja. Also das heißt, wir... Modus und ich... Streamen höchstwahrscheinlich sogar wirklich synchron diesmal. Das könnte sein, ja. So. Geist! Ja, hau ihn weg! Mach ihn kaputt! Oh, nicht so sehr, wie ich es wollen würde. Ohohohohohohohohohoho! Okay, es ist ein roter Geist. Das ist natürlich noch ein anderer Hausnummer. Hutz! Fliegt er erst mal zehn Meter. Ja, wirklich. Wir haben auch immer noch das Mysterium, dass wir doch da in den einen Baumstumpf auf der Insel im See runter konnten. Und dass wir da doch ein verschlossenes Tor hatten. Ja. Und wir immer noch nicht einen Weg da rein gefunden hatten. Ja, aber... Aber das müssen wir jetzt heute nicht klären. Wir haben in der Kiste im Berg einen kleinen Schlüssel zu liegen, wo wir noch nicht wussten, für welches Schloss der ist. Ja, aber das Gitter, das Stand kann man nicht von der Seite öffnen. Ah. Ja, dann wird es der Ausgang von irgendwas gewesen sein. Vielleicht, wenn man zur Festung geht oder so. Ah, das kann natürlich sein. Dass ich bis dahin durchschlagen kann. Meistens ist es ja der Fall. Ja. Ah, es ist so drei bis fünf Sekunden Verzug. Eieieiei. Eieieiei. Was? Wer von uns ist denn schneller? Wer von uns ist denn schneller? Du wahrscheinlich. Ich habe auf normale Latenz geschaltet. Okay. Hast du geringe Latenz? Lens? Weiß ich gar nicht, ob ich das irgendwo eingestellt habe. Aber wenn der Hannes gerade da ist, dann probiere ich mal was. Ob hier was kommt. So, das hier. Wenn du möchtest, dann kannst du mal auf diesen Link klicken. Und dann kannst du auf meinen Stream Einfluss nehmen. Wenn das alles funktioniert. Und du Lust dazu hast. Auf den Stream Einfluss nehmen? Ja. Ich habe mir einen Dickspa installiert. Ein, bitte was? Einen Dickspa. Ja, es ist Free Shit. Ich schenke dir zehn Crates. Da kannst du witzigen Scheiß mit anstellen. Dickspa. Das ist so ein Twitch-Tool. Ich habe heute sehr viel Zeit investiert, mich über diverse Twitch-Tools zu informieren. Und ein paar davon auszuprobieren. Und Stream-Avatar finde ich sehr interessant. Lohnt sich aber erst bei, wenn du so 20 Zuschauer hast oder so. Dickspa ist halt so eine Sache, da kannst du als Zuschauer Crates halt bekommen. Das ist wie so ein Lootbox-System. Und da sind verschiedene Dinge drin. Wie zum Beispiel Jumpscares oder so. Also wenn du bei mir gerade guckst, Hannes. Das hier zum Beispiel ist ein Dickspa. Und wieder ist das dieser Moment, wo ich eigentlich meinen Fernseher anmachen muss und deinen Stream parallel gucken müsste. Ich hole mal meinen Fernsehschalter. Ja, und ich habe ihn jetzt gerade, also ich habe einen Link bei mir in den Chat reingeballert. Wenn das alles klappt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es wäre schön, wenn es mal einer testet. Ach, da muss man sich auch registrieren. Okay, das hatte ich nämlich befürchtet. Das ist natürlich kacke. Das ist blöd. Am häufigsten besucht Twitch. Und jetzt muss ich nur noch... Wenn man sich da registrieren muss, ist das natürlich kacke. Ich hatte gehofft, dass das einfach so funktioniert irgendwie über Twitch. Oh Gott. Ah, okay. Okay. Oh nein, nein. Was denn? Ich will doch nicht die ganze Art... Es ist schon wieder Zeit. Ja, ich muss am TV erstmal gleich tatsächlich deinen Namen da eingeben. So, guckst du dir gerade selber zu? Ja. Gut. Es geht über Twitch-Handel. Ist denn so wie beim Profilverknüpfen von Twitch Prime? Achso, okay. Ja, na dann ist das ja relativ easy. Also anders habe ich mich da auch nicht registriert. Die dreifach geschmiedete Helle Bade... Ja, ich tue es mal weg. Okay. So, ich tue es auch weg. Inguin. Okay. In... Agent Pinguin Master. Ah, ich habe Doppel-P. Scheiße. Ech. Nein, was? Ich weiß, Leute. Mein Stream dürfte wahrscheinlich für einen ganz kleinen Moment langweilig werden, bis ich den guten Modo bei mir auf dem Fernseher habe. Weil das gleich für Chirocco würde es bestimmt auch wichtig werden, dass ich auch mal sehe, was der Gute da macht. Und nicht immer nur ihr. Pinguin. Und jetzt Master. Oh Mann, ey. Ich hasse es, an einem Bildschirm mit einer fucking Fernbedienung Buchstaben einzugeben. So. Fertig. Ja, es kann halt sein, dass das nicht jeder Zuschauer machen will. Das ist, ja... Ja. Das ist echt blöd. Und mein TV hat natürlich auch keine... Ähm... Sag mal eben, keine Twitch-App. Das heißt, ich muss mit dem Internet-Browser des Fernsehers das machen. Okay. Ich habe deinen Stream in richtig groß. Oh, cool. Das ist super. So. Ähm... Ja. Jetzt beladen wir uns über. Also ich habe jetzt hier die lebende Axt nochmal mit reingepackt. Und das... Ja, zeig mal, ich wollte es mir mal nochmal angucken. Sternekind Claymore nehme ich das mit? Das wissen, das weh, was der Morgens. Gute wies uns den Weg. Ja, da, eben der Axt. Hm, ich entsinne mich. Ich nehme das Claymore mal mit nach Neu-Chiroco. Wer weiß, wofür wir das gebrauchen können. Aber du willst ja wahrscheinlich erst mal pennen, ne? Bevor wir losgehen. So. Dann lasse ich nämlich die ganzen Scheiß. Er ist noch da drinnen. So. Warte, ich pausiere mal deinen Stream, wenn ich ihn aktiv nicht brauche. So. Tuck, 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 tuck. Was? Kam das an, Hannes? Also ich finde das schon recht creepy. Vor allem, weil es so völlig aus dem Nichts kam gerade. Was denn? Hannes hat gerade meinen Hintergrund-Sound geändert in ein spooky Wind mit Wolfsgeheulen. Ich glaube, es ist ein bisschen leise gewesen. Aber das freut mich, dass einer hier aufschlägt, der das mit mir testet. Es gibt halt auch richtig lauten Scheiß. Du hast es gehört. Dann ist gut, dann ist gut. Weil ich hatte vorhin, habe ich den hier gemacht, wo ich einmal Oh, Wut geschrien habe. Ah, oh. Geschrien habe. Okay. Jetzt höre ich mich selbst bei David Dennis. Das ist eine Kopfhörer. Ja, ich habe den Effekt jetzt auch mal gesehen. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, liebe Leute. Das muss ich einfach mal testen. So. Okay. Ich mache mal Alpha Jerky. Ich mache mal Alpha Jerky. Und Alpha Sandwich. Und jetzt habe ich natürlich das ganze Brot verbraucht. Ich... Ja, Kalika. Oh, das ist auch... Direkt auf dieses blöde, auf dieses Alchemie-Ding springt eine Geisterpuppe raus. Willst du was kaufen? Ja, ich finde das super cool. Aber das ist dumm. Also ich kann halt diese Crates halt verschenken. Das ist kein Problem. Ich kann ja ohne Ende so links in den Chat halt hauen. Da können die Leute sich diese Dinger holen. Aber eigentlich ist es dazu da, dass du sie verkaufst. Also man kann auch Crates direkt kaufen. Okay. Aber so richtig... Das ist kein Geld wert. Ja. Gut, dass ich dich bei einem schönen Lachen gerade da auf dem Fernseher pausiert habe. Gut, so. Ich wollte ja eigentlich noch Scheiß abwerfen. Das ist halt dann erst, wenn man... Ja, man muss jetzt gleich überlegen. Also lass uns dann noch einmal pennen. Und dann rennen wir los nach Chiroco. Ja, ich bin hier noch so ein bisschen am Ausmisten. Ich hab noch so viele Tränke und Kram hier einfach mit. Jetzt mal ein bisschen was raushauen. Nicht, dass ich hier schon von vornherein mit 60 Kilo rumrenne. Das ist irgendwie nicht so... Mhm. Das gelbe vom Ei. Das schiebe ich mal noch in die Tasche. Okay, jetzt ist hier wieder ein bisschen viel drin. Dann tun wir das wieder zum Beutel. So, dann kommen wir auch mal nach oben. Es gibt halt auch so eine Dinger, die verstellen meine Stimme. Da weiß ich aber nicht, ob du das hören würdest, wenn das... Oh Gott, das ist eine blöde Zeit. Das weiß ich natürlich nicht. Wollen wir hier gleich richtig durchziehen? Was ist mit dir los? Na, ich will halt jetzt hier nicht, äh, 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 bis, bis... Also ich will halt nicht in der Nacht halt hier irgendwie rauskommen. Das finde ich blöd. Also so würde ich schon sagen. Marmeladen, ja. Es ist halt auch nur ein Tag, wenn wir reisen, sind es drei Tage, ne? Ja, ja. Ich verstehe schon. Ich weiß doch ganz genau, dass du meine Kochkürze nicht respektierst. Naja, also... Ich respektiere die Marmeladen. Das sind so die Sachen, die ich halt immer wegfresse, wie sonst was. Ja, viele, viele buntes Marty's, ne? Alles geheilt, alles schick. Mir geht's bingo. Oh, ich wollte gucken, ob mein Zelt in der Kiste ist. Meinst du, dass du das aus Versehen abgelegt hast? Ja, möglicherweise. Es sieht ja ein bisschen so aus wie ein Holzstamm. Oh, oh. Hier sind ja die Zelte. Aber es sieht nicht so aus, als ob... Nee. Himmelskronen, Streitkolben. Oh, hier liegt so viel Zeugs drin, wo man echt überlegt, was nehme ich davon jetzt mit? Das nehme ich... So, jetzt sortierst du auch gerade aus und die ganzen Marmeladen, die da drin sind. So, Marmelade. Oh Gott, ich hoffe... Ich hoffe, dass die Marmeladen einfach den... ...Übergang einfach überstehen. Weil sobald wir da sind und ich in die andere Truhe packen kann, ist alles in Ordnung. Hoffst du? Was sagst du? Hoffst du. Hoff ich. Guck mal, jetzt ist noch 25 Goldwaren, die nehme ich einfach mal alle mit. Ja, genau, die hatte ich da eingelagert. Ja, Mann. Ich kriege jetzt langsam schon Übergewicht. Es sind auch erst noch Brot, 10 Stück und 14 Gabären. Ja, okay, die Gabären kann ich gleich direkt immer zur Marmelade verarbeiten. Das Brot nehme ich mit, die Gewürzkäfer nehme ich mit. Und das Diadem de Gibier auch. Ich habe das mal mit dem Windfall weitergegeben mit Dix, weil der ist... Achso, so heißt es ja, Mr. Windfall. Ah, der ist Lapa aus dem Söldnerlager. Ja, so langsam bekomme ich eine bekannte, befreundete Lapa-Streamer-Gruppierung zusammen. Ja, das ist doch cool. Es ist ein nettes Tool. So, Gabären war mal eins, zwei, drei. Aber ja, hast recht, das macht eher nur Sinn, wenn man halt viele Leute da irgendwie schon hat. So, okay, ich glaube, ich habe soweit alles. Soll ich noch irgendwas schleppen? Weil ich habe noch ein paar Kilo frei. Du hast noch? Gut. Äh, dann kriegst du... Was kann ich dir da am besten geben? Äh, verkauf das mal. Keine Ahnung, warum ich das hier habe. Wow, männlich. Warte mal, ich... Ach nee, warte ich. Für irgendwas brauchten wir Eispulver, auf jeden Fall. Und Blausand brauchen wir auch für irgendwas. Ah, wir brauchen eigentlich alles aus dieser Scheißkiste. Blausand? Für irgendeinen Scheiß brauchten wir es. Blausand? Eisfackeln, also Eissteine. Äh, äh, Kaltsteine, herzlichen Dank. Ich habe mal den Blausand mitgenommen. Ähm, das kannst du mitnehmen. Wow, krass. Gibt ja bloß nicht so viel. Das kannst du mitnehmen. Wie du auch alleine deinen Bogen hältst. Okay, von der Seite sieht es so gut aus. Von der anderen Seite sieht es aus, als würdest du ihn dir durchs Auge stechen. Ah! So, äh, und... Das waren jetzt vier Kilo, die du mir gegeben hast. Das sind schon ein paar mehr. Das sind jetzt zehn Kilo mindestens, die ich dir gegeben habe. Nee, 68 hatte ich, jetzt habe ich 72. Das war nur ein Glas Marmelade gegeben. Zehn. Und, äh... Was? Zehn Gläser Marmelade, die 5,5 Kilo wiegen. Oder 5 Kilo. Okay, bei mir wiegen sie genau 5. So, dann kriegst du noch... Ich hätte sogar noch mehr abgelegt. Das da. Oh, nice. Und, äh... Ja, ich verkaufe noch eben schnell die brutale Großaxe, dann können wir los. Sehr gut. Und jetzt habe ich dir so viel gegeben, dass ich schon wieder Untergewicht habe. Untergewicht? Wie geht das denn? Also, ich bin nicht überladen. Das ist für mich Untergewicht. Ah! Das Sternenkind Claymore gibt 750 Gold. Äh, Silber. Ja, wir sind es verkaufen, ich hätte das so ein bisschen... Ne, ich nehme es einfach mal mit. Äh, Reiseproviant brauchen wir auch noch. Das ist beurrückend. So, hast du... Ich habe 5, ich brauche keinen. Okay, dann haben wir genug. Jetzt noch... Äh, Glabären, weiß nicht, ob du die brauchst. Ne, ich habe jetzt von den ganzen scheiß Marmeladen gemacht. Äh, der Rest kann weg. So, unterdreht sich dein Bildschirm schon wieder, ne? Mein Bildschirm dreht sich nicht, nein. Hat er sich gerade nicht gerichtet? Da haben die Zombie-Hände nach meinem Bildschirm gegriffen. Okay. Aber gedreht hat er sich nicht. Okay. Oh mein Gott. So. Ist ja richtig neblig, wa? Sowas hatten wir aber auch noch nicht. Doch, schon die ganze Zeit. Was ist mit dir los? So. Lol, alter. Okay. Reingesprung. Schon. 80% der Lebenspunkte weg. Ja. Oh, ich muss mir auch unbedingt endlich demnächst mal so ein blödes Stream Deck kaufen. Kann ich nur empfehlen. Ähm. Ich habe jetzt, äh, auf einem anderen Channel, äh, so VFX Artists. Ähm, die haben da letztes Mal so ein... Ja, wie sowas ähnliches wie das Stream Deck vorgestellt, bloß zum Arbeiten. Äh, wenn du jetzt mit Photoshop oder sonst irgendwie designmäßig arbeitest. Und das war halt ziemlich cool. Du hattest halt auch ganz viele Tasten zum Rumschalten. So, äh, so verschiedene kleine Rädchen, wo du dann halt, äh, die du zum Zoomen und so weiter nutzen kannst. Ähm, also, äh, eigentlich ganz praktisch und nett, äh, einzelne Tasten zum Abspeichern zurück und, äh, vorstellen wieder von irgendwelchen Aktionen. Jetzt wieder windig. Ja, ich hab mir halt das, das, äh, ähm, also ich mache ja die ganzen Effekte über den Stream Deck. Mhm. Ich hab mir, äh, den einen Tag, ne kleines geholt. Ja. Äh, äh, mit 15 Tasten. Drei Karten, äh, ich hab eigentlich 10 Karten da reingepfeffert, eigentlich musst du dir 10 holen können. Mhm. Und ich war so begeistert von dem Ding, dass ich's direkt zurückgeschickt hab und mir dann die, äh, XXL Variante davon geholt hab. Achso, für 30 dann, also mit 30 Tasten oder wieviel hat die dann? Drei 30 Tasten, genau, ja. Ich die Idee mega, mega gut finde. Und ich da jetzt meine, meine 10 Wechsel drüber mache. Oder die ganzen Wandkis, von denen ich ja die ganze Zeit erzählt. Platsch. Das ist ja die Sache, ja, ich hab mein Herz und meine Seele an, äh, Elgato verkauft. Jetzt hast du das Keylight dir auch schon geholt? Das Keylight, was ist das? Äh, ne, ne Lichtfläche. So, wie das, ja, will ich aber auch holen. Schon beleuchten. Will ich aber holen. Also ich weiß, was du meinst, ich kannte den Begriff nur nicht. Ähm. Also, ja, Beleuchtung, die kannst du halt auch darüber steuern. Mhm. Das werde ich mir auch irgendwann holen, weil ich das halt mega gut finde. Achso, das sind 10 Crates, wo ich die ersten 10 User, die draufklicken, bekomme eine Kiste. Achso, ich dachte, wenn einer 10 Mal draufklickt, kriegt der halt 10. Okay. Ne, weil ich hab die Beleuchtung, die ich hier halt habe, die ist, äh, über einen, äh, wie ziehe ich das? Über einen, äh, Master Slave Steckdosenleister mit meinem PC verbunden. Master Slave. Ja, 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 das ist so eine Steckdose, äh, so eine Steckdosenleister, und, ähm, da gibt's halt eine Master Steckdose, das ist mein PC. Und die anderen Steckdose sind alle Slaves. Und die Slaves kriegen nur dann Strom, wenn der Master Strom zieht. Und darüber läuft ein USB-Splitter, und an dem ist meine komplette Beleuchtung angeschlossen. Okay. Das heißt, nur, also wenn mein Computer ausgeht, geht meine komplette Beleuchtung stromlos. Ja. Äh. Wir müssen gar nicht so weit nach links hin. Ne. Ich wollte eigentlich nochmal, äh, ein paar Rauchwurzeln einsammeln. Okay. Weil ich einfach mal ein bisschen testen will. Aber guck mal. Oh nein, Brennermann, 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 hier steckt. Eine von der Hitze der Sonne geschmiedete Axt könnte womöglich etwas bewirken. Okay. Was ist los? Wie am brennenden Baum konnte man interagieren. Haben wir noch nie versucht, ne? Was hast du da gehört? Auf der anderen Seite? Ja. Hier kann ich einfach nur ganz normal Holz sammeln. Eine von der Hitze der Sonne geschmiedete Axt könnte womöglich etwas bewirken. Wir haben doch irgendeine heiße Axt oder so, ne? Ja, wir haben so eine Axt in Chiroco rumzuliegen, die noch irgendwie noch mehr Wärme braucht oder so, ne? Aber hatten... Ja, wir hatten ja. Das war das so... Ich bin gerade überlegen, die... Diese komische lebendige Axt, das passt ja nicht. Nee, kein Stück. Okay. Okay. Ach ja, stimmt. Diese Insekten explodieren ja. Da war was. Hier waren doch auch noch irgendwie Rauchwurzeln zwischendurch an der Seite oder nicht? Ja. Holz. Ich hab auch, äh, Rauchwurz eingesetzt. Wolltest du damit ein? Ja. Äh, man konnte doch mit Rauchwurz den Wollpilz, äh, konnte man doch diese, ähm, dieses Brot der Wildnis, meine ich, machen. Was auch so ein bisschen gegen Wärme schützt. Das weiß ich nicht, das kann sein. Da dachte ich, da nehme ich vielleicht so ein, zwei vielleicht von mit. So. Oh, bitte Marmelade. Überlebe! Sind hier nur drei Tage, was kann schon schief gehen? Äh. Hast du schon mal drei, hast du Marmelade schon mal drei Tage in der Sonne liegen lassen? Nee. Nee, nicht so wirklich. Weil ich bin auch noch nicht mit drei, drei Tage lang mit Marmelade in meinem Rucksack, also mit fünf Kilo Marmelade in meinem Rucksack. Ich hab dir das gestrackt. Ja, aber ich hab's gemacht. Also, weiß ich, was da jetzt besser ist. Ja, oder hier, ähm, die absolute Ekelhaftigkeit, die ich mal auf den Conquest gebracht habe, ist... Die absolute Ekelhaftigkeit, ich hab das schon gehört. Der Begriff allein ist ne Ohrfeige wert. Das war damals noch Orklager, ich war noch relativ frisch im Lab und wusste mich auch noch nicht vernünftig zu verpflegen. Okay, die Marmeladen haben überlebt. Frikadellen, die zwei bis drei Tage lang in der prallen Sonne gelegen haben zu essen. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, so ganz nebenbei. Okay, ich hatte, ich hatte keine Beschwerden, aber ich weiß nicht, wie ich das durch Zufall überlebt habe. Das erklärt auf jeden Fall vieles. Bitte was? Ich hab tatsächlich auf meinem ersten Conquest... Oh, hier sind hier... Das ist, ja, ich weiß, Hannes, das ist tödlich und gefährlich, ähm, aber ich war... Ich war gerade Anfang 20, da war ich noch nicht so intelligent wie jetzt. Noch schlimmer. Also ich hab tatsächlich auf meinem allerersten Conquest mich auch, ähm... Äh, da hatte ich nur ein Paket Toast. Ne, ich glaub, das war sogar, ähm... Das ist Dönerbrot. Fladenbrot. Hatte ich mitgehabt. Äh, ne Glas Marmelade und mehrere Gläser von diesen Mini-Hot-Dogs. Okay. Das war halt mein Frühstück, halt, ähm... Genau in dieser Kombination. Zusammen. Nicht einzeln. Hat halt einfach nichts anderes mit, weil ich hätte ja keine Möglichkeit, über die Spanien zu lagern und so. Ich bin dood! Äh, du hast gesehen. Stopp! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho! Explodiert das nochmal? Ja. Wow! Dankeschön. Also damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Gegen hier sind wir immer noch scheiße. Ja. Können wir nicht hier auch querfeld ein? Wo wollen wir überhaupt hin? Nach Neu-Chiroco erstmal, um den ganzen Scheiß abzuladen. Okay, na dann lass uns doch geradewegs durchgehen einfach erstmal. Achso, guck mal, ich leg dir hier mal was hin, was ich noch habe für dich. Du kannst auch außerdem den Kälte-Zauber anwenden, damit es dir nicht ganz so heiß wird. Das kann ich machen, das ist eine sehr gute Idee. Zumindest bringt er ein ganz klein wenig was. Wie geht's? Als Kind hat Hannes immer Butter und dann Erdbeerfruchtzwerg obendrauf und Parmesan. Oh, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Warst du schwanger? Oh, das ist ja richtig schlimm. Also irgendwas hatte ich noch. Jetzt gehen wir noch abwerfen und jetzt mal Salz. Und hier, Rauchwurz, genau. Das soll ich dir noch geben. Jo. So. Und falls du Bananen siehst irgendwo, Rauchen. Rauche, brauche, brauche. Ich soll Bananen rauchen? Wie soll das denn gehen? Rauche! Ich brauche! Achso, du brauchst. Und die Pfirsiche auch? Ja. Ja, komm, dann können wir eigentlich hier so ein Shrink tatsächlich einmal über die Karte machen, ne? Was ist denn ETZ für eine Abkürzung? Et cetera? Ne, keine Ahnung. Mich ekelt die Vorstellung ETZ genauso. ETZ, okay. ETZ ist ja ETZ. Ja, ja, aber ich hatte gedacht, vielleicht andere Art von Deutsch. Abgerutscht vom Z und leider auf dem C gelandet. Soll ich vorkommen. Also, ich weiß, die Pfirsiche gibt es da hinten rechts. Das ist die Kurzform für jetzt. Achso, nee. Das J vergessen. Alles klar. Gut. Ja, komm, dann kannst du beim nächsten Mal auch gefälligst heuer schreiben. Ja, heuer ist ja auch schon so ein Wort einfach. Das kann doch einfach alles bedeuten, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Bei Henning ist das auch immer total cool. Der sagt immer als. Aber halt auch dann, wenn es überhaupt nicht passt. Und halt auch wenn man es auch gar nicht braucht. Hier sind noch merkwürdige Fibon... Bist du eigentlich schon wieder? Ich habe doch mehrmals gesagt, hier rechts. Wo bist du? Da. Ja, da hinten sind komische Geisterkrieger gewesen, glaube ich. Ja. Also, mit dem Kältesägen komme ich tatsächlich in Kombination mit meiner Rüstung ganz gut klar. Mit dem... Ja. Ich bin nur minimal erhöht, hierzu. Durch den müssen wir durch. Durch den müssen wir durch. Dann gib mir kurz Luft zum Atmen. Ja. Nee, mein Problem ist wirklich, dass ich teilweise im Dialekt schreibe, aber bei Streams... Aber drei Streams und Shads sind wirklich zu viel. Ja, ja, ist ja kein Problem. Man kann es sich ja grob... Man weiß ja, was du sagen willst. Aber ich dachte jetzt, ETZ ist nochmal irgendwie irgendeine fancy moderne Abkürzung für irgendwas. Kann ja sein. So, warte, ich zauber mich jetzt nochmal kurz ready. Dann zauber dich mal ready. So. Ich mach schon mal hier in der Falle hin. Hm. Ich nehm irgendeine Furniss, ich nehm irgendeine Furniss. Welche Furniss nehm ich denn? Hier, Furniss. So. Bist du endlich so breit? Ich pulle. Kein Pullmann. Ich hab gar keinen Zorn. Na gut, dann muss das so gehen. Pullst du schon? Irgendwie hat das Pullen nicht ganz so viel geholfen, oder? Sein Gesicht. Nochmal. Du hast den Baum getroffen, glaub ich. Nein, nein. Ich hab ihn getroffen. Geh weg. Geh weg. Von mir. Kreatur. Oh, krass. One down. Many more to go. Wow. Fünfmal Alpha-Fleisch und eine Mürnzunge, wofür wir auch die auch immer gebrauchen können. So, mir gehen gerade die Pfeile wieder aus. Aha. Hier sind drei, vier Sichel, die wie er aussehen. Ja, alles, alles klar. Dann viel Spaß. Vielleicht hört oder liest man sich nochmal. Ah. Ansonsten auch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende, Hans. So, kannst du nochmal gucken, ob du hier noch irgendwo anders... Ah, da hinten sind noch vier Sichel. Natürlich. Ich hab hier ein Rezept für Goldmarmelade. Nice. Da? Ja. Und gleich steht da, sie benötigen Zucker. Scheiße. Kann ich das schon? Vielleicht steht da, sie benötigen einen Goldmarmelade. Alter. Unlustig. Ja, okay. Dann können wir jetzt höchstens nochmal ein bisschen hier nach Süden gehen und dann nach Neu-Chiroco. Oder du machst eben hier ein Feuerchen und ich kann nachgucken, was ich brauche für die Marmelade. Dann mach ich das. Dann mach ich das. Dann mach ich ein Feuerchen. Nur für dich. Merci. So. So, was magischer Kochtopf. Sag mir, was ich für die Goldmarmelade brauche. Ach, topf. Vier Bananen. Wär jetzt gedacht. Warte, dann kann ich jetzt auch Alpha Jerky nochmal machen. Hast du irgendwas kleines, unbedeutendes, was Mana regeneriert? So ein Tollmitten oder sowas? Mh, nö. Aber warte mal. Also, basteln kann ich es nicht, aber ich hab's vielleicht dabei. Ist schon gut. Hier, 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 hier. Astral-Tränke hab ich selber. Ich hab grad einen Astral-Tränke getrunken. Ah, das ist gut. Ah, danke. Aber ich find diese Musik immer noch ganz gut. Oh, ich hab da was Böses gesehen. Hättest du mich gesehen? Bist du, bist du da hingekommen? Ich bin einfach hochgegangen. Ich habe keine Bananen gefunden, dafür aber Mais. Okay, wo hast du hier etwas Böses gesehen? Hinter dir. Hä? Äh. Ach ja. Haben wir ja gerade eben umgenutzt, ohne einmal getroffen zu werden, also. Wo haben wir beim letzten Mal, ich weiß, beim letzten Mal haben wir ganz weit im Nordwesten ganz viele Bananen gefunden. Aber da will ich jetzt nicht unbedingt hingehen auf der Insel. Nö, ich auch nicht. Mein Spitzhack ist vollkommen zerstört. Ich kann kein Erz mehr abbauen. Nein. Aber da hinten hab ich jetzt Bananen gesehen. Wir wollten noch verschiedene Positionen des Schiffs betreten. Ja. Gibt's hier Wasser? Wenn ich grad hier wieder so eine Landestelle sehe. Tatsache, hier gibt's Wasser. Mein Kältesägen mal wieder anwenden. Ist warm. So, da vorne sind Bananen. Oh. Da ist Wasser, genau. Und ein Händler. Ein Händler? Ein so oborianischer Händler? Ja. Oh, ich glaub ich hab... Und da ist ne Qualkrabe dazwischen. Guck mal hier. Wo? Nein. Wir müssen lagern, denn... Ich habe hier ein merkwürdiges Erzvorkommen gesehen, was ich ganz gerne abbauen würde. Aber meine... Meine... Spitzhacke ist... Ja, wollen wir erst den Händler machen, weil nach dem Lagern ist er weg. Ja, dann lass erst mal diese blöde Schildkröte da machen. Danach gehen wir zum Händler und dann lagern wir. Okay. Okay. Oh, natürlich. Ich bin wieder in der Luft abgefangen, meine Herren. Oi. Einfach das sein. Ich brenne. Ja, ich hab auch grad gebrannt. So, ich probier mal abzulenken. Boah. Okay, du kannst dich löschen. Mach ich. Au. Ich übertreibe jetzt mal mit den Kreisen. Ja, mach irgendwann mal, dass du fertig wirst, bevor ich tot bin. Ich brenne schon wieder. Oh, Jim. Uff. Mal kurz löschen. Da ist rohes Kaulquattenfleisch drin. Was kann ich für dich tun? Ah, da konnte man noch... Äh, Jerky mitmachen. Ja. Das ist korrekt. Äh. Damage. Die Rüstung hilft gar nicht gegen Hitze. Natürlich das ist falsch in Erinnerung. So. Ja. Ja. Kacke. Das ist einfach Kacke. Dann müssen wir uns die Stelle einfach merken. Was kann ich für dich tun? Okay. Moment, ich hab, ich hab, glaub ich, noch so ein... Ja, doch. Aha. Ah, jetzt ja. Ja, ich hab, äh, äh, ein Notfallzelt dabei. Ach so, ähm, hier, sie wären auch, also, ja, Pflanzenzelte gewesen. Ja, genau davon rede ich. Na, äh, äh, was wollte ich denn jetzt hier noch machen? Äh, ich weiß nicht, ist nicht mehr. Ah, genau, den Smaragd verkaufen. In wo wir vorhin bei Elgato waren, die haben halt auch einen, ähm, sehr coolen Mikrofonarm, wo du halt das Mikrofonkabel im Arm führen kannst, dass es nicht irgendwo draußen rumschlaggert und so. Okay. Das finde ich sehr nice. Aber die haben, das sind zwei verschiedene Ausführungen und ich muss mir noch überlegen, welche für mich da irgendwie sinnvoller ist. Die Unterschiede sind jetzt marginal. Ach so, ja, ich wollte ja meine Menschenbezahler, die muss ich auch ausrüsten, damit ich sie reparieren kann. Ich halte Wache. Dann kannst du dich auch reparieren, konzentrieren. Cool, danke. Ja, gehen wir mal gleich die Nacht durch. Ja, nicht, ähm, okay. Weder Angst, dass was verfault oder was? Ja, ja. Ja, dann nenne ich, denn nicht, denn ich ist doch gut. Red doch mit mir. Ich bin doch kein Unmensch. Nicht ganz so lang. Dann hat man sich halt nur. So. Dann rede er doch einfach mit mir. I've done that. Ich bin da. So, dann haben wir gleich noch eine Stunde mindestens für Abenteuer. Mindestens. Ja, irgendwo müssen wir hin, wo wir ein, ähm, wo wir was finden. Ja. Ähm, für, für, was brauchten wir denn? Also wir haben die alte... Das Stathaus, glaube ich, ne? Ja. Brauchten wir Ressourcen. Ja. Okay. Wir könnten ja immer noch mal so ein bisschen auf der Karte an sich ein bisschen auch weiter herumrennen. Uff. Zerlegen. Kann ja schon sein, dass das Erz, was wir hier finden, oder gefunden haben... Wo war es denn gleich? Nicht denn blöd? Oh, das ist despawned. Wäre ein bisschen schwachsinnig, oder? Nein. Nein, 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 nein. Hier? Ne, das ist Mais. Ich bin bescheuert. Das war doch so weit gar nicht weg hier. Warum bin ich überhaupt so langsam? Ach so, weil er natürlich die Axt in die Tasche gepackt hat, anstatt in den Beutel. So. Das war hier irgendwo. Das sah aus wie so ein kleiner Kakaofen, irgendwie. Ein kleiner Kakaofen? Ja. Ich meine, dass du hier unten standest und jetzt nicht hier oben zum Beispiel. Gucken wir mal, ist das hier ein kleiner Kakaofen? Nein. Das ist doch alles so dunkel, not. Also, ich sehe von hier oben jetzt nichts. Ich gehe hier nicht weg hier. Das ist übrigens... Das war doch gar nicht so leicht zu übersehen gewesen. Ich meine, es sah schon unscheinbar aus, aber... ...nicht so unscheinbar. War das vielleicht doch ein Stück weiter hinten? Nee, du standst halt... ...du standst halt tatsächlich hier. Ja, ich bin... Genau, hier war das Wasser. Vielleicht direkt mal ein Stück trinken. Und dann bin ich hier rüber gegangen, irgendwie. Guck mal hier vorne um die Ecke, aber... ...du standst halt genau da, wo du gerade beschrieben hast, wo du standst. Ja. Hier ist sicher auch nichts. Das ist doch Quatsch. Outward. 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 Ich bin megamäßig irritiert. Tja, dann ist das jetzt so, oder? Ich bin megamäßig irritiert. Warte mal, ich habe hier so einen Replay-Knopf. Funktioniert der? Nee, der funktioniert nicht. Schade. Dann hätte ich mir das gleich nochmal angeguckt. Aber ist aber schon doch zu lange her. Ja. Wahrscheinlich. Ey, das ist ja abgefahren. Wenn meine Achse ausrüsten, weil... Jetzt hätte ich fast aus Versehen die Laterne geschmissen. Also, ich finde hier nichts. Ich wollte nämlich gerade sagen, dieses Erz muss ja nicht zwangsläufig wieder irgendwie... ...Stein- oder Gold-Ressource sein. Es kann ja auch sein, dass das so ein seltenes Material ist. Ich habe leider auch nie drauf geachtet, wie das aussieht. Es sieht halt jedes Mal anders aus. Es ist halt so ein brauner Haufen. Wie ein Schutthaufen. Einfach nur. Tja, keine Ahnung. Was? Ich habe es gehabt. Ja. Ich kann mir nicht... Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass einfach random auf der Map irgendwo diese Dinger spawnen, ja. Aber nicht, dass die auch wieder despawnen. Zumindest nicht, während man direkt daneben lagert. Oh, fettiger Tee und Popcorn. Das und das. Okay. Okay, was ist das hier am sicheren Lagerplatz? Das ist nur eine normale Eisenader, okay. Ich finde keine Bananen. Ich finde immer nur Mais. Mehr Mais und mehr Mais. Den hatten wir schon geerntet. Na geil. Oh, ich habe Pfirsiche gefunden. Ich habe einen Qualcrab... Ach so, ein List. Nee, das ist ja nichts Besonderes. Da gibt es nur Eier. Okay. Pfirsiche! Das ist ja bestimmt die Bezorze gewesen, die wir gebraucht hätten, um das Rathaus zu bauen. Ganz gewiss, ganz gewiss. Auf jeden Fall. Räuchertete... Okay, hilft nichts. Dann trinke ich einen Schluck und dann schließe ich mal zu dir auf. Ja, ich bin... auch immer auf so einem kleinen Hin und Her Sweep hier. Was ist in diesem Turm zu finden? Gar nichts. Gar nichts. Ampfein und Mais, aber niemals Bananen! Ah! Ne, die waren noch, glaube ich, mehr im westlichen Bereich zu finden. Sind wir ja? Ne, wir sind im westlichen Bereich. Nein, nein, wir sind im westlichen. Echt? Dann sind wir gar nicht in Richtung... Wir sind in der Nähe des Mümmi-Dings dann ist. Okay. Oh, da müsste ja eigentlich was sein. Hier oben vielleicht. Auch nicht. Und der Osten, der war noch ein bisschen zerklüftet da gewesen. Hier unten, eventuell. Nochmal ein Loot-Bäumchen. Mit einem Kaciten-Chakram. Mitgenommen. Wer? Mitgenommen, sag ich. Dan, hast du schon einen Briefwahl gemacht? Natürlich, schon lange. Sehr gut, sehr gut. Vorbildlich. Die bürgerliche Pflicht erledigt und für eine bessere Zukunft gewählt. Mir ist etwas aufgefallen. Ich habe dieses Jahr einen Werbespot der SPD gesehen. Wir wählen ja in Berlin ja auch Landtag und... Ja, haben wir hier in Oldenburg auch. Im Regionalbereich. Also ich habe ja fünf Wahlzettel und einen Volksentscheid da irgendwie in diesen Briefwahlbrief reingequetscht. Und ich habe aber nur diesen einen Werbespot von der SPD gesehen. Ansonsten durch die Bank weg nur AfD-Spots. Bei mir im Radio, auf YouTube, im Fernsehen. Wirklich der... Also jetzt nicht, dass das exzessiv viele Spots waren, aber die einzigen Spots, abgesehen von einem SPD-Spot, kamen von der AfD. Ich bin hier gerade irgendwo... Ich glaube, ich bin genau in der Mitte der Karte. Ja. Es ist ganz viel Lava. Sieht aus, als wenn ein Meteorit eingeschlagen wäre. Wird mich nicht wundern, wenn es ja auch noch Erz gibt. Aber hier rennen... Hier rennen diese Flammen-Ponys rum. Ja. Ich glaube, wir haben uns ganz schön krass getrennt. Ich renne mal so ein bisschen in deine Richtung. Ich muss nur an den Hippos vorbei. Ich habe tatsächlich keinen einzigen Wahlwerbespot gesehen. Das hat mich auch sehr verwundert. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass im TV vielleicht mal was läuft oder so ähnlich, aber gar nichts mehr irgendwie. Entweder bin ich einfach nur zu blöd, die mal zu sehen, oder die setzen gar nicht mehr auf TV-Werbespots. Ja, ich denke tatsächlich, das Erletzteres. Ich war halt auch irritiert. Es kommt ja dann immer, ja, hier Parteien zur Bundestagswahl für den Inhalt, dass das Wahlwerbespot sind einzig und allein die Parteien verantwortlich. Blub. Und dann kam immer nur AfD. Ich meine, ich will es eigentlich nicht behaupten, aber vielleicht höre ich einen rechten Sender. Ich höre ja immer so einen Rocksender, Master FM. Da dachte ich so, aber ich glaube, die sind dazu verpflichtet, diese Spots zu bringen, so. Ja. Vielleicht war es doch einfach nur Pech, dass ich immer gerade dann gehört habe, wenn die Werbespots kamen. Nicer, nicer. Regenbogen-Marmelade gefunden. Nein, nur Regenbogen-Marmelade selber gefunden. Das erspart mir aber das Herstellen. Oh Gott, wir haben uns ganz schön getrennt. Du bist wahrscheinlich nach Süden gerannt, ich nach Norden. Oder andersrum. Ich bin nach Osten gegangen die ganze Zeit, weil ich irgendwann nicht mehr gesehen habe, wo du warst. Da sind Quallen. Also keine Ahnung, was halt mit den Parteien da los ist, dass da halt einfach auch irgendwie nichts mehr in TV-Werbung gesteckt wird. Wenn ich das so höre, wie viel die halt ausgegeben haben für den Wahlkampf. Die CDU irgendwie 20 Millionen. Die FDP irgendwie 6 Millionen. Du darfst gar nicht drüber nachdenken. Du darfst gar nicht drüber nachdenken. Und dann frage ich mich, wo? Wo wurde das hingesteckt? Also Plakate gibt es hier. Oh Gott, scheiße. Jetzt hat mich dieses Pferd gesehen. Plakate gibt es ja hier wie Sand am Meer. Ja, überall. Das ist aber auch das Einzige. Und ich habe halt gehört, dass die Plakate nicht nur aufgehangen werden. Die werden halt auch kontrolliert. Und es wird bis zum Wahltag nachplakatiert. Also die werden gereinigt und ersetzt, falls mal was kaputt gegangen ist. Sonst was. Ja. Das muss Geld kosten ohne Ende. Und dann müssen sie auch irgendwie spätestens 10 Tage nach der Wahl ja auch alle wieder entfernt werden. Geh mal im Uhrzeigersinn um diesen Lava-Brocken rum. Damit ich dich irgendwann mal sehe. Nee, noch nicht. Noch nicht. Gut, weil ich bin halt oben, weil ich gerade von dem... Achso. Dann bist du auf der anderen Seite des Kraters. Okay. Aha. Ah, ich sehe dich da hinten leuchten. Gut, dass ich leuchten kann. Ja. Ja, aber in dem Krater ist, abgesehen von der Lava und dem Lava-Ponys und zwei Erz, hat dann auch nichts gewesen. Ich habe zumindest nichts gefunden. Okay. Kann natürlich sein, dass es einfach nachts nicht zu sehen ist. Dann lass uns doch noch mal den Nord-Ost-Schwenker machen. Wo wir beim letzten Mal bei der, beim oberen Teil der Öl-Raffinerie reingegangen sind. So als letztes Ding. Ich guck mal, inwieweit meine Malen-Maladen schon gegoren sind. Lass doch einfach nach Chirocco gehen, alles abkippen und dann können wir draußen alles Mögliche erkunden. Ja, okay. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass man nachts diese Erzvorkommen einfach gar nicht finden kann und dass deshalb quasi die Spawn ist, weil es zu spät ist. Ja, das wäre schwachsinnig. Das glaube ich nicht. Aber ich weiß nicht. So, dann müssen wir jetzt aber weiter nach Süden. Ja, so Südosten, ne? Oh, hier ist ein Lava-Tümpel, die müssen mehr nach Süden als nach Osten, ja. Also wir müssen da hinten einmal dahin, wo ich gehe rum. Ich hab vorhin übrigens auf meiner Weile ein bisschen Sea of Thieves gespielt. Mhm. Es war ganz niedlich, auch wenn ich das Tutorial, ich hätte sterben müssen. Ja, das Tutorial ist nicht gut. Kam irgendwann der Punkt, geh unter Deck und hol Kugeln aus dem Kugelfass. Hab ich nicht. Ich hätte so ein Kugelfass nicht. Ja. Also Kalon-Kugelfass, war einfach nicht da. So, und dann kam von der einen Seite ein Seeungeheuer, auf der anderen Seite kam ein Piratenschiff und auf einmal war ich hier froh. See. Ja. Ich hätte mich eigentlich zerfetzen müssen. Ich kann ja noch ein bisschen drüber labern. Ja. Aber ansonsten, ich bin auf die Story da nochmal ein bisschen gespannt, aber das ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das mal gezockt hatte. So, ich mach nur eben kurz diesen... Ja. Es sind direkt zwei verschiedene Modi. Du hast irgendwie den in den Abenteuer-Modi. Mhm. Und steht hier reise über die über die See der Diebe und sammle Kisten, erlebe Abenteuer, stelle ich Gefahren, bla. Und dann steht daneben halt nochmal dieses Jack Sparrow-Build ist dann halt nochmal an. Ja. Und dann gibt es irgendwie noch freies Spiel oder sowas, wo ich nicht weiß, was das sein soll. Ja, freies Spiel ist, ich glaube, das ist eher so was à la Arena-Modus. Ja, die gab's auch noch. Die Arena, genau. Achso, okay. Ja, dann weiß ich nicht, was das war. Oh, großer Smaragd und Barriere-Trank. Nice. Mitgenommen. Ja. Ich hätte nur gehofft, dass hier vielleicht noch irgendwo eine verlorene Banane rumstehen könnte. Ja, vielleicht haben wir noch welche in Neu-Chiroco in irgendeiner Kiste. Vielleicht. In der einen Kiste, wir haben ja nur die eine. Ja. Uns fehlen ja noch die anderen Gebäude. Ansonsten bist du es mit dem Schiff hat ganz gut Laune gemacht, das zu reparieren, ein bisschen zu fahren und so, das war eigentlich ganz cool. Ich sag dir zu viert, das wird echt eine Aufgabe sein. Also, du wirst das Schiff dann kaum steuern können, weil das halt so träge ist. Aber es wird ein extra kleines Beiboot noch dabei haben. Echt? Aber das ist ja cool. Ja. Also, so ein kleines Ruderboot, ne? Ja, ja, ich weiß, was ein Beiboot ist. Ja, manchmal sind Beiboot, ja, können wir das noch anders verstehen. Ich dachte, ich kläre es dann direkt auf. Ich hab mich, wie kann es sein? Es ist Nacht, ich hab mich verlaufen, okay. Ich glaube, ich bin, stehe vor Altschirocco, glaube ich. Dann wärst du aber ganz im Süden. Weiß ich nicht, ich guck mal. Es ist halt dunkel, also diese Gegend hier sieht im Dunkeln halt immer komplett gleich aus. Ja, wir haben uns ja schon über das, über das Weltdesign her mit den DLCs ja schon unterhalten, so ein bisschen, ne? Ja. Also da, da sind die drei Brüder nicht so. Ich bin hier volle Kanüle vor Altschirocco. Ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich komm hier nicht hoch. Altschirocco betreten. Ja, da können wir natürlich auch noch irgendwann mal hin. Ja, aber ich begebe mich jetzt irgendwie nach Norden, Stirocco. Ja, da müssen wir, da müssen wir weiter nach Norden. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, dass wir zu weit laufen. Du hast halt hier kaum Anhaltspunkte, so richtig. Also ich sag mal so, in, 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 kann man sich immer an dem, also in, in den Pferdzug kann man sich immer an den, an Skunfuchsgebirge orientieren, Ja. In Monsum kann man sich immer gut an den Pilgerpfad orientieren, ne, in, 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 ja gut, in, in, in Hamartan hast du so viele Orientierungspunkte. Ja, ja, das geht eigentlich auch vollkommen klar, ne. Gut, Levant ist auch ein bisschen schwierig, aber du kannst halt weit gucken, du weißt es meistens, wo du hingehen kannst. Du hast halt nicht so viele Gebirge im Weg und so ein Kram. Ja, okay, jetzt laufe ich an sich richtig. Ödnis. Ja. Jede Menge Ödnis. Und da das halt so, äh, so dermaßen gebirgig ist, ähm, kannst du halt auch die Vulkane in der Ferne zum Beispiel nicht als Orientierungspunkt benutzen. Ja. Das war, oh Gott, da ist wieder irgendein Vieh und ich habe immer noch ganz wenig Punkte. Mein Dan ist viel zu weit weg. Dein Dan ist viel zu weit weg. Wird schon episch aus, dieser Typ, ist wie so ein, der Dan ist gar nicht so weit weg. Wenn der Dan in meine Richtung laufen würde, so Luftlinienmäßig, da würde er genau... Das mache ich ja fast. Das ist ja cool. Passt. Ich habe ja aber keine Ahnung, wie weit du weg bist. Das kann so weit nicht sein. Oh mein Gott. Auf welcher Seite von diesem Kristallgebirge bist du? Ich bin dahinter. Geil. Wirklich geil. Ja, dann, dann komme ich da nicht hin, da ist zu viel Lava. Und eine Alpha Wand, das ist noch viel wichtiger. Ich glaube, wo ich alleine mit dem Typen was anfangen kann. Calcedon abbauen, okay. Ja, natürlich nicht. Er macht einen Schlag und ich bin fast komplett down. Okay. Ich renne um mein Leben. Ach, das ist... Ich bin so ein Freund von langen, zähen Bosskämpfen. Bin ich echt ein Freund von. Aber einfach Gegner, die... Ich weiß ja gar nicht, was ich hier ausrüstungstechnisch noch machen soll. Die mich einfach so one-hitten, dass ich nur noch ein Viertel meiner Lebensenergie habe, nachdem ich einmal mitzupfen wurde. Aber wenn sie dich one-hitten, was machen sie denn erstmal mit mir? Die machen mich dann bei der letzten Session nochmal kaputt. Ja. Die zerstören deinen Stream einfach. Die treffen dich und dein Twitch-Account ist weg. Nein! So, ja. Wunderbar. Ähm. Hm. Jetzt wird der Knopf ja eigentlich nochmal gemacht. Ach ja. Oh, das hätte ich nicht tun sollen. Nicht, wenn ein Feind eingreift. Na ja, ich... Das ist ein... Warte mal. Knopf. Ach so. Ich meine, ich habe ja die Möglichkeit zu wissen, wo du bist. Ja, du siehst doch meinen grünen Punkt. Ja, das auch. Da hinten kämpft irgendwas. Bist du das? Nein. Ach nee, da kämpft... Irgendwas gegen irgendwas. Ja, ja. Kannst doch unmöglich so weit weg sein, denn es... Ich bin fast in Neu-Chirocco. Du bist von mir aus gesehen im Nordosten. Bin ich immer noch so weit südlich? Bin ich vielleicht da? Das kann ganz gut sein, aber wenn ich mich... Ich würde eigentlich das Vieh mit jetzt zusammen... Du dürftest auf der anderen Seite des Lavastroms sein. Das ist sehr gut möglich. Auf jeden Fall kämpft hier eine Schnecke gegen zwei, drei Rhinos. Ja, da ist Lava. Ist schon wieder eine Alpha-Wand. Oh, toll. Das ist ein bisschen kacke. Ja, du musst da links um diesen Lavastrom rum. Na klar. Na klar. Leg mich doch am... Das Schnecke. Naja, die steht halt so richtig günstig auf so einer Klippe, dass sie in alle Richtungen schießen kann. Keiner kommt an sie ran und sie muss sich nicht bewegen. Ja. Dass er leicht erhöht steht. So, und jetzt musst du da rechts... Äh, genau. Ja, ich sehe, wo der grüne Punkt ist. Oh. Du bist nämlich mit. Knack. Ein bisschen... Schalzedon. War das überhaupt schon mal benutzt für irgendwas? Weiß ich nicht. Dieses Schalzedon-Erz. Keine Ahnung. Hallo, Neu-Chiroco. Hallo, Neu-Chiroco. Irgendwie so einen komischen Händler schon irgendwas? Nein, du hast den Schmied geholt. Ja. Und den zweiten konnten wir, glaube ich, noch nicht bauen, weil es irgendwas gefehlt hat. Genau, weil uns die Spezialressource fehlte. Diamantenstaub, glaube ich, war das. Diamantenstaub war für den Wasserfilter... Oder versteinerte... Ja, für die Alchemie war es versteinerte Organe. Ja, genau. Den Wasserfilter hätten wir bauen können, aber der Wasserfilter setzt halt das Rad aus voraus, was wir nicht bauen können. Ja. Das, was schon echt gut ätzend war. Und das Gold brauchten wir auch noch. Das Gold... Nein, wir generieren ja Gold. Ja, ja, aber ich meine, ähm... Gold im Sinne von, dass wir uns halt dann sowas wie Stein oder Holz oder so schnell dazu kaufen können, zum Bauen. So, ja. Ja, gut, wir müssten ja jetzt eigentlich alles generieren komplett. Also minimal vier Steine, vier mal Holz und Nahrung. Ich glaube, Nahrung verbrauchen wir gerade. So, okay, ich bin sofort wieder da. Ja, mach ihn drauf. Irgendwas verkaufen. 38 Goldwaren. 38 Goldwaren. Dann schauen wir einfach mal, was wir hier Schönes haben. Klack. Oh Gott, wir haben kein Essen mehr. Wir verlieren 20 Nahrung pro Tag. Das ist krass. Das ist echt krass. Äh... Wir haben aber... Wir haben aber... Ja, warme Axt. Eine seltsame, warme Axt. Könnte man diese Hitze irgendwie verstärken? Das wäre vielleicht möglich. So, aber... Wichtig, verkauf nicht das ganze Gold. Du wolltest dir deine tolle Kraterpanzerrüstung noch kaufen. Beim Schmied. Hab ich die nicht an? Gab's da nur noch eine bessere? Hast du die dann doch noch gekauft, irgendwie? Ich dachte, wir hatten da nicht genug Silber. Äh, ich weiß nicht. Ich hab die Kraterpanzerrüstung an. So, ich geb auf jeden Fall der einen Tante jetzt so ein Maulwurfsbaby. Ähm... Gib dir einen Maulwurfsbaby. Ja, ja, mach das mal. Ja, damit... Weil wir haben null Nahrung. Ja, ja. Alles in Ordnung. 200 Essen. Weil wir verbrauchen halt 20 Nahrung pro Tag. Das eine Vieh hat uns jetzt 200 Essen gegeben. Mal sehen, was uns der zweite Maulwurf gibt. Wenn der uns jetzt so 700 gibt, werde ich sauer. Ah! Ne, da haben wir jetzt Ektoplasma für bekommen. Ein armes Ferkel war furchtbar krank und ich musste es töten. Dabei hat es sich aber in ein Gespenst verwandelt. Joseph weiß bestimmt, wie mit diesem Ektoplasma zu verfahren ist. Wir brauchen das. An die Arbeit. Okay. Du bist Joseph. Woran arbeiten wir denn heute? Achso. Das heißt, ich denke mal, das Ektoplasma ist bestimmt auch einfach irgendeine super Ressource. Also tue ich die mal hier rein. Guck mal, alles Seltenes, Seltsames, was wir hier haben, da rein. Okay. Kann kurz dauern. Oh. Okay. Das wollte ich ja vermeiden. Ähm. Hm. So. Okay. Wir haben 4.255 Geld in der Siedlung, 200 Essen, 200 Holz, 200 Steine. Damit sind Holz und Steine auch am Maximum angekommen. Okay. Das heißt, uns sollte nichts davon abhalten, jetzt irgendwas zu bauen. Ich glaube, wir wollten ein Gebäude aufwerten, nämlich unsere Jagdhütte. Ich glaube, das war das Projekt, was wir beim letzten Mal angefangen hatten, aber nicht durchführen konnten, weil wir arm sind. Wir wollten das als Alternative machen, wenn wir schon nichts Neues bauen können. Nee, oder? Ich glaube, wir haben das sogar schon angefangen und deshalb verlieren wir so viel Nahrung. Ich gucke mal eben. Weil mir fehlt die Blaupause dafür. Okay. Alter Schwede, was für ein Kack. Welcher von den beiden war das? Irgendeiner muss so ein Schild haben. Hier. So. Okay. Okay. Das ist gut zu wissen. In 20 Tagen, achte Scheiße. Okay, na dann. Okay. Was ist gut zu wissen? Ja. Nett zu wissen, dass man Rezepte auch nicht mehr finden kann. Also im Sinne von durch Zufall craften. Hä? Ich habe gerade mehrmals versucht, was aus den Marmeladen zu machen und es ist nichts geworden. Mir war es vielleicht einfach nur falsch. Wer sagt denn, dass das nicht mehr geht? Nö. Vielleicht stellst du dich einfach nur an. Na, dann müssen wir dann aber erst mal Zeug wieder finden. Und ich hoffe, dass die... Marmeladen verbraucht? Nein, nicht ganz alle, aber... So ein bisschen alle. Also ich hatte vorher drei, vier Regenbogen Marmeladen, jetzt haben wir noch eine. Und ich habe noch vier Marshmellonen Marmeladen und die sind auch fast kaputt. Mais kommt zur Seite kalte Süßspeise behalte ich. Banane kommt zur Seite. Gott. Okay, ich guck mal eben kurz nach. Ist mir nämlich jetzt gerade... Das ist 10er Hammer. Uiuiui. Auch nicht schlecht. So. nichts Spannendes. Also ich habe jetzt den Bau von der Jägerhütten Erweiterung gestartet. Weil konnten wir uns halt locker leisten. zu. Okay. Warte, ich mache mal die Baucam gleich mal mit an. Oder ist es jetzt schon zu spät? Gibt ja nichts zu sehen. So, okay. Ich versuche es noch einmal. Ich habe jetzt das Rezept für Regenbogenmarmelade mal nachgeschaut. Das ist das, was mir noch fehlt. Äh. Und für die Regenbogenmarmelade braucht man einen Regenbogen für sich, einen Regenbogen für sich und Eispulver. Ach. Das ist ja eine Kombo. Ja, es heißt ja gekühlte Regenbogenmarmelade. Ach so, okay. Und jetzt stelle ich das her und es kommt ein Essensrest bei raus. Okay, das ist, das ist krass. Das ist mies. Dann hilft ja nur alles einlagern und dann hoffen, dass das so lange durchhält. Warten, bis wir die Rezepte kaufen können. So, warte mal, kann ich da noch was von machen. Auch mehr loswerden hier. Ich habe immer noch 60 Kilo. Das muss doch mal hier. Ja. Das ist kacke. Besonders, weil man ja einige Rezepte so herausfinden konnte, ohne dass man Rezepte dafür braucht. Ja, aber das war ja damals mit Alpha Jerky auch schon so gewesen. Ja, aber da hat sich das noch mit dem normalen Jerky Rezept überlagert. Ja, das wurde nicht. Fleisch, Fleisch, Salz, Salz. da hat es ein normales gegeben, aber hier wurde es jetzt zum Essensrest. Haben wir noch Fake-Wurzel? Dann kann ich daraus noch eben Tees machen, machen, aber ne, am Rein. Ne, schade. Och Gott, jetzt bin ich ein bisschen frustriert. Äh, Robert, kannst du mir vielleicht noch Feuersteine basteln? Das kann ich machen, ja. Wie viele brauchst du denn? Äh, 10, 15 Stück, wenn es geht. Immerhin. Hier, Ektoplasma braucht man für den Bau einer Kapelle. Das haben wir zweimal, das könnten wir bauen. Voraussetzung für den Bau ist allerdings ein Rathaus. Alles, was wir bauen können, da braucht man noch ein Rathaus vorher für. Na, super. Ist ja wunderbar. Ich sagte mir auch immer etwas, als hätte es schon gehabt. Voltage Ranke, Atletisten-Giode, Diamanten-Storfer, Kohle-Wonstlauch, Feuersteine, äh, Ja, 28 Stück kann ich dir herstellen maximal. Oh, das ist gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, sieben, sechs, sechs, neun, neun, fünfzehn, fünfzehn, sechszehn, neun, neun, zwanzig. So, ich habe jetzt so viel von dem einen Tee hergestellt, dass das jetzt erstmal hier hinkommt. So, das kommt in die Kiste. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen Alpha-Jerky, ähm, von dem Renn-Essen habe ich was reingepackt. Ja. Und ein paar weniger Astral-Trecke. Ich habe mich mal ins Zelt gelegt. Ja, ich schließe gleich auf. Ich muss noch einfach Zeug ablegen. Mein Inventar ist so ziemlich überladen. Mir ist warm. Das freut mich zu hören. Womit mal hier, hier ist doch noch, noch die Temperatur neutral. Ja, das kommt wahrscheinlich von den, ähm, Lagerfeuern. Wart mal, ich mache die mal eben aus. Ja, das ist, das ist ja voll die Idee. Ich habe extra die Blumenzelte dahin gepackt, weil die ja einen Boost gegen Wärme geben. So. Ja, jetzt geht die Temperatur auch wieder runter. Oh, ich habe keinen Bock, schon wieder im Dunkeln lang zu latschen. Wir ziehen jetzt hier die Nacht durch. Dann nehme ich auch mal eine Spitzhacke rein, dass ich die gleich reparieren kann. Okay. Hier wieder draußen im Dunkeln rumrenne und nichts finde ich die Schnauze voll. 8, und dann mache ich nochmal 8, also drauf, ja, aber 4, so. Jo. Müssen wir ganz schnell einen Koch bauen. Bedeutet's? No. Was machen wir aus dem Wasser bauen? Wow. Ein Koch. Ein Koch? Ja. Ja. Da braucht man, eine Kocherei. Eine, eine Kocherei. Sehr schön, sehr schön. Ja. Wie soll ich denn sonst noch ein Restaurant machen? Ja, ich will noch was Spannendes machen. 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 Das ist alles so sehr unbefriedigend hier. Ja, das war tatsächlich nur wirklich Zeug abarbeiten, mehr war das heute nicht. Kannst du noch Pfeile für mich basteln? Muss ich mal gucken, wie viel Metall wir da haben. Gerne. 25, ja, ein bisschen was kann ich dir herstellen. Also gerne so viele du kannst. Also bis zu, also 30 bis 60 Stück könnte ich gebrauchen. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 24, so. Pfeile. Da. Zack, 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 zack. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin schwer beschäftigt. Kann ich das sehen? Ja, ich sehe das. Das siehst du. Dass du schwer beschäftigt bist. Und ich bin schwer beschäftigt, das alles aufzusammeln. Er hat schon was, deinen Stream parallel betrachten zu können. Hat er jetzt einen geringen Delay? Also, also, wenn ich das bei dir auf dem Fernseher schaue, dann haben, haben wir zu, dem aktuellen, zu dem, was dann bei dir passiert, jetzt sieben Sekunden. Also, werden wir ungefähr gleiches Delay haben. Im Schnitt habe ich immer sechs Sekunden. Das war jetzt eigentlich nicht Sinn deiner Frage, aber ich... Ja, okay. wir könnten jetzt als nächstes, ähm, denke ich mal, herausgehen, gucken, eben auf die Karte, aber ich hätte sonst gesagt, vielleicht nochmal, in Alt-Shiroco gucken, da nochmal alles looten, weil da war ja auch wirklich viel immer rauszuholen. Hatten wir da nicht sogar zwei reich verzierte Truhen. Oh Gott, keine Ahnung. Also, ich habe auch, ehrlich gesagt, keinen Bock, irgendwie, äh, verzierte Truhen dahin zu rennen. Achso. Ja, dann gucken wir uns auch noch ein paar neue Sachen an. Also, die Raffinerie haben wir halt immer noch nicht richtig gelöst. Wir waren in der, südwestlichen Ecke von der Karte bisher kaum. Ja, irgendwo hinten, wo wir noch nicht waren. No. Das klingt nach einem Deal. Oh Gott, nein. Ah, ich habe aus Versehen, dass Waren aus der ganzen Welt einzusammeln. Oh nein. Jetzt habe ich ein Verdauungsproblem. Guck mal in die Kiste. Da dürfte vielleicht was dagegen sein. So. Dann kaufe ich das hier. Und ich nehme die jetzt einfach mal provisorisch mit. So. Ich habe mal für den Fall der Fälle einfach jetzt eine Spitzhacke mitgenommen, damit ich dir dann sonst eine geben kann, wenn deine kaputt ist. Okay, danke. Aber ich habe es ja jetzt wieder gerade top repariert. Ich hoffe, es passiert mit dir nichts Schlimmes. So, gucken wir mal, was wir noch so erkunden können. Wir hatten ja ganz im Südwesten da, an der Außenseite ging es irgendwo drunter. Das war ganz am Anfang, was wir mal gefunden hatten, wo ich sagte, hey, guck mal unter diesen Turm. und du warst ganz woanders. Das klingt schon wieder so, als wenn es zwei Monate her wäre und ich soll mich daran erinnern. Ja, ja, ganz genau. Ah, Framerate, Framerate. Da könntest du mir auch sonst was erzählen. Wir könnten auf, wir könnten gucken, ob wir auf die Kali-Grauinsel kommen. Da waren wir schon. Nie. Oder? Wir sind doch von den, weil wir waren im Nordosten der Insel. Wir waren auf dieser Halbinsel, die durch das Gebäude, durch das Gebirge gebrochen wurde. Ja, gute Idee. So östlich, die Kali-Grauinsel ist ja auch noch so eine Insel, wo man ja offensichtlich über einen Pfad draufkommt. Dann gehen wir da hin. Ja. Mal irgendwas Neues sehen. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und hoffen, dass wir noch irgendwie ein paar tolle Erzalern finden. Ja, oder Viecher oder irgendwas. Ja. Oder, oder Pflanzenproben hatten wir, glaube ich, auch schon, mein ich. Hatten wir Pflanzenproben? Naja, dieses Zundermoos. Da sind zwei, oh, da waren zwei Rhinos übereinander gewesen. Das passiert hier öfter, in letzter Zeit. Scheiße. Keine Ausdauer mehr. mit dieser mega-trägen Geschwindigkeit macht mich fertig. Der Schaden ist echt krass, boah, alles ist schneller als ich. Ich kann kaum einen Angriff setzen gegen einen Gegner, der sich anguckt. Ich will von den Viechern nichts mit. Ich nehme nur noch die, äh, meine Pfeile und die Stoßzähne. Brauchst du Wahlkrabben-Sandwich-Rezept? Äh, ja, her damit. In den Baum. Okay. Ich glaube, das kenne ich noch nicht. Doch, kenne ich schon. Ah, naja, hätte sein können. Ja, hätte sein können. Ja, hätte ich auch gedacht, dass ich es noch nicht habe. Bestimmt irgendwo schon mal reingesammelt, gelernt und nie genutzt. Da oben ist zweimal Mais, da komme ich so aber jetzt gerade nicht ran. Im Prinzip müssen wir jetzt eigentlich nur straight nach Westen, ne, wenn ich das richtig sehe. Ja, mehr oder minder. Und dann vor den, vor den Klüngeltüren irgendwann links. Ihr könnt ja auch mal gucken, was dieser Glockenturm da hinten ist. Ist ein Weg hier voll. Stamina! Kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder Schrott bin. Der Turm da hinten ja, gehört der nicht zu dem komischen, zu dem, zu dem Dampfbad der Riesen? Nee, das ist ganz weit im Nordosten. Äh, im Westen. Nordwesten. Riesenkolonie. Wo gehört der denn sonst zu? Glimmender Krater? Nee, wir können da ja mal hingehen. Das ist immer eine Sache, wo wir direkt sehen, wo es ist. Das könnte tatsächlich zur Kalligrau-Insel gehören, aber... gerade... Nee. Oder? Na doch, ist es eigentlich ziemlich genau im Westen. Aber wir gucken mal. Ja. Da ist auf jeden Fall schon mal der Klüngel. da ist... Ja. Ich glaube, das ist die besagte Halbinsel, auf die wir gerade gehen wollten. Okay. Okay, Mais und Bananen. Nice. Hier, lassen wir mal schön in Ruhe. Oh, kotzt mich das gerade mit den Rezepten immer noch an. Oh, wo bist du denn? Oh. Jetzt vergisst du, wo ich bin. Ich muss wieder zurücklaufen. Ich kann mir die Schuhe nicht nass machen. Ich dachte, ich könnte... Mühe durchs Wasser, aber nee. Alpha-Wand. Ja. Oh, das haben sie auf dieser Karte leider auch zu oft genutzt, ne? Naja, nennen wir es mal genutzt. Also. 3K-Grau. Epp. Okay, ich bin an Gaps Todesstelle. So, Schimmertrank, Kristallpulver, Eispulver und Milizstreitkolben. Ich lass den mal da, der ist mir zu schwer. Äh, ich erhebe Gap mal von den Toten. Nicht als der Ultrageist. Ey, das wäre so geil, wenn das jetzt so ein krasser Geist wäre. Aber ist er leider nicht. Der sieht wie ein ganz stinknormaler Geist aus. So eine Pfeife, dieser Gap. Und jetzt kommt der Clou der ganzen Sache. Ähm, Herr Gap, aber mit Doppel-P war damals unser Schulrektor. Okay. Wo will denn dieser Geist hier hin? Du rennst ja weg von den Turmen. Ja, weil wir noch einmal weiter rum müssen. Ach so. Ich dachte, da unten ging es irgendwie lang. Nö, leider nicht. Ja. Ich guck mal im ganz, konnte ich hier so rein oder mussten wir hier beide rein? Oh, komm, ernsthaft. Wir müssen tatsächlich dann beide rein. Mein Mippen-Eintopf ist verfault. Oh, schlimm. Ja, ruhigbar. Ach Gott, ich konnte das Jerky nicht bei mir behalten. Dann esse ich halt einen Verband. Das geht immer. Das ist wie Kartoffeln. Warten Sie auf mich. Sieh ihn da hinten auf. Hier ist also auch ein Dungeon. Auch ein Höhlen-Eingang. Guck mal, da vorne waren wir auch nicht drauf. Das geht hier rüber, da kann man bestimmt auch hin. Perfekte Ort, um was zu verstecken und da war überall nichts. Der Turm der Reue. Das klingt auch nach einem Dungeon, zu dem wir später hätten, zu dem wir später nochmal geführt worden wären. Gucken wir mal. Wahrscheinlich gehen wir jetzt rein, nur um in einen Raum zu landen, wo direkt ein Tor ist, wo wir nicht durchkommen, weil wir den Plotkey nicht haben. Oh. Kotz. Schwarz sehen kann ich gut. Ja. Ich sag dir, da wird was anderes, wenn diese scheiß Marshmallow-Marmelade nachher kaputt ist, ne? Schmier die doch endlich auf eine Stulle. Ja, ja, dann werde ich sie auch vorher auf eine Stulle schmieren, ne? ähm, Ja, ernsthaft. Ja, das regt mich auf. Aber wir sind heute erstreckend selten gestorben bisher. Ja. Ich hab auch mal was Positives zu sagen. Ja, ja. Also ich hab gerade auch versucht, aus dem Qualkrabbenfleisch spezielles Jerky machen zu können, aber hat auch nicht funktioniert. Da ist auch nur ein normales... auch noch wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. So, okay. Da unten seh ich schon einen brennenden Mann. Unten... Ich seh dann einen brennenden Geist. Und ich seh Maulwurfe. Ja, eins nach den anderen. Ich knappe den brennenden Mann. Ich kümmere mich um den Geist. Ich brich einen Zorn. Einen Zorn. Einen Zorn. Krampf da. Oh, natürlich ist er... Ciao, ne, Maul! Läuft. Hallo, Maulwürfchen. Das ist wie jetzt so ein Vorkommen, oder? Ja. Ja, hier. Maulwurf-Schweinchen. Na, nimm sie mit. Ja, ich habe sie erstochen. Die armen Gras-Schwein. Oh, einfach so mitgesnackt. Oh, die armen Gras-Schweine. Ja, ja. Hier ist eine Kiste. Was haben wir hier? Astral-Dolch. Astral-Dolch. Fick-T. Was ist das? Mit mir die Zelle warte. Ja, die lasse ich schön hier. Die ist mir zu schwer. Beim letzten Junalesk bin ich, äh, schreckend selten einfach so gestolpert, ohne jeglichen Grund. Ja, ich finde das auch nicht so witzig. Also, das ist richtig komplettes Telling einfach. Oh, was war denn das? Ein Geist. Oder Gespenst. Ich glaube, es gab einen Unterschied zwischen Geistern und Gespenstern. Oh, hier geht's hoch. Und hier ist noch ein Geist. Oh, hier ist auch, hier, guck mal, hier ist auch schon wieder so ein komisches Gemälde. Ja, nicht, guck mal, ich bin voll weit weg. Ich war doch nur übernieder. Okay. So, ich dachte, du bist da irgendwo anders lang gegangen. Okay. Ich denke mal, dass das Gemälde vielleicht ein Hinweis auf den Charakter ist oder auf den Geheimgang. Äh, beim letzten Gemälde, da gab's doch irgendeinen Infotext dazu, ne? Nee. Oh, jetzt. Ah! Mir stand da nicht irgendwas, wo wir das Gemälde gefunden hatten. Das ist das Bild von blub, blub, blub. Du fühlst dich. Zip, zip, zip. Gegrillter Dingspungsfisch. Und komischer Trank. Mitgenommen. Oh, guck mal. Hier, das ist für dich. Ja, genau so sieht so ein Vorkommen aus. Unbekannte Erzader. Zack. Sehr gut. Dann geht's hier hin. Nach Caldera. Ah ja, dann sind wir bestimmt auf der Insel drauf. Was wollen wir noch nicht? Hast du das Gemälde gefunden? Äh, zeige ich dir gleich. Äh, da, 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 da. Eben wieder zurück zu dem verschlossenen Tor. Und dann da, ja, da hoch. Ich seh schon. Pilze ohne Ende. Sehr gut. Hier hoch, hier hoch. Okay, wie kommt man an diesen Hebel ran? Wow, ich bin tot. Wie hast du das geschafft? Der Geist hat mich durch das Tor umgebracht. Ha, lol. Das ist ja ein Trottel. Dass der überhaupt durch dieses Tor aufgehalten wird, ne? Dieser Geist. So, warte ich denn den. So, der Geist ist weg. Ja. Ich hätte auch einen geschafft. Okay, ähm, dann auf der Rückseite wieder raus. Ja, gucken wir mal. Ich denke mal, wir sind dann auf der besagten Insel. Und dann schauen wir mal. So, jetzt muss ich erst mal den Vampirbogen wieder nutzen, damit ich die verbrannte Gesundheit wieder auffrischen kann. Mach das. Ja. Bin mal gespannt, wie viele Storys es hier noch auf dieser Map gibt. In dieser Region. In dieser Region. Der Regionsplot, oder? Ja, Regionsplot allgemein. Was es hier noch für Geschichten zu entdecken gibt. Also, ich würde jetzt mal sagen, Ciazo hätten wir durch. Da haben wir, glaube ich, alles gesehen, was es zu sehen gibt. Vielleicht irgendwelche kleinen Mini-Höhlen nicht, aber ich glaube, damit sind wir durch. Ebenso Monson. Ein Merker könnte ich mir fast vorstellen, dass es noch ein, zwei Orte gibt, die wir noch nicht komplett erkundet haben. Und Levant ist auf jeden Fall der Hammer. Ja, Levant, da haben wir noch einen Riesen-Shitload. Ja, Hammer-Tarn. Auch so ziemlich, ne? Sieht, glaube ich, ähnlich aus, wie die ersten beiden. Ja, da haben wir eigentlich, müssten wir da alles gemacht haben. Einfach und. Vor dem Turm sind drei Kaligrau. Aber hier hinten sehe ich so ein Klüngel-Ding. Ja. Was ist denn da hinten? Äh, komm mal zu mir hoch. Ich gucke mal, ob ich es schaffe, ohne die Kaligraus zu pullen, ja. Oh, da leuchtet was in der Ferne, ne? Ja. Darauf wollte ich dich aufmerksam machen. Und hier ist irgendwas mit was, etwas, was ich interagieren kann. Na, interagiere mal damit. Ich interagiere. Du hast hier und da hinten das Licht ausgemacht. Ja, okay. Äh, das da hinten, das war, das war ein goldener Schutzschild um irgendetwas. So sah das aus. Wie damals bei diesen Voltais. Aber guck mal, da ist ja auch eine Brücke. Ja. Der Käfer. Wir müssten ja jetzt so ungefähr südlich von der Säule des Klüngels der Winde sein. Genau, auf dieser Kaligrau-Halbinsel. Das ist die Kaligrau-Insel. Jetzt wahrscheinlich das Licht ausgemacht. Ja, dann sind wir... Lass mal erstmal die Kaligrau aus der Leckboxen. Die machen mich nervös. Ja. Also ich kann mir vorstellen, wie wir da hinkommen, aber dann müssen wir erstmal wieder ein bisschen da rumrennen. Ja, wir müssen erst mal in den Turm da reingehen, würde ich sagen. Ei. Hast du dir denn wenigstens ein Zelt wieder mitgenommen? Ja. Äh. Nein. Ich habe einen improvisierten Schlagzeug noch aus irgendeinem Grund noch in der Tasche. Okay. Toll, was fehlt mit allem, was ich gemacht habe. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Nööö. Ah. Ich habe das aber schnell. Nööööööö. ich glaube wir haben schon fast 20 stück in der kiste hier ist wieder turm der reue ich denke hier kann man bestimmt jetzt in den keller irgendwie gelangen und von dort aus können die tür öffnen aber interessanter wäre er der weg nach oben denke ich mal ich denke das ist wahrscheinlich nur eine abkürzung wieder zurück das wäre ja panne wieso denn eine abkürzung eine tür genau zu dem ort wo die abkürzung hinführen würde das drei meter weiter ja das macht ja nun gar keinen sinn das ist das hier nicht gibt weil es ist ja auch wort naja da ist ein fahrstuhl nice und eine treppe nur weil der fahrstuhl zu offensichtlich ist da unten ist viel lava nehmen sollen ja ja das ist schon wieder so hier situation schon wieder guck mal die geister sind tot ja ein glück großartig toll ist ein merkwürdiger schädel mit dem man nicht machen kann das ist das wirklich alles ja ich schicke den stuhl runter meins nah kannst du den runterschicken genau ich versuch mal hier rein in den fahrstuhl und es gibt ja überhaupt kein knopf nichts kein hebel mischt oder interagieren kann also ich muss ich muss ja eins gestehen ich bin sehr von dieser holzkonstruktion beeindruckt die mitten in der lava steht und nicht brennt das ist bestimmt dieses versteinerte holz ja also das möchte ich architektonisch auch irgendwann mal später hinbekommen ich glaube dann habe ich meinen beruf verfehlt da muss ich wahrscheinlich eher geochemiker sein das ist gar kein fahrstuhl hättest nie auch einsteigen wollen ja ich sag ja we were here situation etwa also einfach mal nichts wenn man die die insel noch weiter erkunden trotz allem wir haben ja noch gar nicht komplett erkundet stimmt ja also ich bin hier wieder am an der anderen ja ich folge dir ich wollte schon direkt wieder weiter ja hast du gerade tatsächlich ernsthaft nicht abgebaut strong strong wer hat dir wehgetan horst das ist eine sehr sehr lange und leidliche geschichte eine typische den geschichte aber lang und leidlich strong strong kenne ich halt nur von diesem riso ja ja ich habe das in zeit zu oft von ihm zeug gesehen ich weiß gar nicht ob das auch bei ihm war oder ob das bei tc tj oder tc war wo irgendwie interview ausschnitt von horst seehofer dann wird er gefragt da haben sie in der der politik eigentlich freunde der sagt dann halten in der politik gibt es keine freunde und dann sagt der ich weiß wie welcher das war horst wer hat dir wehgetan ja wehgetan aua echt einen eiskreis hingezaubert mankt der kali grau Tja, die haben mir ganz schön wehgetan. Du hast sie gut abgelenkt, ich glaube, die haben hier einfach aufgelenkt. Ja, ich meine, wir können diese, wie soll ich sagen, Rollenverteilung auch gerne beibehalten, wenn du willst, unbedingt. Ne, keine Ahnung, wenn das so wechselt hin und her, finde ich das eigentlich ganz angenehm. Okay, hier ist einfach nur Wasser. Ja, die Erzart habe ich schon abgebaut. Das war's, oder? Sieht dort gemütlich aus, wie sie in ihrem Frostkreis da sitzen und chillen. Tatsächlich, in dem Frostkreis ist es auch kalt. Ja, macht Sinn. Magic, can you feel it? Oh yeah, Baby! So, ich hatte doch extra ein kaltes Gericht hier. Hattest du schon hinter den Turm geguckt? Nicht irgendwo ist so hier oben, gerade so ein bisschen durch die Gegend. Oh Gott, hier gibt's überall so, ähm, Alpha-Wände, wo ich aber spitz drauf zulaufe und gedrückt werde. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also hinter den Turm geht's ein bisschen bergab. Wo man auf... Also hinter dem Turm, hinter dem Turm ist tatsächlich nichts. Du kleiner Sack hast das schon leer gelootet. Nee, der ist ja noch alles drin. Barrierestiefel, Widerstandstrank, Eispulver... Ist das dein fucking Ernst? Großer Smaragd. Ja, hab ich gerade eben das rausgeholt. Ich hab den... Ich hab das... Ich hab tatsächlich da gerade nur 41 Silber rausgeholt. Das war alles, was angezeigt wurde. Du kannst nicht meine Truhe richtig lupen. Was ist denn hier los? Warum? Was hältst du mich denn davon ab, jetzt hier lang zu gehen? Ja, komm. Lass uns runtergehen. Ja, wie denn? Hier durch den Turm. Ach, das ist der Weg, den wir gekommen sind, oder? Ja. Du weißt doch, Alpha-Wände. Es ist Outward. Outward ist toll, aber manchen Stellen auch echt frustrierend. Ich meine, dass man da nicht hochklettern kann. Dass man da nicht hochklettern kann. Das sehe ich voll und ganz ein. Aber nicht mal runter. Das ist ja wirklich... Das muss echt nicht sein. Äh... Ja. Dammit. I kill you. Willem. Der Fow. Der Fow. Scheiße. Oh Gott, wir haben zu viele Serien geschaut. Der Fows Name so anhört, als würde sich ein Frosch mit einem Papagei unterhalten. Willem. Der Fow. Wo ich dich gerade überholen wollte, war schon die Ausfahrt. Naja. Oh. Siehste, ich bin nicht schneller als du. Ich krieg dich nicht... Ja, gut. Ja, ich habe auch gerade etwas zu mir genommen, was mich ein bisschen schneller macht. Ah, ja. Bestimmt so ein Sausehähnchen, oder? So ein Role, war einer Schnitzel. Ein Sausehähnchen, oh Gott. Wer weiß, was ich mir gerade vorstelle? Ein kleines Grillhähnchen mit extra Zutaten. Irgendwie Erbsen, Bohnen, Linsen. Boah. Schön, ja. Das ist wieder ein typischer Dan. Wer so eine Geschichte raushaut. Ja. Ja, immer. Scheiße. Aber tatsächlich haben mich erst andere Menschen dazu gemacht. Ja, ja. Ja, klar. Ich war früher ein anständiger Junge. Ich war ein intellektuell hochbegabtes Kind und dann irgendwann ist es richtig schnell bergab gegangen. Es gibt bei mir im Radiosender auch so richtig geile Werbespots von Monster.de derzeit, wo beim Bewerbungsgespräch Fragen gestellt werden und dann halt einfach die falschesten Antworten gegeben werden, die nur möglich sind. Sowas wie, ähm, haben Sie irgendwelche Visionen für die Zukunft? Es kommt ganz drauf an, was ich am Vortag genommen habe. Nein, das sollten Sie nicht sagen. Ja, Rino, sooo nicht mein Freund, Sooo nicht. Putze, damit. Okay, das nützt gar nix. Ich bleib mal bei meinen Fallen. Ja, das ist ein gelbes Rino, das wird bestimmt etwas blitzresistent sein. führs drüber da kann ich genug ausdauer für den kampf da kommt noch eins das langsame das habe ich nicht mehr gesehen seitdem ich bei der bvg gearbeitet habe ich kümmere mich um das rhino du um die kraft oder lasst sie beide machen wir kümmern sich um das gegenseitig himmel herrgott das war cool dass sie noch mal gegeneinander gekämpft haben warum auch immer die gehören mir die gehören mir auf einmal hatten die mitten was ist hier gucke mal denn ja den haben wir schon mal aktiviert auch hier waren wir schon ja ja man kann sich ruhig mal loben können was ist schön gemacht danke das bedeutet mir sehr viel wenn du das ist sicher dort ist schon ein totes rhino und hier ist eine banane das ist so eine schnecke ja und wir müssen jetzt hier links lang links geradezu ja trotzdem immer noch ein bisschen am rand ob hier irgendwo so ein spezielles erz versteckt ist ja da hinten ist eins ich habe jetzt hier nur einmal eisenerz gesehen wo auch immer du eins gesehen hast ich bin gleich da also auf der anderen seite der brücke gut ja extra erstmal woanders lang gegangen ohne es ist kein erz es sind schweinchen ein schweinchen ach so maulwurf schweinchen gerne auch das gerne auch das schon zwei stück davon gefunden die welt doch schon viel bunter aus es gab noch irgendwelche anderen geilen dummen antworten von dem hier gibt es ein kaligrau kolosseum wo man rein kann ich würde jetzt aber erst mal kommen mit rettend redemption ans dein emote in meinem stream verwenden das finde ich ja fies ich habe keine emote die ich in deinem stream verwenden kann habe hier irgendwie ein paar kaligrau gefunden das wäre cool das wäre cool so 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 in so 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 es ist so hh das war zu gut das war echt zu gut so weil alle anderen quatsch gemacht haben aber außer dir macht doch niemand anders was wie könnte der quatsch machen da geht es noch weiter okay was habe ich ja ich habe ja noch alpha sandwich alles gut ich schaffe deshalb die schaffen es halt im nichts tun noch so viel quatsch zu machen dass das camp abgebrannt oder was passiert so da geht es zur zu der insel die wir gesehen haben die müsste jetzt hier hinter sein und die mit dem ja da hinten sind die stein sollen wo es so komisch geleuchtet hat wieso renne ich so langsam weil du überfüllt bist erst mal erstmal krabben kaputt machen das ist eine andere krabbe oder ja das ist das überall du kannst doch wenn du möchtest ein bisschen quatsch machen bei mir im stream in mein dicks bass abgeschmiert als du als du möchtest kannst du auf diesen link hier klicken kann man schöne dinge machen wie das hier aber ich hörte von schon man muss sich da irgendwo registrieren das ist ein bisschen blöd schon krebsi oh 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 den hat disconnect gehabt da toll ist muss die scheiße alleine macht das schöne ist du hast das vor mir gewusst du bist einfach verschwunden mann wie kannst du das nicht wissen aber wieso wieso immer immer in den kämpfen ja das ist eine gute frage und vor allem gerade gegen so ein vieh ja immer mit der langsamen waffe ich krieg einfach keinen schlag gesetzt dann dann setz dich eben kurz ab ich bin dann sofort wieder da hoffe ich jetzt mich nicht ab hier ich hole anlauf ob das tatsächlich an meinen deckenventilator hängt das wäre krass immer noch online spiel und join mich würde es ja obwohl ich wollte sagen mich würde es interessieren ob es tatsächlich nur an outward liegt aber wir haben das ja auch schon in ein zwei anderen spiel mal festgestellt dass das disconnect es gibt haben wir das ja wo hat mir das denn sonst noch wir hatten doch noch ein oder zwei andere spiele wo das auch passiert ist es ist aber nicht mehr wo es war weil das war das eine execute nicht ganz doch endlich mal spiel auch gott die ist eigentlich schon tot ist weiß es nur noch nicht ich war ich war ich warte schon mal vor verbände herstellen ich kann ja auch welche geben eigentlich habe genug leinentücher ich krieg das sind banane so den of my life wegen einer banane sag jetzt nicht dass sie nur wegen einer banane hergerannt nein daneben war eine banane das ist der bogen zeig mal ja ein moment die weißen federn die diesen bogen schmücken wurden gerupft vielleicht könnte man sie ersetzen ersetzen kaligro haare oder oder chocobo federn vielleicht ich guck mal was der kann sag mal statz also hau mal raus warte wie konnte ich denn vergleichen ist unser magier schrägstrich gleich schütze schrägstrich koch schrägstrich navigator der mann kann einfach alles der zeremonielle bogen macht 13 physischen schaden weniger als der vampirische und zwei weniger wucht und irgendwelche effekte aber den muss man wahrscheinlich halt auch erst halt erwecken wie wahrscheinlich der nackst oder so hier unten sind wieder sind weil ein wesen qualenwesen ja qualen 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 von mir ist auch das oh gott der bogen bringt mal gar nichts wieder ich guck einfach mal ein bisschen zu jetzt ist wieder runter geschwebt schönes ding mit diese ich merke mir den den begriffen mutierte mutierte wäscheleine jetzt mal kurz wieder heilen wird es langsam dunkel 18 uhr 30 es wird langsam dunkel soo hier hinten gibt es doch bestimmt irgendwas versteckt wenn es hier so einen angedeuteten pfad hin gibt ja irgendwas muss hier ja sein es kann ja nicht nur diesen bogen hier geben ja der ist ja bestimmt schon besonders besonders selten wahrscheinlich okay hier hinten ist ja einmalig wenn ich sogar singular ja also hier hinten ist nichts so ein hat einen hauch von nichts tja gar nichts dann gehen wir mal wieder auf die andere insel da gab es ja noch das colosseum da hinten ich sehe hier noch palladium oder ja gut palladium ja gern genommen wird jetzt hier wird jetzt langsam halt auch wahrscheinlich zur regulären ressource ja guck mal da sind noch mehr mit diesen ja und sie kommen direkt auf uns zu machen da weiß ich nicht nicht würde sagen voll rein rein aber nur stasis 11 die schwebt auf dem wasser kann sie nicht treffen weil sie sich bewegt nein wie kann sie nur tatsächlich selbst wenn sie sich nicht selbst wenn sie sich nicht bewegt treffe ich sie nicht ja gut da können sie nun nicht mehr für okay eine ist down jetzt bist du mal langsam dran ach du kämpfst gegen die hier unten ja nein 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 uh okay ach es hat mich deine auch noch angegriffen ja die lässt sich nicht von mir pohn uh ich durchatmen ja nein noch faktisch scheiße ich habe einen eiskreis gemacht ich dachte ja was stimmt ist das nicht schlimm hier eigentlich nicht ich weiß nicht kannst du auch irgendwas sinnvolles mit diesem eiskreis anfangen nur wenn da jemand drin ist also ich kann eine eisexplosion machen und wir können den nutzen um uns abzukühlen ja die sehen halt voll schräg aus eigentlich also meine eltern meine großeltern die hatten man bungalow mit seiner ganz hässlichen ost lampion beleuchtung und so sehen die aus zumindestens die flügel und dieses ganze geflattert also wer auch immer die entworfen hat die viecher muss gut dabei gewesen sein so waren wir hinten eigentlich schon ja da war da oben war die ruine mit dem bogen dann hat ja voll den durchblick zwischendurch mal irgendwie irgendwie schon in die richtung ja also ich denke schon dass wir diese kreaturen von einer sehr schmerzhaften existenz befreien kommt die denn jetzt ja da ist noch so eine panzerschildkröte ich glaube die können wir ignorieren ja ich denke auch die hat uns nichts getan also wir haben ihr noch nichts getan ja genau das ist halt einmal auf der anderen seite hier vom von dem gipfel da ist so eine mine auf der anderen seite berg fuß also unseren höhlen eingang meint sie ja 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 das ist ja so eben kurz ich dachte ich sollte irgendeinen tee trinken bevor ich da reingehen ja ja bei mir genauso so vielleicht auch ein zwei mehr drei vier fünf fähigtee eine ölbombe gefunden na gut vielleicht noch ein alpha sandwich alles was so hilft das ist keine prozedurale welt prozedural generiert heißt ja zufällig generiert das ist eine feste welt dass sie bei outward es gibt fünf maps quasi und wir sind jetzt schon in der dlc map im late game oder endgame content quasi wo wir eine eigene stadt aufbauen und jetzt hier durch so eine kraterlandschaft quasi reisen völlig random abenteuer als eine direkte story um wasser wasser wird 6 6 6 6 regionen ja hamartan natürlich es gibt sechs maps und um um seltene ressourcen zu finden die wir brauchen um besagte stadt aufzubauen das waren gerade zwei merkwürdige kisten die waren sehr dunkel und leer ja hier war auch eine leere kiste oder die man halt nicht benutzen konnte entnissen cali grau lass den erstmal weg machen ja wartet man muss mit dem sprechen man kann mit dem sprechen meister des kolosseums okay ich tue mal so als ob man mit ihnen sprechen könnte der kaligro knurrt und schlägt die fäuste gegeneinander bevor aufgeregt in richtung arena zeigt er wirkt nicht sonderlich feindselig ist grundsätzlich nicht feindselig die bilder zeigen kämpfende cali grau ob sie dir wohl eine belohnung anbieten wenn du hier kämpfst zeige mit einer geste dass du kämpfen willst so sage nichts und gehe weg fresse der kaligro stampft mit dem stab auf den boden und zarte magische flammen erscheinen in der mitte der arena um den kampfbereich zu markieren deine gegner sind bereit du auch ich setze meinen besten kämpfer in die schlacht denn ich gucke mir jetzt mal den leichnam an ja nicht nichts interessant was ich nur traurig wo gibt es hier wasser ja hier ist wasser 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 bestes wasser so eine marshmallowen stulle das könnte sein dass wir die da gleich brauchen werden ich habe keine marshmallowen stullen aber ich hätte ja bärenstullen ja von mir aus auch die super 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 und wenn noch ist hier und ein stabilitätstrang würde ich sagen ja immer noch den und jetzt aber rein guck mal ich sehe das schon unsere feinde ja das ist irgendein merkwürdiger käfer unten irgendein merkwürdiger käfer auch eine schnecke ist das naja da habe ich ja spaß dran oi das garabeus geht ja schnell ja jetzt essig wo ist noch die schnecke ich glaube die ist ein anderes ding ne ist ja ein anderes ding nämlich eine schnecke ein anderes kaliber ach so ich muss das erst ich musste tatsächlich erst den inneren kreis betreten das habe ich gar nicht mitgeschnitten ja macht sie nicht schaden um sich rum die kommen nicht weg neue kinder kam dann ist weg Au. Der hat mich wiederbelebt. So, schnell Heilung. Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Guck, guck hier, guck hier zu mir, Schneckchen. Hier bin ich. Okay, ich weiß nicht, wie ich das so gut finde, wenn du in die Anrichtung guckst. Sie heilt sich, das ist gut. Ja, ja. Ne, sie heilt sich nicht. Das Feld um sie herum darfst du auf keinen Fall betreten, das bringt dich um. Ja. Jetzt habe ich natürlich keinen Fähig-Tee dabei, egal. Das bleibt bestehen. Ach Gott. Ich dachte, das hört auf, sobald sie fertig ist mit, mit, mit abkühlen. Ey, ich stehe zu, wird davon nichts erfahren. Lebe! Oh, ich bin tot. Ich habe noch einen Heiltrank, ich habe noch einen Heiltrank. So, würde ich da, würde ich da. Sie heilt sich. Oder macht irgendwas. Ja, sie heilt sich, Tatsache. Okay, diesmal hat sie sich wirklich geheilt, ja. Mit Magie machen wir mal wieder den größten Schaden gegen sie. So, ist mein letzter Heiltrank gewesen. So, ich muss gleich mal ein paar Pfeile auf sie drauf schießen. Oh. Warum habe ich denn ein magisches Schwert? Kacke Mann. Ja, weil du ein Magier bist. Ja, aber das habe ich nicht beschworen. Jetzt heilt sie sich. Come on, Axt. Step, step, step. Mein Gott. Ne, das ist nicht die Heilung. Das ist wieder die irgendwas Flächensäure-Gift AE. Das macht nichts. Ich schieße, ich schieße. Jetzt heilt sie sich. Obwohl, jetzt wird es langsam ein bisschen böse. Jetzt heilt sie sich. Axt. Come on, Dan. Quarz. Quarz. Ich ahne was. Ich ahne was. Neferit-Edelstein? Ne. Kalzedon. Da war nur Kalzedon drin. So ein Gegenstand, den wir für unsere Gebäude brauchen, weil es halt Quarz irgendwas ist. Aber ne, ist nur, nur Schrott Quarz. Aber guck mal, wir haben jetzt hier mehrere rausginge. Mal gucken, ob wir den nicht offensichtlichen, ob wir die anderen benutzen können. Okay, ich höre es jetzt. Ich höre mein, ich höre mein Holz. Ich höre es einfach mal mit. Okay. Wir kommen zudem gar nicht so direkt hoch. Ohne den ganzen Weg zurückzulatschen. Gucken wir uns erstmal um hier. Also hier ist nur eine schwarze Höhle. Mehr ist noch nicht. Oh, wow. Ja gut, das ist bestimmt so richtig Kolosseum-mäßig, dass hier nur... Ja, hier sind quasi die Viecher drin, gegen denen die totgeweihten kämpfen. Trotzdem reingucken. Vielleicht finden wir irgendwo noch irgendwelche Maulwuchsbabys, die sich da im Dunkeln verstecken. Also den hier hattest du dann wahrscheinlich noch nicht, ne? Ne, nein, noch nicht. Gut. Äh, hier ist... Nichts. Hab jetzt gedacht. Okay. Zur Abwechstung ist da mal nichts. Haben wir hier schon dran? Ich war in denen in der Mitte. Ne, ne, das war nicht meine Frage. Hier ist eine reich verzehrte Truhe mit ein bisschen Kleinkram. Ich nehme mal alles mit. Ah, okay. Verstehe. Da kommen wir auch nicht mehr zurück. Oh, okay. Ja, die reich verzehrte Truhe war dann... ...unsere Belohnung. Das ist ja bestimmt nicht unsere Belohnung gewesen. Bestimmt nicht. Ich quatsch jetzt mal mit dem Typen nochmal. Okay. Der Kaligau knot und schlägt die Fäuste gegeneinander, bevor er aufgeregt in Richtung der Arena zeigt. Er wirkt nicht, sondern nicht feindselig. Das hat man schon. So, da wollen wir nochmal kämpfen. Ich habe zwar nur noch 50%, aber ja, können wir machen. Ich will halt nur gucken, ob jetzt dieselben Gegner nochmal dort sind. Ne, es sind andere. So. Ja, das... Ja, okay. Oh Gott. Okay, gegen die haben wir schon mal gekämpft. Die Frage ist halt, ob man hier wirklich... Oh, wir kommen auch nicht mehr zurück. Wir sind jetzt hier eingeschlossen. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Oh je, und ich habe keine Heiltränke mehr. Äh, ich hätte nur noch zwei kleine für dich. Ja. Ja gut, keine Heiltränke habe ich noch, aber ich muss meine maximale Lebensenergie mal wieder ein bisschen regenerieren. Hm. Nur so ein bisschen. Das war's. Oh Gott, ey. Das schaffe ich nur über die Pfeile das wieder herzustellen. Uff. Also wir haben so eine Panzerschildkröte und... Also die Panzerschildkröte ist recht langsam. Die würden wir ohne Probleme hinbekommen, ohne selbst Schaden zu bekommen. Mhm. Aber der Chimäre macht mir Sorgen, weil der ist relativ schnell. Den sollten wir als erstes ausschalten, meiner Meinung nach. Ja. Okay. Ich könnte sonst natürlich versuchen... Den kann ich auch richtig Schaden zufügen, den Chimären. Mhm. Aber äh... Der mir halt auch. Ja. Oh, ich habe einen Pilzriegel. Rinnenkopf. Ja. Ich habe sonst auch nichts anderes, was... Äh... Gesundheit nochmal wieder herstellen könnte. So. Bärenstulle. Ja. Hat er? Das ist gut. Bodenbeschwörer ist der Dan nämlich auch. Naja. Gut. Dann gönne ich mir eine... Eine Eis-Firniss? Eine Blitz-Firniss? So. Na dann. Nein! Ich gehe erstmal auf die Chimäre. Ich habe nicht getroffen. Nein. Der Kampf war ja noch nicht eröffnet. Nein. Ist an... Ah. Ist an... Ich war schon viel anpassiert. Nice. Nein. Oh, ernsthaft? Mein Geist kommt nicht in die Arena. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Das ist so traurig, dass es schon wieder witzig ist. Ich brenne. Nein. Nicht brennen. Nicht brennen. Aber ich... Richtig schnell. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ah, das falsche Vieh anvisiert. Vielleicht kriege ich dich schnell auf... Ah, kriege ich nicht. Vorbeigeglitscht an dir. Oh. Okay, die Krabbe... Die Krabbe versucht sich gerade um meinen Geist zu kümmern. Der Geist ist tot. Sehr gut, sehr gut. Die Krabbe kommt zu dir. Komm schon, komm schon, komm schon. Gut. So. So. Ich hab seine Aufmerksamkeit. Okay. Dann... Caste ich eben alles Mögliche. Einen Moment. Dann hast du mal alles Mögliche. Lass dir Zeit. Ich hab das Vieh zur Not auch alleine. Aber das muss ja nicht sein. Ne. Ein bisschen Ausdauer... Ah! Sein langer Hals. Gott. Scheiße, ich brenne. Du musst mal übernehmen, Dan. Ja. Hab ich. Au. 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 Ich bin tot. Nein! Hau doch zu, Junge! Du brennst! Ja! Lösch dich ganz schnell! Schnell, 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 Trink! Oh! 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 Heil dich! Heil dich! Ja, Heil Trink schnell! Belebe mich bitte wieder! Oh Gott! Irgendwohin! Oh! Es gab Alpha-Fleisch und Mürmzungen! Toll! Toll! Wenn da hinten jetzt nichts in der Truhe ist, ne? Also sie steht wieder da? Ja. Bestimmt. Ich gucke mal. Ein Rauchchakram. Okay, nice. Elixir des Über... Also eigentlich auch wieder nur Kleinscheiß. Mana braucht... Obala, den wollte ich gar nicht mitnehmen. Elixir des Überlebenden. Verbrannte Ausdauer und Gesundheit wiederherstellt. Oh, ich lasse Zunge. Den Mana-Bauchtrank werfe ich dir mal ab, weil den brauche ich nicht. Wenn ich ihn finde. Alles voll mit Trinken hier. So, also ich bin jetzt auch maximal geheilt, also... Maximal geheilt? Du siehst so tot aus. Ja, ich bin auch fast so tot. Also es wäre schön, wenn wir... Nochmal kämpfen? Äh, vielleicht rasten vorher, bevor wir noch ein... Wollen wir noch mal kämpfen oder wollen wir noch ein bisschen was gucken? Weiß nicht. Die Frage ist, ob es irgendwo hinführt. Ja. Wenn wir was bekommen dafür, dass wir hier, keine Ahnung, drei, vier, fünf Kämpfe gewinnen. Gerne. Aber wenn es einfach nur, äh, just for fun ist, dann ist es mir ein bisschen zu tough, ehrlich gesagt. Ja, komm, dann lass uns, dann lass uns abhauen, wieder nach Richtung Chirocco gehen. Nein, wir haben immerhin jetzt diesen vollen, federlosen Bogen bekommen. Hooray. Ähm, aber alles andere... Welchen Federn... Nicht, dass dieses Gebäude einfach hier so just for fun ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man eine gewisse Anzahl an Kämpfen absolviert hat, dann hier vielleicht doch mal eine Art Boss kommt. Das könnte natürlich sein. Das ist plausibel. Vielleicht sind das auch wirklich, wie du sagst, dann halt eine ganz feste Anzahl an Kämpfen, die man machen muss, bevor es dann halt was geiles gibt. Würde passen. Würde passen. Kenne ich so aus anderen Spielen ja auch. Nur, dass hier wieder nicht drauf eingegangen wird, sondern dass er einfach nur sagt... Ja. Oh, gut, dann kämpfen wir halt. Ja. Also... Weil der Scheiß, der da in den Kisten drin war, der ist ja quasi nichts wert gewesen. Mhm. Das war keiner, keiner. Ja. Ja. War ja nix. Nix alles. Das einzige, was mir jetzt aktuell sonst noch einfallen würde, ist... Ähm... Nochmal... Ja, weiß ich nicht. In der Mitte der Karte zu gucken. Oder tatsächlich mal diese... Wie waren wir denn überhaupt schon mal... Ja, wir waren ja beim Wachtturm schon mal. Wir waren hier überall schon mal gewesen. An jedem markierten Ort. Aber... Sicher? Ich glaube nicht. Ich glaube... Ja, markierte Orte, okay. Ähm... Das vielleicht. Aber wir müssen ja gar nicht so weit denken. Wir können ja mal regional bleiben. Wir befinden uns jetzt auf der Kaligrau-Insel. Und nordöstlich von uns ist ja noch eine Insel. Vielleicht kommen wir da noch drauf. Nee, nee. Wir sind auf dieser nordöstlichen Insel schon. Die Kaligrau-Insel ist süd-östlich von uns. Die Kaligrau-Insel war die, wo der Turm drauf stand. Ja. Und südlich von der Kaligrau-Insel? Auf der Insel? Waren wir auf der schon? Da konnte man nicht hin, so wie es gesehen hatte. Ja. Haben wir keinen Weg gefunden. Also, was ich jetzt noch mal gedacht hätte... Ähm... Ja, hier westlich von Alt-Chiroco. Da führt ja so ein Pfad komplett irgendwo hin. Haben wir da schon mal geschaut? Ah, nee. Da könnten wir jetzt ja sonst mal kurz gucken. Ein Pfad... Ein Pfad komplett irgendwo hin. Ja, vor der Mauer. Und vielleicht ist da ein begehbares Tor oder so. Ja. Okay, das Ding habe ich schon, ja. Gut. Ansonsten... Auch eine Möglichkeit, mal nach dem Schiff Ausschau zu halten und da nochmal irgendwie rauf zu gehen. Ja, ich meine, wir können ja kurz gucken, ob das hier links da gleich sein könnte. Aber wir könnten hier... Hier links noch auf die Insel. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Oder? Das ist aber nur so ein Mini-Ding, ne? Ne, da waren wir auch, glaube ich, schon mal. Da, wo die Stecke drauf ist? Ja, da war der Hinterausgang von dem Miumi-Dings-Abau. Das kann sein, ja. Herz. Knack. Hm? Ja, Miumi-Ding-Arausbau. Ja, gut, 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 okay. Das hilft uns denn nicht viel. Nischt. Gar nix. Dann wieder zurück. Gut. Dann teilen wir mal den von dir besagten Weg an. Die Idee finde ich nicht schlecht. Also gehen wir jetzt erstmal von diesem Inselgröße runter. Und dann weiter Richtung Osten. Hm. Ich muss erstmal kurz irgendwas nehmen, damit ich wieder ausdauere. Ah, sind wir nicht rüber. Und da... Jetzt sind wir eingesperrt. Von der einen Seite die Schnecke, von der anderen Seite die Schildkröte. Schildkröte? Ja. Hauptsache es ist keine exilanische Schildkröte. Ja. Exilia. Preis und Ehr. Ja. Wie die... Wie wohl die exilanische... Monsterschildkröte... Hier in Outworld aussehen würde. Eine grüne, die mit Verderbnis um sich herum schießt? Hahaha. Okay, dann machen wir es mir hier rechts. Ich habe einfach den leichten... Oh, die sind schon respawned. Neue Hippos. Hippos. Hipp, Hipp. Hipp, Hipp. Come on. Himmel, Herrgott. Hipp. Stop. Stop. Nice. Ich kann meine... Ich kann meine verbrannte Gesundheit wieder herstellen damit. Ja. Wissen wir es, Stan. Ja, ich kann das nicht oft genug wiederholen. Aber dauert immer wenn ich schieße... Immer wenn ich schieße, steht da irgendjemand. Schieß doch mal so, dass du auch mal triffst. Dass ich mal hier was machen kann. Dass meine Ausdauer ist völlig am Ende. Hol das Ding hier hin! Oder... Ich pulse und ganz leicht, okay. 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 Gott. Wenn du das bei mir sehen würdest, das sieht hier total zerpflückt aus, das Teil. Äh... Der Selfiel macht ihn irre. Hä? Jaja, es ist halt ein vampirischer Selfiel, ne? Also... Begründet... Begründet macht's mich irre. Du schießt mit einem Holzpfeil auf eine, ähm... Lava-Schildkröte und heilst dich dadurch. Vampir. Ihr eigenes magisches Element ist doch gut, ja. Vampirismus. Das fünfte Element. Nicht Liebe. Wer kennt es nicht? Luft, Feuer, Erde, Wasser, Vampirismus. Genau, das sind die fünf Elemente. So, ich glaub einer war nen Shop. Willst du was kaufen? Ja, ich will was kaufen. Ich kann dich ausbilden, wenn du willst. Das kann weg. Das kann weg. So. Das kann nicht weg, das soll man ganz behalten. Das kann weg. Und das kann weg. Und das kann weg. Boah, 900. Oh, der hat Brot. Ja, ich glaub ich hab genug Brot. Ach, das ist RNG. Das sah für mich aufm Chat wie ein MG. Ja, genau. Front Twitch. Äther totem Hütte. Verderbnistotem Hütte. Da ist jetzt her. Ja. Was gibt's hier in dem Laden? Willst du was kaufen? Ich kann dich ausbilden, wenn du willst. Äther totem Hütte. Ja. Ja. Hab ich gerade gesagt. Nice. Geistertrommel im Inventar. Gefordert Himmelsglocken im Inventar. Okay. Hört Barriere um sieben. Ist doch auch schon krass. So, eben Zeug verkaufen. Wir haben kein RNG Element. Das ist alles reinste Planung. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö timen. In der Regel springe ich halt im Nahkampf rein, mache zwei, drei Schläge und dann rolle ich mich weg. Und wenn dann alles klappt, schlägt dann genau Dan seinen Zauber ein. What? What? Was? Was? Outward hat sich geschlossen und führt... Weißt du, ich komme raus. What? 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 Warum? Outward hat sich geschlossen und führt ein Update aus. Was? Was? Hast du das Update von heute schon gezogen, Dan? Ja, ja, habe ich. Es ist ein neues Update und ich kann nichts spielen, bevor ich es nicht geupdatet habe. Da haben wir wieder die Patchception. Ja, also das ist Patchception. Warte mal, ich mache mal kurz Steam aus. Ich mache mal bei mir ein kurzes Pausenbildschirm an. Ich gucke mal, wenn ich Steam schließe, ob ich dann... Und du machst mich wahnsinnig. Ich? Nur mit deinen verdammten Problemen. Alter, ey. Outward hat sich von selbst geschlossen. Was soll denn der Kack? Ja, das liegt an dem Spiel so ein bisschen. Das Spiel ist halt... Also ich kann es mal zeigen. Nein, nicht abdecken! Das ist jetzt quasi die Map, auf der wir uns befinden. Oh. Und von solchen Maps gibt es halt insgesamt sechs plus eine ganze Handvoll Dungeons pro Map. Das ist also schon vom Umfang her einigermaßen groß. Und es ist von nur neun Leuten entwickelt worden. Das ist halt einfach... Es ist so ein bisschen fehlerbehaftet. Es ist so ein bisschen schlecht. Aber es hat da irgendwie Charme. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und deshalb feiern wir das Spiel halt auch so. Und müssen aber damit leben, dass es einfach Probleme hat, die ein modernes Spiel nicht haben soll. denn es ist von 2019. Das letzte... Der letzte DLC ist von Dezember 2020. Oder war das sogar Frühjahr 2021? Ich glaube, der letzte... Der letzte DLC ist tatsächlich von... Februar 2021. Hörst du mich? Ja, ich hör dich. Ja, der letzte DLC ist sogar noch von Juni? Februar 2021, ne? Juni. Juni? Ich meine, dass es Juni war. Dass die drei Brüder erst im Juni kamen. Okay, es ist ein relativ aktuelles Spiel, aber... Oh, okay, 20 Dezember. Ja. Hat halt einfach so ein paar Fehler, die ein aktuelles Spiel nicht haben sollte, weil es halt nur von neun Leuten gemacht wurde. Damit muss man ein bisschen klarkommen in der Reihe. Ja, also, ich kann das Update nicht abbrechen, das wird gerade forciert hier irgendwie, warum auch immer. Ja, wie lang ist denn das Update? Wie viel groß? Äh, zweieinhalb Gigabyte. Das geht... Ah! Mein Gott! Was ist mit dir los? Ja, ich stehe halt die ganze Zeit auf so einem Safe-Spot und auf einmal kommt so eine Medise um die Ecke gestriezelt. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Also, ich habe schon über einen Gigabyte... Ich hoffe, dass wir dann gleich zusammen dann auch spielen können. Guck mal währenddessen deinem Stream noch leicht zu. Das macht meine Download-Geschwindigkeit glück gar nix. Utze! Ah! Gott! Ausweichen! Ja, ja. Danke, danke. Oh, das war ja hinterhältig. So nach dem Tod kommt das Ding doch mal von hinten an. Ja! Sie waren mir aber wegen der Rezension nicht sicher. Dani ausprobiert, aber bei dem kleinen Team erklärt das eine. Ja, ich habe auch mal in einem kleinen Team in der Spieleentwicklung gearbeitet und wir waren auch um die neun Leute und von uns neun Leuten hatten wir drei mit der 3D-Grafik, mit dem Grafikdesign beschäftigt und das hätte auch so ausgesehen. Also, wir hatten eine bessere Grafik, wir hatten aber nicht so einen großen Umfang gehabt vom Spiel her und deshalb kann ich das schon verstehen, dass das Spiel so ist, wie es ist und es kostet halt auch nicht die Welt und das Gameplay ist hier aber auch einfach das, was im Vordergrund steht und das ist halt so ein richtig uriges, super flüssig laufendes Kampfsystem und mit ein paar Survival-Mechaniken das macht also eigentlich richtig Laune. Und Crafting natürlich, wie in jedem Spiel heutzutage kannst du craften, aber das ist nicht so so übertrieben übertriebenes Crafting, dass du alles von einem Nagel bis zur weiß ich nicht was herstellen musst, sondern es geht eher darum, Fallen zu bauen, Nahrung und Heiltränke selbst herstellen zu können und so. Was heißt, was soll denn diese Abkürzung bedeuten? T-T-B steht in Patchnotes T-T-B Rezepte T-T-B Rezepte, keine Ahnung. Total tolle praktische Rezepte. Hm. Keine Ahnung. Okay. Update ist durch, ich starte das Spiel, aber ich befürchte, also es steht halt, dass es irgendein Problem mit T-T-B Rezepten gibt, die da nicht funktioniert haben. Vielleicht sind es diese Rezepte, die man frei entdeckt, was bei dir vorher nicht geklappt hat. Teach-to-B keine Ahnung, was ist, keine Ahnung. Teach-to-B teach-to-bring Ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich. Teach-to-B Ja. dir wenigstens kurz zuschauen zu können. Na gut. Wenn ich das jetzt in meinen Pausenscreen noch hätte einbinden können, das wäre geil gewesen. Ja, ja. So, jetzt muss das Spiel nur noch laden. Aber, was für ein Kack. Also, das Spiel schließt sich und forst ein Update, ey. Du kannst auch einfach mal einen Link in deine Videobeschreibung packen, sowas wie, wenn ihr das Spiel ohne Unterbrechung in stabil sein wollt, dann klickt ihr. Ja, okay, meine Kamera ist gerade nicht an, also diesen, diesen gleichgültigen Blick hat jetzt keiner gesehen. Ja, super. Ich gehe aber auch kurz mal ein neues Getränk rein, ich bin gleich wieder da. Ja, ich gucke mal eben, ob ich jetzt joinen kann. Bitte. Oh. Also, das nenne ich keine High Note am Ende. Oh. Come on. So. Sagt er bestimmt gleich eine andere Spielversion, kann ich joinen. Hier hört jetzt noch meine Zerzo-Musik, aber die ist gleich vorbei. Ich habe ja auch noch nicht geglaubt, dass ein Spiel geschlossen wird und das abwählen wird. Oh, Entschuldigung. Okay, das muss sich noch mal ändern, das habe ich nicht gewusst, dass das passiert, wenn ich die Szene wechsle. So, da sind wir wieder, da fällt die Medise. So, okay, kurze Orientierung, wir sind ungefähr gerade hier. Gehen wir jetzt gleich das ganze Stückchen hier runter. So, da bin ich wieder. Hallo. Habe ich was verpasst? Ähm, nein. Äh, ich frage mich echt warum. Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass ein Spiel sich aktiv selbst schließt und direkt ein Update durchführt. Ernsthaft. Und dass wir überhaupt jetzt zusammen spielen können, ist auch noch interessant. Die Spielversion könnte sogar sein, wenn es Peer-to-Peer ohne Server läuft. Ja, tut's. Ähm, direkt anbindet. Man kann es auch nur maximal zu zweit spielen. Man kann es hoch modden mit mehreren Leuten, sogenannte Rave-Modden, aber da ist es sehr fehlerbehaftet, weil das Spiel dafür nicht ausgelegt ist. Kann mich hören? Ja. Ja. Ich höre dich. Zumindest hier. Ja, das ist natürlich witzig. Oder ich habe... Kann ja nicht sein, selbst wenn ich das Update schon vorher gemacht habe, weil ich habe tatsächlich heute früh einen Outward-Update gezogen. Ja. Oder gestern Abend. Aber äh, es gab, es gab jetzt seit vorgestern drei Updates. Das dritte kam jetzt gerade. Zum Patch zum Patch. Ja. So. Okay. So. Ich habe jetzt... Warte, da kamen wir her, da müssen wir jetzt hier hinten lang. Genau. Da, wo die Kali grau sind. Ja. Die mich ja gerade überfallen wollten, genau in dem Moment, wo du mich mal wieder am Stich gelassen hast. Ey, aber jetzt weiß ich wenigstens, das lag am Spiel, nicht an mir. Ja. Ja, ja. Immer. Ausnahmsweise. Ja, es ist halt so. Du kannst das hier nur übernachten. Wenn alle Spieler schlafen. Und du kannst natürlich in ein Zeltlager aufschlagen zum Schlafen. Du kannst aber auch in gewissen Räumen in Betten schlafen. Und die Räume haben alle immer nur zwei Bette. Das heißt, wenn du mit, sagen wir mal, drei Leuten in dem Haus schlafen möchtest, muss einer in dem Haus ein Zelt aufbauen. Im Haus. Weil es ja kein drittes Bett gibt. Genau so kannst du von Banditen gefangen genommen werden. Und die sperren dich dann ein in eine Zelle und nehmen dir all deine Sachen weg. Und es gibt dann zwei Truhen in dem Verlies, wo du die Sachen der Spieler zurückholen kannst, wenn du ausbrichst. Da es aber nur zwei Truhen gibt, werden von den anderen Spielern die Sachen nicht entwendet. Also ich hatte das mal mit Sion und den anderen von ihrer Gilde da das gespielt. Und wir sind gefangen genommen worden. Und ich war vollkommen gerüstet. komplett gepanzert mit allem Equipment. Stand dich in der Zelle und hab die Gefängniswache halt einfach umgebracht. Es war lustig, aber nicht zielführend. Das Haus kommt mir bekannt vor. Ist das ein Franchise Haus? Ja, das ist ein Franchise Haus. Ich sag dir, das war ein riesiges Bauunternehmen, die haben überall Projekte angenommen, waren viel zu billig und haben nichts zu Ende gemacht. Ja. Glaube ich auch. Ja, ich sag's dir. Der BER, die Hamburger Philharmonie und die Ruinen von Outward. Das ist alles dieselbe Firma gewesen. Oh no! Ich sehe einen Lootbaum. Dabei wäre dieses Spiel halt einfach ziemlich geil mit mehreren Leuten. Wenn du wirklich einen hast, der sich auf Bogenschütze spezialisiert, einen Magier und einen, ja, nachkämpferen Tank, einen Fallenstelle. Du kannst auch viel mit Fallen machen und so. Also es bietet sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Du bist und bleibst aber nur ein Bauer, sag ich mal. Du kriegst... Oh, der drängt schon weiter. Du kriegst nicht so übertrieben krasse Fähigkeiten. Man muss halt immer... Man ist mal kurz vorm Tod. So. Wir wollten auf den Großen Pfad im Zentrum und dann nach Süden. Wir sind schon auf dem Großen Pfad im Zentrum. Wir müssen hier irgendwo jetzt schon vorher mal ein bisschen weiter nach rechts. Nach rechts. Wir sind ungefähr hier. Ja, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man... Ja, wenn man einen Bauern spielt, sag ich mal. Ja, also wir sind hier... Ganz ehrlich, wenn ich total übertrieben... mächtig sein würde, dann spiele ich ein Dynasty Warriors Spiel, ne? Was hast du denn? Nichts, nichts. Nichts, nichts. Alles gut. Wahrscheinlich hast du genau das gleiche gesagt wie ich, ne? Ja, also ich finde das Konzept eigentlich ziemlich cool. Da kannst du versteinetes Holz hier abbauen, ne? Ja. Ja. Ja, gut. Brauchen wir es? Eigentlich nicht, ne? Wer weiß. Wer weiß. Mir ist warm. Dann einmal... Mir wird auch langsam warm. Mais. Das könnte jetzt mal wieder ein bisschen mehr Musik spielen, aber das tut es nicht. Bei mir spielt Musik. Leute, wenn ihr Musik hören wollt, der Link ist bei denen in der Videobeschreibung. Ja. Oh, guck mal. Das ist ne Zugbrücke. Ja. Aber leider... Ist die oben. Ist die oben. Guck mal hier. Kann man da... Kann man da vielleicht... Oh Gott. Ne. Das wäre auch unerwartet cool gewesen. Was ist denn das für ne Zugbrücke? Oh, guck mal hier. Was hier liegt. Gibt's Trunk. Der hat es leider wohl nicht geschafft, der Arme Tor. Okay, wie kommt man denn da sonst hin? Ob wir da durch Alcirocco hinkommen? Dass das ein alternativer Ausgang ist? Ja. Das könnte sein. Dann lass mal gucken gehen. Dann revidiert sich das immer mehr, dass ich, äh... Als ich gesagt habe, hey, wir haben ja auch mal schnell alles erwischt. Ja. Aber du hast es ja selbst zurückgenommen. Ja. Wenn die Unsicherheit an einem nagt. Aber ich muss mal gewichtlos werden. Schweb bloß nicht davon. Ich will die Falken fly. Ich will die Falken fly. I believe I can touch this guy. Was sind das? Astral-Deutsch-Rezept zweimal in einem Traum. Oh Gott, ich habe was ganz anderes verstanden. Astral-Deutsch-Rezept zweimal? Hätte ich auch keine Sekunde dran gezweifelt. Oh, hier ist noch dieses Rauchwurz, was du ja haben wolltest. Wächst hier. Ja. Aber, ähm... Wie soll ich das sagen? Ja. Ich habe den Effekt des Brote der Wildnis irgendwie verwechselt. Ah, ja. Okay. Cool. Der wärmt dich bei kalten Wetter. Ah, ja. Und kühlt nicht ab. Hm. Ich weiß gerade nicht, haben wir hier gerade kaltes Wetter? Eher nicht so, ne? Oh, ja. Mir ist kalt. Du fröstelst richtig. Hm. Achso, das ist schon wieder fest leer. Oh, warum finden wir denn auch einfach keine Erzproben? Das ist halt auch etwas, ne? Was halt echt nervt. Ja. Dauernd Maulwürfe, aber... Ja gut, ob wir nur Maulwürfe finden oder Erzproben, ist mir eigentlich mittlerweile voll egal. Hauptsache irgendwelche Proben... Also eine haben wir ja gefunden. Mhm. Irgendwelche Proben, die wir eintauschen können gegen Spezialressourcen. Hm. Emmett. Das wär schon super. Oh. Was? Picknick im Zenit metaphysischen Widerscheins der astralen Kuhglocke. What? Das klingt nach einem Rezept. Das klingt nach astraldeutsch. Oh. Oh. Ernsthaft, ich mache Mjogels. Da geht Dan von kaputt. Doch, 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 doch. Es ist tatsächlich ein Songtitel... Ach, Quatsch. Das klingt nach Wirt L. Jankowitsch. Das klingt nach Wirt L. Jankowitsch. Stamina. 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 Alt-Chiroco. Da drin ist es, glaube ich, noch wärmer als hier draußen, ne? Oh. Wir können uns sowieso allgemein mal umschauen, auch hier draußen, weil wir hier noch gar nicht den Auftrag hatten, nach merkwürdigen Erzproben zu suchen. Genau. Und dann ist uns das vielleicht mehr entgangen, als wir gedacht haben. Du, du, du d... Hier raucht's nur. Du, 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 du... Hast mir einen Link geschickt? Ok, denn gucke ich mir das nachher mal an. was wir aber noch gar nicht gesehen haben ist die Musik hat ein bisschen was von Fluch der Gräbel ja genau, ich muss, ich hab auch gerade überlegt Mensch, an was erinnert mich das? ja, das stimmt aber das Spiel an sich ist recht einsam also allein würde ich es nicht spielen nee, absolut nicht haben wir gesagt und ich konnte mich halt sehr für das Kampfsystem und für die Optik begeistern und Dan ist so ein Survival und Craft im Freak, deshalb ist das hier ein super ja gut die Map, wo wir uns drauf befinden, da ist das die ist wirklich sehr leer, die ist wirklich sehr kahl, das ärgert uns auch die anderen Maps, die sind sehr 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 schön, abgesehen von der Wüste, die ist auch ähnlich kahl weil ist halt ne Wüste aber trotzdem hat sie mehr Charme finde ich jetzt als Caldera Tatsache ja, das stimmt irgendwie kann ich dir auch nicht sagen warum ich fände es auch witziger wenn man die seltenen Ressourcen in allen Maps finden könnte sodass man auch da noch öfters mal oh, schon eine reichwärtswerte Truhe ja, aber mir so gerade Chirose, also die Halbinsel ganz am Anfang und der N. Merkawald die finde ich am schönsten eigentlich und Hammartan ist auch sehr cool oh, hier ist ne gebackene Banane brauchst du die auch? äh, ne, das ist schon ein Produkt ja, das ist richtig ähm da ist ein bisschen dunkel und auch so ein Detail dass man hier eine Laterne an Rucksack hängen kann man kann sie halt auch einfach in der Hand halten und so Mechaniken wie, äh, du verbrauchst mehr Ausdauer wenn du einen Rucksack auffasst und, ähm wirst langsamer in Ausweichmanövern wenn du einen Rucksack auffasst also es macht halt Sinn im Kampf den Rucksack abzuwerfen und so, so realitätsnah kleine Kniffe die machen so den Charme von dem Spiel aus wie ich finde nur Dan setzt den Rucksack niemals ab ja gut Dan ist halt auch ein Fernkampf Magier Krieger Mönch Gelehrter Fernkampf Magier Krieger Mönch okay Dan ist halt in bei der Brauchers I, 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 I I can do Satt Dan ich hab ne funktionsfähige Lavaschmiede gefunden glaub ich bitte was jo da können meinst du die warme Axt dann vielleicht möglich also hier ist so ne Esse und ich keine Ahnung das sieht aus wie das Ding aus diesem Marvel Infinity War Film wo Thor seine Axt herkriegt oh da ist jemand ey oh Junge krass der ist ja sowas von am Ende ja hier ist halt einer auf denen sind einfach mal drei Steinbalken gefallen direkt auf Stein 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 okay ja zu viel Realismus gebe ich dir auch recht dann brauche ich kein Videospiel spielen aber so ein paar Kniffe die einem einfach diese Imbaness nehmen finde ich eigentlich schon sehr cool so also mit der warmen Axt könnte man hier vielleicht wirklich nochmal herkommen denn der mitzelt sich hier schon durch die ganzen so nach was genau suchen wir eigentlich keine Ahnung ich habe hier noch ich glaube wir waren hier schon mal vor dieser komischen roten Tür wo ich jetzt gerade davorstehe und du nicht da geht es zum ältesten Bruder ja ich entsinne mich aber waren wir ich weiß ich glaube wir sind da nie reingegangen das ist mein Geist achso sind wir nie reingegangen ich kann mich zumindest gar nicht dran erinnern ich heile mich nochmal kurz hier auch ich gehe hier um der älteste Bruder zu betreten die drei Brüder sind halt drei Vulkane das haben wir am Anfang auch nicht gewusst ja das hat sehr lange gebraucht bis wir das irgendwo mal geschnallt haben ja vor allem weil alle Figuren in dem Spiel wussten das und meinten wir müssen eine neue Siedlung dort und dort errichten da sind wir weit genug vom ältesten Bruder weg und ich dachte nur naja und wenn er euch hinterher kommt aber es ist halt ein Vulkan ja da könnte man sich auch fragen was hat die Idioten dazu getrieben eine Siedlung direkt an einem Vulkan so dicht dran zu bauen die schmieden ja genau kennen doch andere die das in einem Fantasy Spiel versuchen wow das ist deiner guck mal hier unbekannte Erzader nein nein ich habe diese Erzader hat gerade bei mir einen Ton gemacht hat hat so richtig steinsounds gemacht die hat gelacht wie ein kleines Nein nein wieso bin ich denn so langsam langsam hä ja ich bin nicht so schnell so kannst du mal laufen ich habe schon 10 Kilo Übergewicht okay gut achso ja gut ich bin auch bei 12 Kilo da hinten ist ein weinender Engel ein weinender Engel den müssen wir trösten das können wir so nicht lassen ich habe Angst vor weinenden Engeln also also ein Gargäuel die sind doch heftig ja eine unbekannte Wurzel mitgenommen okay es hat sich jetzt schon total gelohnt hier reinzukommen auf jeden fall so guck mal da da ist was ganz böses ja 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 da ist sie da ist sie blitz und ein Schluck Wasser in die Tasche verschieben da in den Worte verschieben dahin so noch was schönes Stabilitätstrank wäre ganz gut so ist es so breit denn nö nie ich weiß mal zu dir und jetzt feuer frei schn auch schönes ding ich wollte ich ja das ist auch zu spät gesehen alter ja sie kommen gleich sie kommen gleich irgendwann damit ich treffe ihn nicht er ist zu schnell ist zu schnell verarsch mich nicht ach scheiße eine pfeile wirken nicht er ist zu steinig dann schieß was magisches so endlich er hatte wirklich nur noch so ein fitzelchen hp ich dachte ich kriege ihn magst du mich erstmal wiederbeleben bitte was ist jetzt passiert ich habe bevor du ein disconnect kriegst dann ich hätte fast deinen rucksack komplett aufgenommen das hätte ich gern gesehen das ist uns schon einmal passiert ich habe zwei pfeile habe ich noch über ich gucke mal ob ich dir gerade welche herstellen kann alter wir sind doch nicht im vulkan oder wir haben den älteren bruder betreten und gerade den zuschauern erklärt was der ältere bruder ist und was hängt da bitteschön in der mitte äh ja saurons auge ich weiß es nicht was war das hier lag was ach ein pfeil liegt hier ja hatte eben nur eine längere Aufnahme von der Reto-Putation gemacht dann wünsche ich dir eine gute Nacht bis die Tage und danke fürs Einschalten da ist ein komischer Stein denn ja okay lass die lass die das austragen obwohl ich mich bei sowas immer frage ob es sich lohnt dich da gezielt einzumischen ich habe keine Ahnung siehst du irgendwo eine Seele da vorne leuchtet es blau ja okay weil da mein toter Geist liegt ja das ist doch der Kadaver von dem ehemaligen sein okay der hat natürlich Blitz das heißt vieles wird bei mir ja meine ganzen Zauberhelden jetzt gerade nicht die zur Verfügung habe ich bin so richtig nutzlos jetzt gerade okay geil ja dann kümmere ich mich da drum ja ich kann ja auch mit Blitzen drauf schießen also so ist nicht ne ja warte 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 ich brauche was was nicht das wollte ich gar nicht irgendwas so dann geht ich brauche die gesundheit wieder her das gut war es nicht noch das sehr gut in der ein bisschen helfen kann es nicht allein machen lassen putze nice das gibt's doch gut au zur Hölle so it is done jetzt brenne ich natürlich so okay jetzt habe ich auch jetzt habe ich nur noch Brandpfeile oh hier geht es noch weiter runter das sind nicht mal verbrannte Lebensenergie ich wollte gerade sagen guck mal da sind noch eine Steinprobe aber das ist einfach nur ein Stein am Stein ach guck mal ich sehe da hinten eine reich verzierte Truhe oh Gott wer hat die denn da hingestellt es ist ne Falle hier oben ist ne normale Truhe zack hier ist ein Milizbogen drin maust du den ja ja nimm den mal mit dann kann man bestimmt was draus basteln naja also wenn dann nimmst du ihn mit ich bin schon 15 Kilo drüber ja ich bin bei fast 20 Kilo drüber und du hast den fetteren Rucksack von uns beiden ich lege dir den jetzt hier hin mach damit was du für richtig hältst ich ziehe es auch durch ja ja Konsequenz heißt auch alte äh heißt auch Holzwege zu Ende zu nehmen hat der alte Newton schon gesagt da ist ne Schnecke Schnecke oh und ein Stein lass mir erstmal den Stein machen denn der ist in der Regel leichter jetzt können wir das Schneckchen machen ich renne einmal rum und greife es von hinten an ja Eisbirne ich bin auch die heilt sich das wäre der Zeitpunkt gewesen wo du was hättest trinken sollen mach ich jetzt so warte Eis Explosion schönes Ding mit welchen skill machst du den eigentlich die Eis Explosion äh äh wie heißt der wie heißt der schluss äh ja das ist Mana irgendwas Mana Schuss irgendwie nicht nicht Mana Stoß Mana Abwehr genau genau den habe ich nicht ich erinnere mich den Spell den du in ursprünglicher Form eigentlich nie einsetzt genau weil der einfach zu lange braucht ich meine ich bin dann zwar für den kleinen Moment unverwundbar aber ähm der braucht einfach zu lange zum beschwören wo jetzt siehst die Erzproben wiegen jeweils 6 Kilo das ist schon schwer ich muss hier irgendwas loswerden wir sind auch schon jetzt gleich an der Tour ne die ist da ja okay aber wir sind ja wo wir hier rein und ich habe noch einen Stein gefunden ja dann mach wir ihn weg komm ich bin gerade noch in Stimmung ey wirklich ich habe drüber ihn weg was das war ein Autonlock weißt schon dass das kein wirklicher Stein ist ne ja aber ich habe dran vorbeigeschossen obwohl ich einen Lock drauf hatte was ist das das ist eine normale Eisenhalle kann man die kann man was mit den Fässern machen nein wenn das Spiel einfach sagt nein Dan nein ja aber ich hatte doch Aim drauf nein Dan nein hattest du nicht so okay ich mache jetzt gleich nachdem wir die ach das ist eine normale fucking Truhe ja oh geil das hat sich gelohnt guck mal da unten oh oh dafür wahrscheinlich warte mal Bogen ausrüsten einmal ranzoomen ja das sind unsere typischen brennenden Pferdchen da unten und irgendetwas das sieht aus wie ein Feuerkorb hm warte mal ich mache mal kurz das Hut aus ich möchte ein paar schöne Aufnahmen habe ich auch gerade gemacht was ich eigentlich sagen wollte wir sind ja hier in den ältesten Bruder eingedrungen und sind ja dann am Eingang nach rechts gegangen und es ging ja noch nach links weiter glaube ich meine ich ja glaube ich wer weiß das kann sehr sehr gut sein wie weit es noch weiter ging was das kann sehr sehr gut sein ich glaube so und dann eben Bogen ich möchte davon auch nochmal eine schöne Aufnahme haben oh man ey ja das sieht auch so aus als wäre das dann gleich unsere letzte Aktion so jetzt hier nochmal unten rum und dann zurück nach Neu-Chiroco ja das klingt gut ich hab's gleich mach in Ruhe meine Rüstung ist ziemlich mitgenommen ja also so rasten wir langsam mal eine Maßnahme okay so ich glaube das sollte genügen dann hat Anzeigen okay Kältezauber Pflanzenprobe wiegt auch einfach mal sechs Kilo wow ey bum 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 ja ich muss hier ein bisschen umräumen zack ey scheiß können weg hier äh brauchst du noch einen Felgtee ähm ja fettiger Tee wär mir lieber guck mal ich hab hier noch so einen Haufen Stoß ich weiß nicht ob du damit was anfangen kannst ich leg das hier einfach mal ab zur Not nimmst dir mit ja oder es ist ja das eine wollte ich wirklich essen okay war jetzt nicht so wildes ja also nicht so Eispulver brauchst du das ich hab hier ja Eispulver brauch ich unbedingt ja okay moment ich legst du anders hin damit du das nicht alles auf einen Haufen hast ja das was da schon liegt brauche ich nicht mit ja lass liegen bleib denn hier den Felgtee schmeiß ich dir hier hin ich hab halt noch 11 mal Öl und 17 mal Eisenschrott brauchst du hier komm hier kannst du auch lernen falls du es nicht schon kannst wahrscheinlich nicht aber hier guck mal das könntest du lernen wenn du es noch nicht kannst ich glaube das kann ich schon ne kann ich noch nicht okay dann ja Mantis Granit wird noch abgeworfen hier der Scheiß und das blöde versteinerte Holz werfe ich auch ab und die blöden Kugeln werfe ich auch ab und die Kaligrau Haare so jetzt bin ich nicht mehr ganz so weit drüber hier das nimmst du noch mit das nimmst du mit ja ja ah geil okay fähig naja gut drin im Kopf zack so ich wollte noch einen jerky oder hier ein Alphars da gibt es ja noch einen anderen Zugang den wir noch nicht entdeckt haben na wir suchen ja auch noch einen anderen Zugang ja also eigentlich einen anderen Ausgang oder könnte das ein Teleport sein weil das ist ja das ist ja schon eine ganz schöne Strecke ne ja sieht so aus als müsste man einmal komplett um den um den Vulkan herum mhm alter selbst mit der Alchemie Fackel ok hier ist noch irgendeinen Tee getrunken damit komme ich dann in Kombination hier ist noch gar Beerenwein gar Beerenwein ich meine ich habe noch neun Flaschen mit aber Gott nochmal drei Flaschen stein voraus stein voraus oh soweit voraus ok ja execute oh kann ich nie machen warum auch immer terminate was in die Frise hast du gerade einen auf Dalek gemacht wer ist Dalek mhm Doctor Who exterminate mhm tut mir leid kenne ich mich gar nicht mit aus oh nein man kann hier ah ok nach rechts geht es kürzer ich wollte gerade sagen nein nicht noch mehr Optionen äh Marathon Ice Furness Ice Furness Kalzedon Axtrezept Akmanit alles mitnehmen oder da lassen dann hole ich es gleich ich habe es mitgenommen hier oben ging es nicht mehr wirklich weiter ok gut da lag nur nochmal ein Kadaver du hast alles mitgenommen ja magst du mir die Ice Furness geben ich habe nämlich keine mehr ja Moment steinernder Dings Bums Typ ja ich ziehe mich einen weiter zurück hier so Ice Furness abgeworfen und ein Ice Klappen ist da auch noch ja sehr gut aber gegen den setze ich äh Geister Furness ein obwohl ich das schon bereuen werde gib mir Widerstand oh ok meine Rüstung ist schwer beschädigt ja meine auch wollen wir denn äh ich habe ihn schon ein bisschen getrollt wow ich hoffe du bist schon unten ok dann lenke ich ihn ja einfach so ein bisschen ab so schieße alles mögliche auf ihn drauf ah eh jawoll 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 stirbt nice so schnell wir noch keinen von denen fertig gekriegt richtig richtig gut ja wir grooven uns ein na so ein bisschen ich würde zwar eher sagen der Typ hatte einfach bloß pech aber vielleicht grooven wir uns auch einfach bloß ein oh je hier ist Ende du willst ok ja das sieht ziemlich endgültig aus oder ok da unten kommt man irgendwie ja wahrscheinlich wieder eine Plotlocation oder nö ich denke gar nicht mal es ging ja halt einfach noch viel weiter vielleicht gibt es mehrere Eingänge in den alten Bruder ok obwohl warte mal wir haben ja auch unsere aktuell was 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 hier geht es hier geht es hier noch weiter ah ne hier ist nur ein leichten ne ein Schundhofen wo bist du ach da oben du hast geschrien ich dachte du hast einen Schlaganfall da warst du nur eine kleine Kiste gefunden ne warte guck mal die Magma Schmieden sind in rund 150 Tagen fertig wenn der Bau abgeschlossen ist hat Joseph vielleicht eine effizientere Lösung an der du mithelfen kannst äh war es nicht dass die auch irgendwas hier am alten Bruder noch irgendwie machen wollten ich hab keine Ahnung vielleicht ist wirklich nach Abschluss dieses Quests dass es dann weiter geht das kann natürlich sein aber es gab hier einfach auch noch Wege die weiter nach unten geführt haben mhm also wir müssten auf jeden Fall weiß ich nicht äh vielleicht können wir gleich einmal rasten können wir gerne machen ah hier ist noch ein Rezept für eine Calcedon-Axt falls du das sowieso nicht schon hast muss ich mal gucken nö muss ich mal gucken was die kann Calcedon-Axt Calcedon-Axt Calcedon-Calcedon so okay jetzt gucken wir einmal ganz kurz was die Äther totem Hütte machen kann die wird mir gar nicht angezeigt oder kann ich sie herstellen nö kann ich das Magierzelt dann tauschen mit der Totem Hütte ist das besser? mit der Totem Hütte bist du nö keine Ahnung ist auf einmal weg hab ich den Affenstatt? Waffenauswörung plus 20% ist ja auch witzig so dann nehmen wir mal das Ding in die Hand und tut 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 oh Gott Gott das sieht alles ein bisschen kaputt aus wie sieht kaputt aus willst du länger oder was? äh ja wenn du da noch eine Stunde aufpassen kannst oder zwei wird schon nichts passieren 15% was wird passieren? jetzt triggern sie null glücklicherweise passiert immer wieder nichts langweilig langweilig ernsthaft? oh ja er sieht ja auch nur 15% das ist quasi nix nix ist das aber du hattest jetzt da unten noch eine funktionierende Schmine gefunden ja also das war eine Schmine mit der konnte ich interagieren und dann hat er gesagt damit konnte ich gerade nichts anfangen ja vielleicht dann mal mit der warmen Axt dann wirklich nochmal zurückkommen und dann hoffen dass das was bringt das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen was was hatten wir denn noch so an Zeug wir haben diesen komischen Bogen wo wir irgendwelche tollen Federn brauchen mhm haben wir hier in Alt-Chiroco also ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass alle diese ich sag mal Artefakte die wir hier in Alt-Chiroco finden die irgendwie enchanted werden müssen dass wir die Lösung zu diesen Aufgaben auch ausschließlich in Chalcedonia hier finden oh hier ist ein Leichnam den habe ich vorher nicht gesehen Barriere Trank Regenbogensamen warte mit kann ich nicht mehr Stimmst du gehst du da mit mir d'accord durchaus warte mal also ich würde auch davon ausgehen dass wir das nur in Chiroco alles machen können also da hast du absolut recht ist halt die Frage haben wir hier irgendwo schon mal irgendwas gesehen was Federn hat ja ich habe hier noch eine Tür nach Caldera gefunden ich weiß nicht ob wir hier jemals rausgegangen sind wahrscheinlich schon bestimmt nicht wie bist du denn da hingekommen ach da lang genau die gleiche Geschichte gerade wie wie mit dem einem Schundhaufen den ich da gefunden hatte einfach nochmal um die Ecke schauen ja also das könnte der Gang sein um aus der Stelle rauszukommen wo wir hin wollten wer weiß möglich 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 possible oh oh morgen wird nochmal Dune geguckt nochmal? ja ja war der so gut dass du ihn dir direkt nochmal anguckst ja also ich habe den vorher auf englisch gesehen in ziemlich großem Kino das war einfach bombastisch der ist über mir einfach so hinweg geschwommen ok ok hier können wir also von der Seite rein sind wir ja ich würde sagen wir sind da es ist der Ausgang an der Wand oh warte wir können die Klappbrücke runterlassen oh das wäre mega das wäre mega ja ich gehe ein bisschen weiter hier in die Richtung du gehst ein bisschen weiter in die andere Richtung und wir gucken uns fleißig um ja ich muss kurz was trinken ich bin am verdurst mach das oh Gott da kommt so einfach so ein Lavasee aus dem Nichts ich bin voll erschrocken ja komm Lavasee Alphawand naja ich bin trotzdem erschrocken ja ok kann man ich gehe mal hier zur Küste also hier kann man auch noch irgendwie ein bisschen links warte mal ich lege mal ganz kurz meinen Rucksack ab damit ich ein bisschen schneller bin du bist es hallo toter Mann ah was ist ich hebel den mal genau ist die Klappe ja ok oh und hier ist eine reich verzierte Truhe äh ich meine natürlich hinter dem Gebäude ist nisch nisch ja hier sind halt Alpha Taunosauria Schwänze drin hier ok hier völlig fehl am Platz einfach mal ach alles nicht genommen komm ist ja das scheiße ich habe Myrmidonen gefunden oder Myriden nicht Myrmidonen Ah soll ich dir Pfeile herstellen Dan das wäre sehr zuvorkommend wie viele hättest du denn ganz gerne so viele wie möglich so viele wie möglich wird erledigt tja hier unten ist leider nichts tja die um um bei die Marke und endlich erreichen mhm obwohl ähm ich könnte sie ja gerade gar nicht tragen scheiße das war das Falsche ich habe aus Versehen Nägel hergestellt da ja scheiße oh Gott es sind nur 18 geworden weil ich aus Versehen Nägel hergestellt habe oh nein die liegen ok ich nehme sie erstmal mit ich weiß gar nicht wo du bist aber da hinten ist noch Eisen also ich muss auch nur Eisenerz ich habe halt gerade achtmal Eisenerz halt einfach verbrannt sag mal hast du diese drei Hippos und die ganzen Geister dazwischen dir und mir eigentlich mal gesehen ja ich habe die gerade gesehen ok also die sehen auch nicht so aus als würden sie sich gegenseitig bekriegen wollen ne ähm ja wie ist denn der Stand wollen wir dann einmal kurz in Alchirocco nochmal runter gehen und gucken oder hier was willst du denn da jetzt gucken ach so nach unten ja oder wollen wir wollen wir das heute nochmal mit der Axt versuchen boah das ist mir eigentlich so egal das ist eine Einhand Axt die würde ich sowieso nicht nehmen ich meine machen können wir es trotzdem aber so wichtig finde ich das jetzt nicht ok ich gehe jetzt runter mit den Rhinos spielen ok ich versuche es oh verdammt runter von meinem Rucksack runter von meinem Rasen sehr schön ich habe mich noch daran gewöhnt dass diese Axt umarm ist ich schlage voll oft in die Luft weil der Gegner im Zuschlag der gar nicht mehr da steht aber stand wo mein Angriff noch angefangen hatte Aua die sind gemein sehr gut denn so ok da ist ein Pfeil drin da ist kein Pfeil drin oh ich habe Hunger oh ich habe Hunger Wahnsinn da steckt ein Pfeil im Baum dann Kälte Zauber und Kälte Tee oh verdammt ich habe keinen Kälte Tee mehr Eistee gewährt auch Kälte Sägen ja ok ich muss was essen so da will die schnappen da will die schnappen trink 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 ausrüsten ausrüsten ok das kann ich abwerfen das brauche ich nicht oh Gott ich brauche halt so ich brauche mehr Kalt ja dann komm komm her oder du hast schon Eistee getrunken ne naja ich habe Kälte Sägen jetzt und äh Wetter trotz trank mhm oh ich hasse es wenn sie das machen Modus hassen diesen Trick ja one down many more to go nice stage clear ok Okay. Überlegen. Könnte man da unten in Altchirocke noch was finden? Bestimmt. Also ich habe jetzt... Alleine jetzt habe ich zwei Erz- und eine Gewebeprobe. Da unten ist garantiert noch was zu finden. Ich würde es trotzdem sein lassen. Ich würde sagen, wir gehen zurück nach Neuschirocke. Wir rüsten uns aus mit neuen... Oh, what? Schau mal nach links. Machen das Fieder vielleicht noch platt? Was ist das? Du weißt, was das ist. In der tollen Äther-Steinhöhle, wo wir mal drin waren. Ja, aber das war lila. Und das hier sieht anders aus. Ich glaube... Gift-Furnace. Oh, das hat mich gesehen, Dan. Ja. Ich mach mal eben Kreise. Ja, mach mal Kreise, Dan. Oi, Junge. Hätte ich doch gar nicht angegriffen. Ja, aber die... Du weißt doch, die können doch so tolle Mana-Geschütztürme basteln. Nein, nein, nein. Das sind gerade beide erwischt. Au, 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 au. Ui, das Zeug ist aber zielsicher. Boah, ich muss mich noch heilen. Entschuldigung. Ich muss auch heilen. So, jetzt kann ich wieder... Ich hab quasi einen Lebenspunkt oder so. Achtung, sie hat wieder ein Geschützturm gemacht. Eins. Zwei. Drei. Ist okay, du hast wieder Agro. Wo ich auch immer, aber ich bin nicht einfach frei. Achtung, wieder ein Geschützturm. Au, der hat mich erwischt. Hm, Geschützturm. Schön. Das ist schon nützlich. Ich denke, das war Sput, das ist eine Falle. Komm mal her, hier. Lüse. Oh, sie hat auch seine Falle. Ja, ja, ich hab's gesehen. Und sie ist auch direkt noch über meine zweite Falle gegangen. Das ist gut. Ah. Schreck. Okay. Neue Falle. Lauf, Junge. Ah, Geschützturm. Hui. Huhu. Wie heißt das Ding? Alter Bewohner. Auch alter Bewohner, genau so wie da unten. Hm, okay. Wir haben hier unten nur so abgefahren, ausgesehen wegen dem Licht wahrscheinlich. Ah. Wahnsinn. Uh. Oh, boy. Ja, das war krass. Okay, hier waren wir schon. Ich sehe da am Horizont das Calcedon-Gebirge. Mhm. Und das würde ich sagen, ja, steuern wir an, wenn da nicht dieser Lavafluss im Weg wäre. Ja. Man konnte doch, glaube ich, hier irgendwie gleich nach rechts irgendwie durchs Gebirge navigieren, damit man da langkommt. Und das einfach hier aus dem Umgehen, dann ist gut. Ne, dann können wir uns das fürs nächste Mal vornehmen. Und wir haben jetzt quasi diese, ich sag mal, Abkürzung, auch wenn es jetzt nicht so wirklich ist. Aber der Weg ist ja angenehmer, da hinzugehen. Ja. Bisschen. Und. Minimal. Dann rüsten wir uns dementsprechend aus gegen große, große, große Hitze. Und dann latschen wir da nochmal runter. Anno, der Stein sieht verdächtig aus. Ah, eine, eine Gewebeprobe. Sehr gut. Zack. Dann bin ich echt gespannt. Du willst zwei Erzproben und zwei Gewebeproben. Wenn wir jetzt noch, ich sag's dir, das sehen wir. Wir kriegen das hin. Das war einfach weg bei, bei, bei unserem Zeltplatz da. Wo meine Spitzhacke defekt war. Das ist einfach verschwunden. Ja. Das hätten wir nicht übersehen. Ich warte mal ein bisschen auf dich. Ne, ich denke auch mal, dass es einfach, dass es halt, ja, weggespawnt ist. Warum auch immer. Es war weg. Let's go on. So. Was war da durch, oder? Äh, nö. Warum gehst du denn da durch? Weil ich dachte, dass wir da durch müssen. Ah, cool. Einmal frei. Ich seh' Pfeirsiche. Pfeirsiche. Nicht anmachen. Ich seh' Peaches. Peaches for you. Kein Wunder, dass ich schon wieder so lahme. Vollkommen überladen, ne? Ja, wenn beides halt überladen ist, ne? Tasche und. Das ist kein Wunder. Pfeirsiche gönne ich mir noch. Und dann komm ich. Ich hab' noch irgendwas zum Rennen. Marathon-Trank. Ich hab' absolut null Heiltränke jetzt. Null. In Zahlen. Zero. Da muss man wieder alchemistisch dann demnächst tätig werden, ne? Ja, ich boche halt die ganzen Zutaten dafür erstmal. Mhm. Tote Rhinos innen auf der Straße. Da fühlt man sich doch gleich heimisch. Da weiß ich, die Heimat ist nicht mehr so fern. Ich dreh mich einmal um. Und da sind direkt drei Rhinos respawned. Ich wollt grad sagen, hey, hier sind irgendwie ein paar Rhinos, die nicht tot sind. Ändern wir diesen Umstand. Wirklich? Okay, bei denen sind das nicht so viel. Natürlich, natürlich, natürlich. Was ist dann jetzt? Ich hab' mir das nicht geplappt. Klickt. Der Kurs der Champion fällt. Oder was machte dieser Knopf noch? Als der Fiend fällt, eine feinte Hoffnung blöse. Ja, äh, das ist, was ich eingestellt habe. So. Boah, was ist denn da hinten? Ein, zwei, drei, vier Rhinos. Und ne Krabbe. Ja, und zwei Rhinos fliegen. Ja. Im Prinzip. Nicht drüber nachdenken. Einfach hinnehmen. Einfach hinnehmen. Ja, diese Welt ist halt ein bisschen merkwürdig. It's just outward. Was ist das? Das ist ein normaler Eisenader. Ja. Ist, wo? Wo, 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 wo? Da neben den Schmetterlingen. Die da hinten. Ja. Oh, die haben wir diesmal noch gar nicht. Knack. Noch ne Eisenader, noch mehr Rauchwurz. Ja. Oh. So. Überfüllt. Guck mal, Otto. Was? Otto? Oder Bob? Gut. Gut? I am Groot. Gut, gut. So. Dann wird es ja gleich wieder Zeit für die Modus Baucamp. Ja, schauen wir mal. Obwohl, bauen werden wir ja jetzt nichts. Es sei denn, wir haben jetzt genau die Sachen gefunden, die wir brauchen, um, naja, um was zu bauen halt. Ja, wunderbar. Ich hoffe, dass es so ist. Ja. Du hattest ja jetzt auch noch Viecher eingesammelt, ne? Also. Maulwurfschweinchen. Maulwurfschweinchen, Baby. Aha. Da muss ich immer an diese Avatar-Serie denken, wo es halt auch so die Usten-Tiere gab, so Löwen, Schildkröten und Affenbären und weiß ich nicht was. Total merkwürdige Kreuzungen, die es so gar nicht geben kann. So, das kann weg. Oh, endlich Übergewicht loswerden. Das wird verkauft. Es kommt rüber. Ah, ich fühl mich frei. Moment, dauert's noch einen Moment. Ist das so? Ich... Reintritt. ...wär dann mal... ...die Proben abgeben. Hey, hier drüben. Ich habe Proben, die du begutachten. Guck dir das an hier. Lass mich diese Mineralproben sehen. Lass mich diese Mineralproben sehen. Du verdienst das. Oh, ich höre das. Meine Fresse. Na toll, das war ja eine Verschwendung. Oho, du bist wohl auf eine Goldgrübe gestoßen. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall, Leute loszuschicken. 1000 Gold, 80 Stein. Jawohl. Wir haben ja einen Bau gestartet und brauchen wieder Steine. Alles cool. Nichts als ein Haufen Lämon-Schotter, hervorragendes Baumaterial, aber leider nicht viel mehr. Das war wahrscheinlich der Stein, den wir gerade bekommen haben. Wie ich sehe, hast du Pflanzenproben für mich. Du verdienst das. Einige dieser Wurzeln sind als Aphrodisiakum bekannt. Ich kenne da jemanden an der Akademie von Sorobor, der sehr gut dafür bezahlen würde, wenn du ihm das gesamte Wurzelwerk bringst. Also dann, an die Arbeit. 2000 Gold. Oh, nice. Keine seltene Ressource bei gewesen. Mist. Wir haben aber wieder maximal Stein, also wieder 200. Ja, Nahrung. Nimmt halt ab. Gold haben wir fast 5000. Sehr cool. Ja, ich habe noch ganz viele Edelstände, die ich jetzt mal in kurz verkaufen gehe. Kannst du ja direkt hier bei Dorian Dumas machen. Kannst du direkt in Gold tauschen. Ja, okay. Ich bin gerade schon beim Händler. Ne, der hat kein Gold. Nein, nein. Aber ich kann es schon mal in Silber umsetzen. Dann, du dies. Okay, das sind nur 300. Ja, dies. So, ich lege... Oh, ich habe einfach auch noch mal elf Holzeinheiten. Also du wolltest ja Pfeile haben. Ähm. Da, Diamantenstaub. Ja, tolle Geschichte. Und Ektoplasma, auch toll. Äh. Ach, hier sind ja noch zweimal Maulwurfschweinchen. Dann gebe ich die halt auch ab. Mal gucken, ob aus dem wieder Ektoplasma würde, oder so, was abgefahren ist. Was für Viecher hast du da für uns erbeutet? Großartig. Ja, geil. Beide zu Ektoplasma geworden. Wir brauchen das. An die Arbeit. Wir haben jetzt viermal Ektoplasma. Wow. Was stimmt mit diesen Viechern nicht, ey? Das ist ja eklig. Ich habe schon im Community Hub ein paar der Sachen gelesen, wo sie dann halt schreiben, ja, ich bin im Endgame jetzt schon so viele Stunden und habe noch nie dieses eine Rezept gekriegt, was eigentlich so essentiell ist, oder äh, niemals diese Ressource, die ich eigentlich für das, äh, für das Rathaus oder sonst irgendwas brauchte. Und ich hoffe, das wird halt besser. Ja, die Frage ist halt, ob das random ist. Ja. Und wir einfach Pech haben. Oder ob die einfach geschickt versteckt sind. Das ist eine gute Frage. Ja. Weil ich denke, dass Outward mal wieder Outward ist. Ja, gut. Aber das ist halt eine feige Ausrede für alle anderen, die sonst keine Möglichkeiten mehr sehen. Okay, Trinkschlauch, Trinkschlauch. So. Okay, alles aufgefüllt und ich bin so wenig beladen, wie ich es tatsächlich schon seit den letzten zehn Folgen nicht war. Was ist los? 55 Goldbarren sind da einfach mal drin. Ich habe auch extrem viel abgepackt gerade. Was ist für heute geplant? Wie kann ich helfen? Ich habe jetzt auch meine Stolperfallen abgelegt. Ich benutze die ja sowieso nicht. Wenn, dann benutze ich ja jetzt nur noch die Druckplattenfallen. Obwohl die hier auch nicht so mega effektiv sind, aber... So. Okay, Heiltränke herstellen. Ich brauche Blutpilze. Da sind übrigens noch 20 Feuersteine drin. Ich brauche Blutpilze. Ja, ja. Blutpilze. Da. Und Fettfahnen. Haben wir Fettfahnen? Schon mal Fettfahnen gesehen hier irgendwo? Alter, dieses Qualcrabbenjerky sieht ja auch immer episch aus. Wenn ich das mal herstellen könnte. Ja. Fettfahnen. Gott. Ich sehe Marshmellonen-Marmelade und ich sehe Brot. Hm. 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 Was kombinieren sie, Sherlock? Ich gehe mal kurz zum Schmied und gucke mal, ob er was Besonderes hat. Jo, mach das. Ich glaube, da hat jemand irgendein Lieblingsessen in die Truhe getan, aber ich würde es erst rausholen, wenn du es wirklich brauchst. Irgendein Lieblingsessen? Bekannte Paste? Nein. Marshmellonen-Marmeladen. Ach, Marshmellonen? Uh. Mitgenommen. Und schon sind sie verfault, bevor sie zum Einsatz kommen. Jetzt sind sie verfault. Einfach sofort weg. Ja. Direkt mit der Außenwelt kontaminiert und eklig. Ja. Kalzidon-Hammer-Rezept, Obsidian-Axt und Kalzidon-Helebaden-Rezept. Hm. Überlege, ob ich mir da tatsächlich mal mich komplett panzern sollte. Also hier ist Krater-Panzer. Helm. Krater. Ja, genau. Ich weiß, es gibt da den Helm. Es gibt da den Helm und die Schuhe. Ja. Und ich trage ja halt immer noch Händlerstiefel und meinen Händlerhut und ja eigentlich nur die Rüstung. Oder ob ich mir einfach mal meine Rüstung komplett verzaubern sollte, dass die irgendwie mehr Schutz bietet. Mal so peu a peu. Gerade den Hut, den trage ich schon ewig. Irgendwas da mal drüber bügeln. Können wir jetzt gerade hier mit unseren Möglichkeiten nicht, aber aus langer Sicht wäre das vielleicht mal eine Maßnahme. Tja. Roly poly. Roly poly. Also die Klinge, die kaputte, die könnte man ja vielleicht, also könnte man, könnte tatsächlich die Axt und die Klinge mal mitnehmen beim nächsten Mal gucken. Welche Klinge? Die da in der Truhe ist, ganz oben. Da ist so eine, eine gesprungene Klinge oder wie das heißt. Vielleicht auch dieses, dieses Kästchen, was ganz unten drin ist. Das muss man auch irgendwo kaputt schlagen. Das ist die, neben diesem komischen Schild, die Klinge. Ja, ich weiß, was man mit dem Schwert machen muss, tatsächlich. Aha. Ja, man muss, willst du, dass ich es dir erzähle? Hm, dann erst noch nicht. Am nächsten Mal dann vielleicht, wenn wir. Also, wir müssten, wir müssten, das können wir hier machen, uns fehlen aber noch die Dinge dazu und das können wir nicht erzwingen. Okay. Ich erzähl's dir einfach. Das ist Gebs Schwert und wir brauchen, wir müssen es mit dreimal Gebs Trunk kombinieren. Oh nein. Wir haben aber noch einmal Gebs Trunk. Oh. Okay. Ja. Das tut mir sorry. Ja. Das hab ich rausgefunden, dann hätte ich den einen Gebs Trunk nicht trinken sollen. Ja, ich hab auch schon einen gefunden. Wenn ich ihn gefunden hab. Ich hab das beim, ich hab mal recherchiert nach einem guten Einhandschwert für meinen Chakram Mage, für die, für die Raid Truppe und da bin ich da drüber gestolpert und Gebs Schwert hat eine ganz witzige Eigenart. Wenn du das fertig hast, das Schwert, kannst du es in ein Zweihand oder in ein Einhandschwert immer wieder umwandeln. Indem du das Schwert jeweils alleine in ein Rezept packst, wird daraus das jeweils andere Schwert. Oh Gott. Das ist ganz necklisch. Ich notize mal, ich notize mal. Ich notiere mal, was wir beim nächsten Mal machen könnten. Ich notiere mal. So ja, warme Axt, genau da ist sie. Eine seltsame warme Axt. Könnte man diese Hitze irgendwie verstärken? Das könnte, könnte ich mir gut vorstellen, dass das in der Schmiede da passiert. Also nehmen wir uns fürs nächste Mal einfach direkt vor. alter Bruder. Nochmal Schmiede. So. Ich hätte ganz gerne Geisteraugen. haben wir Geisteraugen hier drin? Ja. Und Kaltstein. Hatten wir nicht auch noch irgendwie so einen rostigen Speer irgendwo mal gefunden? Scheiße, das war es nicht. Rostiger Speer. Hier wird noch auch irgendwas Rostiges meine ich mal gefunden. Haben wir Lebkraut, die da drin? Oder müsste sein? Okay, die weißen Federn, die diese Waffe schmücken, könnte man etwas ersetzen. Achso. Ich dachte, wir müssen weiße Federn holen, die da nicht mehr sind. Nee, nee, aber mit irgendetwas ersetzen, aber was könnte das sein? Ja, den Kauti. Ich denke, da müssen wir mehr oder minder abwarten, bis wir über irgendeinen Ort stolpern, der uns da zufällig weiterhilft. Du weißt auch schon wieder mehr? Nee, da weiß ich nichts. Okay. Ich weiß allgemein nichts. Das ist jetzt nur so mit dem Schwert, da bin ich tatsächlich nicht mal drüber gestolpert, weil ich das ganz nett gestand. Aber ansonsten weiß ich eigentlich gar nichts. Ja, und das mit den Zarsteinen. Ich habe ja nicht mal gewusst, dass ich für die Axt zwei Zarsteine brauche. Nicht mal das wusste ich. Oh man, ich mache mal aus dem Alpha-Fleisch ein bisschen Jerky, weil das ist fast kaputt. Jo. Also ein bisschen Jerky heißt viel Jerky. Ich habe es geahnt. Ich habe es befürchtet. Also das Alpha-Jerky wäre jetzt der schöne Ersatz für das normale Jerky. Ja, dann ist halt so. Was willst du machen? So. So, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Tun wir das wieder rein. So, Alpha-Jerky ist wieder abgelegt. Brauchst du noch irgendwelche Zaubersteine? Ähm, ich glaube, ich dürfte jetzt erst mal 20 Steine haben, das dürfte erst mal reichen. Ich habe hier noch Kaltsteine reingelegt. Ich habe gerade ein paar hergestellt für Ice-Firnets. So, das können wir auch wieder rein, das brauche ich nicht. Alpha-Jerky hast du gesagt. Wo ist es? Ich habe es aus Versehen gerade neben die Truhe gelegt gehabt. Jetzt ist es drin. Dann muss ich nicht suchen. Jetzt ist es drin. Boah, muss ich es doch wieder suchen. Ja. Dieser Dan. Dieser Dan. Aber gut, das hält sich ja in der Kiste. Ich muss ja nicht alles mit einmal rausnehmen. Ja. Ähm, da, 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 da haben wir Hagmanid-Geisterauger und Raubtierknochen. Haben wir. Okay, ähm, haben wir noch ein interessantes Zelt, was wir opfern können. Ein interessantes Zelt, was wir opfern können. Ja, ich will gucken, ob ich, ob die Äther-Totem-Hütte besser ist, als mein Magier-Zelt. Was brauchst du denn für ein Zelt? Irgendeins? Ein verbessertes steht da im Rezept. Ich weiß nicht, Also kein, kein einfaches irgendeins, was kein einfaches Zelt ist. Ich hatte gehofft. Improvisierter Schlafrasser kam, wenn nur haben wir nichts. Vielleicht. Doch, 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 hier, klar. Äh, genau, hast du schon rausgenommen, das, das Kadaver hat. Ja, der Plagen-Kokon hilft dir? Ne. Sollte ein verbessertes Zelt sein. Ne, ist es leider nicht. Zelt nicht als verbessertes Zelt. Ja, guck mal, der Zelt-Samen. Da haben wir noch drei Stück. Vielleicht helfen die. Oder kannst du mal kurz gucken, ob der Zorobarianische Händler ein verbessertes Zelt hat? Glaube nicht, aber ich kann mal schauen. Ich guck mal eben währenddessen, dass ich den Kokon, nicht den Kokon, sondern das Pflanzenzelt rausnehme und teste. Äh, auch nicht. Ne, leider nicht. Okay. Hat er nicht. Ich dachte nämlich, ich hätte, ähm, das Blitz, die Blitztotemhütte mitgenommen. Hab ich aber scheinbar nicht. Hm. Ja. Also ich hätte ja mein Luxuszelt. Na, na, das, das, das öpfern wir, öpfern wir jetzt nicht. Aber haben, haben wir nicht, haben wir nicht das brutale Zelt, oder wie das heißt, hier drin? Ne, hab ich hier nicht gefunden. Schade. nicht gefunden. Ich bin mal gespannt, wo du es nachher stehen gelassen hast. Das werden wir nie wiedersehen. Ne, 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 das werden wir nie wiedersehen. Entweder haben wir es irgendwo verkauft, oder, ich hab es irgendwo nicht abgebaut, und dann wird es schon despawned sein, denke ich. Ja. Brauchtest du jetzt noch Pfeile, haben wir überhaupt Eisen da? Ich glaub gar nicht, ne? Ob wir das alles Eisen beim letzten Waschpunkt abkocht? Ich könnte also drei Pfeile herstellen. Das bringt ja auch nicht so viel. Ne. Aber mit dem Diamantstaub konntest du da jetzt nur den Wasserreiniger herstellen, ne? Den Wasserreiniger, für den wir ja den, den, ähm, das siehst du ja, die Rezepte kannst du selber einsehen, die sind auch hier drin, ne? Das ist, glaub ich, das letzte mit dem Stern, ist der Wasseraufbereiter, und da brauchen wir das Rathaus für, und für das Rathaus brauchen wir halt die Admetis-Giode. Ja, ansonsten haben wir noch ein Gebäude ohne Rathaus, das wäre der Lebensmittelladen, da brauchen wir den verdauten Mana-Stein. Geil, scheiße, Mann, ey. Der Gemischwarenladen bräuchten wir einen Chromsplitter, also wahrscheinlich zwei Stromsplitter, oder halt versteinerte Organe für den Archimistenladen, also diese ganzen Läden halt. Aber wo kriegt man den ganzen Scheiß her? Wir haben davon ja noch irgendwie gar nichts gefunden. Ne, absolut, absolut nischt. Und langsam gehen mir echt die Ideen aus, wo wir noch hingehen können, um danach zu suchen. Oder, oder heißt es, heißt es wirklich, äh, diese selteneren Monster, weiß ich nicht, wie alter Bewohner, oder, vielleicht mal tatsächlich in die Ölraffinerie runter, oder wirklich noch viel mehr Monster umbringen. Aber in den Myriden, oder wie Myrmidonen, wie die heißen, äh, nein. Da haben wir jetzt schon so viele von umgebracht. Kaligrau kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne, die droppen sowas nicht. Also ich denke, entweder bezieht sich das komplett auf, ähm, Erz und Gewebe und, und, Tierproben komplett. Oder es gibt vielleicht mal einen Boss-Mob, der irgendwo rumrennt, der sowas droppt. Aber, ich meine, wir haben ja nun schon Diamantenstaub und alles andere irgendwie so gefunden. Und wir nehmen uns das einfach vor fürs nächste Mal. Wir rüsten uns hier richtig schön aus und dann pilgern wir rum. Wir fangen an in Alt-Chirocco und gehen wir da rein, machen quasi das, was wir heute gemacht haben und sammeln so viel Kram wie nur irgend möglich und gucken mal. Ne, wir erkunden alles. Wir gehen auch, so wie in der Merka, einfach in Bereiche, wo nichts markiert ist und gucken, was da ist. Alleine heute haben wir an dem einen Punkt vier, fünf Positionen gefunden. Das muss noch mehr geben. Es muss viel mehr geben. Ich wette, wir haben noch nicht mal ein Viertel aller Proben gefunden. So, lass mal hier den Tag durchziehen. Zwölf, zwölf. Und dann können wir beim nächsten Mal komplett durchstarten. Ja, ja, ja. Das wäre so. Mein Gedanke, ja. Ja, das können wir machen. Nehmen wir uns beim nächsten Mal ruhig die warme Axt mit und dann gucken wir mal. Ja. Ja. Ja, und zur Not, also ich habe dann auch keine Lust, ewig hier rumzurennen und mich dumm und durstlich zu suchen, aber wenn wir gar nicht weiter wissen, müssen wir halt gucken, wo man was herkriegt. Wenn es richtig fies ist, ist es halt einfach Zufall. Du holst eine Erzprobe und der Ort wird einfach nur markiert, dass du dort nicht noch eine Erzprobe holen kannst und es ist dann einfach zufällig, was du von den noch nicht gezogenen Möglichkeiten jetzt ziehst und wenn du dann Pech hast, ist halt einfach mal die letzte Erzprobe, die wir abbauen, diese blöde Admetist-Giode, die wir fürs Rathaus brauchen, aber ich hoffe einfach mal. Und das wäre sehr, sehr Panne. Ja. Deswegen sage ich ja, ich hoffe einfach mal nicht. So. Einmal noch. Alter, ich habe jetzt schon zwei Alpha Jerkys gegessen, ich habe immer noch Hunger. Das ist ja krass. Ich habe immer noch bei 77% Hunger. Alter, hier ist hier noch ein Jerky. Und damit habe ich auch alle Jerkys verfressen, die du nicht gestern erst hergestellt hast. ein Jerky gibt ja auch nur 10%, habe ich gerade gesehen. Das ist ja krass wenig. Okay. Ja, dann, äh, haben wir es erst mal soweit. Soll es das heute auch gewesen sein. Ich schreibe noch mal auf, also die Spezialwaffen, dann nach Ressourcen suchen und unbekannte Bereiche. Ja. Und wir fangen an mit dem alten Bruder, indem wir da alles erforschen und danach picken wir uns das nächste einfach raus. vielleicht auf dem Weg dahin können wir ja gucken, ob wir dieses, äh, dieses, äh, dieses Kalzedon-Gebirge da unten anschauen. Ist ja auf dem Weg. Ja. Jo. Machen wir dann beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Denn es war mir wie immer ein Fest. Ich wünsche dir noch einen traumhaften Abend. Grüße an deine Community und ich sage dir noch, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Okay. Dann, ähm, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Äh, ich würde sagen, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ähm, spätestens wieder nächsten Freitag dürfte es soweit sein. Und, ja, ansonsten gibt es, äh, wie sonst auch immer.